Wir freuen uns ganz besonders, dass einige den Weg heute zu uns gefunden haben und ausgerechnet derjenige, den wir als ersten begrüßen und ankündigen wollten, ist noch nicht da. Das ist unser Bundesvorsitzender Cem Özdemir. Der ist auf dem Weg, der hat aber eine gute Entschuldigung, denn der musste noch auf den Babysitter warten für seine Kinder, dürfte in den nächsten Minuten bei uns eintreffen. Wir begrüßen natürlich viele andere grüne Amts- und Mandatsträger. Unseren Europaabgeordneten habe ich gesehen, Micha Kramer, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass unsere Berliner Bundestagsabgeordneten da sind oder noch gleich kommen werden. Und wir begrüßen auch ganz herzlich unsere Stadträtinnen und Stadträte. Schön, dass ihr da seid. Außerdem begrüßen wir selbstverständlich unsere beiden Fraktionsvorsitzenden Ramona Popp und Antje Kapek und alle anderen Abgeordneten. Auch im Namen unseres Landesvorstands und der Applaus vorhin zum Thema Willkommen in Reinigendorf war berechtigt. Wir haben es endlich mal geschafft, nicht in der Innenstadt einen Parteitag zu machen und trotzdem haben wir volle Reihen. Außerdem haben es nicht nur wir Grünen geschafft, hier raus sich auf den Weg zu machen. Ich begrüße natürlich auch die Gäste aus der Stadtgesellschaft. Angemeldet haben sich Frau Martina Köppen, die Leiterin des katholischen Büros in Berlin, Frau Petra Patz-Drüge, die Leiterin der Planungskoordination beim Bezirksabend Mitte zum Thema Sozialraumorientierung. Willkommen hier, wir freuen uns, dass Sie da sind. Begrüße die Journalistinnen und Journalisten, die den Weg hier rausgefunden haben, unsere Webredaktion und das Streamteam. Und das möchte ich gleich mit einem Hinweis verbinden. Wir machen einen Livestream von dieser Veranstaltung, die dann auch im Netz zu sehen sein wird. Wenn jemand das ausdrücklich nicht möchte, dann müsste er unserer Stream-Webredaktion einen Hinweis geben, dass er nicht aufs Bild möchte. Und wir haben Gäste, wir fühlen uns sehr geehrt durch die Anwesenheit der Polizei draußen. Die ist allerdings nicht zu unserem Schutz erschienen, sondern die ist offenbar gekommen, weil es auch eine angemeldete Demo gibt, nämlich von Wagenburg-Unterstützern, denen es um ein Problem in Freiburg geht. Ich sage auch gleich dazu, wir haben eine Delegation dieser Gruppe hier, dieser Protestgruppe hier und wir werden Ihnen nachher Gelegenheit geben, kurz Ihr Anliegen hier darzustellen. Allerdings nicht, bevor der eigentliche Gastgeber hier, nämlich der Kreisvorsitzende aus Reinickendorf, euch natürlich kurz begrüßt hat in seinem Kreisverband. Jörg Röttger. Jörg, ganz kurz musst du noch warten, weil wir noch ein paar sachdienliche Hinweise haben. Wir haben ein paar Infostände, an denen ihr euch gerne umschauen könnt. Und vertreten sind Cambio Carsharing, die Firma Constin aus Berlin, BKK Advita, Plusbad e.V., Nabu, Reuse, die Gewerkschaftsgrünen und wir haben schöne grüne Mappen, die wurden uns gespendet von Werbegrünen. Außerdem ein Hinweis zu den Speisen und Getränken, da sorgt der Betreiber des Hauses für und die werden in der ersten Etage, also dort oben, angeboten. Und die Speisen sind vegetarisch. Jörg, und ich glaube jetzt bist du wirklich dran. Wie übergeht man dich? Applaus Applaus Bei uns sind auch die Schwaben herzlich willkommen. In der Bezirkspolitik spielen wir Grünen eine kleine, aber doch gewichtige Rolle. Ein kleiner Funfact, neben Steglitz-Zehlendorf ist Reinigendorf der einzige Bezirk mit einer schwarz-grünen Zählgemeinschaft. Jetzt fragt sich die Hälfte des Saals, wo ist denn hier der Funfact? Wir konnten nach der letzten Wahl nicht nur unsere Mandate bei der BVV verdoppeln und sind mittlerweile bei acht. Wir sind auch ganz knapp an einem Stadtratsposten vorbeigeschrammt. Applaus Aber das lässt uns nicht verzagen und ist eher ein Ansporn, bei der nächsten Wahl nochmal eine Schippe draufzulegen. Und wir freuen uns jetzt schon auf den Rückenwind von der Landes- und der Bundespartei. Applaus Wir freuen uns sehr, dass die Landespartei sich entschlossen hat, hier nach Tegl zu kommen. Wir freuen uns auch sehr, dass ihr es alle geschafft habt, hier wirklich relativ pünktlich aufzutauchen. Ihr seht, Reinigendorf ist verkehrstechnisch gar nicht so schlecht angebunden. Und aus unserer Sicht seid ihr ja alles auch nur Randbezirke. Ramona hat mir mal berichtet, sie ist regelmäßig Gast hier in Tegl und rudert auf einem kleinen Ruderboot. Leider immer ein rotes Ruderboot, habe ich festgestellt. Da müssen wir mal ein grünes Ruderboot organisieren. Und ist ganz begeistert von dem kleinen Bezirk Reinigendorf. Wir wünschen euch aus Reinigendorf einen wundervollen, fröhlichen und lustigen Parteitag. Viel Spaß und wir hoffen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Applaus Bevor Mirko jetzt wie bei der Oscar-Verleihung die Musik hochdreht, muss ich leider noch eine Sache loswerden. Ich muss jemanden grüßen. Ich grüße meinen Kreisverband recht herzlich. Denn vor einigen Wochen hatten wir einen Sommerempfang. Und ich habe auch die Eröffnungsrede gehalten. Und ich begrüße natürlich die Ehrenamtler, die da kommen. Ich begrüße die CDU, die SPD, die Linke. Wenig alles begrüße. Und am Ende vergesse ich meine eigenen Parteifreundinnen und Freunde zu begrüßen. Applaus Das möchte ich an dieser Stelle nachholen. Ich freue mich, mit euch zusammenarbeiten zu können. Ihr seid ein tolles Team. Es macht großen Spaß. Und mit euch schaffen wir das auch mit dem Stadtratsposten. Herzlichen Dank. Viel Spaß. Ja, Jörg, vielen Dank. Gut, dass du auch noch mal die Delegierten erwähnt hast. In der Tat. Herzlich willkommen. Wir haben vorhin auch noch andere Grüne vergessen. Und zwar grüne Gäste aus Österreich, aus Klagenfurt, die gerade in Berlin zu Besuch sind. Genau, steht mal auf. Winkt mal. Wir freuen uns sehr über euren Besuch. Hoffen, dass ihr einen schönen Berlin-Aufenthalt habt und dass dieser Parteitag ein Teil davon ist. So, und jetzt wie angekündigt, wir haben Überraschungsgäste aus Freiburg, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich würde die Delegation bitten, hier vielleicht kurz ihr Anliegen vorzutragen, damit wir dann ganz regulär auch in die Tagesordnung einsteigen können. Kommt nach vorne. Applaus Ja, ja, geht. Guten Morgen. Wir sind nicht aus Freiburg, wir sind auch aus Berlin. Aber wir sind hier aus Solidarität mit unseren Freundinnen und Freunden aus Freiburg. Der Wagengruppe Sand im Getriebe. Ja, kurz, das ehrt uns auch, dass die Polizei wegen uns da ist. Wir haben aber auch keine Demo angemeldet, sondern sind lediglich hier, um den Dialog mit Ihnen zu suchen. Unseren Freundinnen und Freunden in Freiburg wurden vor mittlerweile einem halben Jahr ihre Wägen beschlagnahmt unter einer grünregierten Stadtregierung. Und sollen nun nach Ablauf der Beschlagnahme verschrottet werden. Was, ja, genau. Wir haben einen kurzen Text dazu erst mal. Also, ich lese einen Teil des Textes vor. Was ich noch kurz erwähnen möchte, ist, dass diese Wägen angemeldet waren und dass diese Wägen von der Straße weggeholt wurden und nicht auf irgendeinem besetzten Gelände oder so standen. Was hat die Wagenbewohnerinnen-Gruppe Sand im Getriebe aus Freiburg mit der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen in Berlin zu tun? Sehr viel. Denn unter grüner Regie wurden ihre Wegen beschlagnahmt. Werden sie bis zum jetzigen Zeitpunkt, nunmehr sechs Monate, unter Verschluss gehalten und sollen zu allem Überfluss am kommenden Montag, den 13.10.2014, verschrottet werden. Die Doppelmoral der grünen Politik zwischen einerseits der Außendarstellung als tolerante Partei, die Protestkultur und alternative Lebenskonzepte propagiert und andererseits ihrer autoritären, ordnungsstaatlichen Realpolitik, wollen wir hier in Berlin nicht unthematisiert lassen. Scharfe Kritik an dem unerträglichen Verhalten der Freiburger Stadtverwaltung unter Führung des grünen Oberbürgermeisters Salomon kommt dabei bei weiteren nicht nur aus der Wagenplatzszene, sondern auch aus der Partei selbst, wie etwa von Reinhold Picks, Abgeordneter des Landestages Baden-Württemberg. Die Wagengruppe Sand im Getriebe hat dutzende Male das Gespräch gesucht und hat auch mindestens 100 Aktionen durchgeführt. Sie haben vom Rathaus kampiert, Unmengen an Texten verfasst, ihre eigenen Karren besetzt, Demos unterschiedlichster Art durchgeführt, die Säule der Intoleranz feierlich überreicht, sie sind Marathon gerannt, haben zahlreiche Transpys aufgehängt, Ausstellungen organisiert, Sitzblockaden abgehalten und so weiter. Zwischenzeitlich kam es in weiteren Städten, im gesamten Bundesgebiet zu Solidaritätsbekundungen, Demos, Transparenzaktionen, Schreiben und Bürobesuche gehörten zu den Aktionsformen, um auf das Vorgehen der Stadt Freiburg aufmerksam zu machen. Wir protestieren heute hier. Wir sind stinksauer darauf, dass unseren Freundinnen in Freiburg der Lebensraum genommen wird. Wir fordern ein klares Bekenntnis der grünen Delegierten zur Herausgabe ihrer Wegen statt ihrer Zerstörung. Ich weiß nicht, ob der Bundesvorsitzende bis jetzt da ist. Wir waren bereits im April auch schon bei ihm und er hat uns damals schon zugesichert, eine Stellungnahme auch an die Freiburger Grünen zu schreiben. Wir sind uns auch bewusst, dass die Baden-Württemberger Grünen nicht unbedingt auf das hören, was aus Berlin kommt. Trotzdem fordern wir sie auf, Stellung zu nehmen. Wir fordern sie auf, trotzdem Stellung zu nehmen, weil wir trotzdem denken, dass es Einfluss hat, wenn aus vielen Teilen Deutschland bekundet wird, dass die Parteikolleginnen und Kollegen auch nicht der Meinung sind. Vielen Dank. Danke. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank für die Form eures Protestes. Ich glaube, den Applaus habt ihr gehört. Ich glaube, ihr werdet zumindest mir nachsehen, dass ich mich hier nicht qualifiziert über die konkrete Situation in Freiburg äußern kann. Da muss ich, da müssen wir uns schlau machen. Ich möchte zwei, drei Worte zu Berlin sagen. Wir sind eine Partei, die alternative Lebensformen wichtig findet, die solidarisch ist, gerade in einer Situation, wo wir zumindest in Berlin wissen, dass hier Verdrängung aus der Innenstadt stattfindet. Allerdings möchte ich auch eines mit auf den Weg geben. Ich sehe hier eine ganze Reihe von Leuten aus der grünen Berliner Kommunalpolitik. Und von vielen weiß ich, dass sie sich in der Vergangenheit ein Bein ausgerissen haben, um Wagenbogen in Berlin zu erhalten, um sie abzusichern, um sie planungsrechtlich abzusichern, um sie mit Mietverträgen auszustatten, beziehungsweise sie vor Betreibung zu bewahren. Das haben wir als Partei in Berlin immer versucht und wir werden auch weiterhin versuchen und alles daran setzen, dass Wagenbogen, dass Wagenplätze, dass alternative Lebensformen hier einen Platz haben und zwar auch in der Innenstadt. Vielen Dank. Bettina, komm, damit ich alles richtig mache. Denn jetzt kommen wir zu den Formalier. Ich habe von der Mandatsprüfungskommission gehört, dass wir beschlussfähig sind. Um 11.30 Uhr waren 106 Delegierte anwesend und andere strömen noch nach. Also die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Wir wollen euch hinweisen auf eine Aktion, die wir hier im Vorraum machen und zwar zum Thema TTIP. Ihr wisst, heute ist der TTIP-Aktionstag. Wir legen los mit der Europäischen Bürgerinitiative und zwar, obwohl die Europäische Kommission gesagt hat, das lassen wir nicht zu. Wir Grüne sagen jetzt erst recht und starten heute mit der Unterschriftensammlung. Also bitte gebt eure Unterschriften ab. Wir als Bundespartei unterstützen diese Bürgerinitiative und sagen Nein zu TTIP und CETA. Dann müssen wir jetzt irgendwann nicht mehr einfach deinen Zettel geben. Und jetzt wollen wir aber auch abgeben und zwar an das Präsidium, das ihr bestimmen müsst. Bettina. Also ich kann schon mal bestätigen, Daniel hat alles korrekt vorgetragen. Wir haben, wir schlagen euch vor als Präsidium für den heutigen Tag und wir freuen uns sehr, dass sie uns zugesagt haben. Carola Wespur, Katrin Schmidberger, Raffaela Kiene, Eva Molau, Sergej Lagodinski, Bene Lux, Henning Bublitz und Bernd Schwarz. So. Direkt abstimmen oder umgegnet? Wer einverstanden ist, das ist jetzt das erste Mal, dass ihr heute eure Stimmzettel gebrauchen könnt, wer einverstanden ist damit mit diesem Präsidium, das sind zwei Präsidien, die wir aufteilen, der möge bitte jetzt seinen Stimmzettel heben. Dankeschön. Gegenstimmen? Sehe ich eine, das sieht aber eher nach einem eingeschlafenen Arm aus. Ah, genau. Enthaltungen? Sehe ich auch nicht, dann ist es einstimmig angenommen. Vielen Dank. Und wir übergeben. Liebes Präsidium, kommt bitte nach vorne und dann habt ihr die Leitung dieser LDK. Geht schon mal gut los. Im Namen des Präsidiums bedanken wir uns für das Vertrauen, das ihr uns besprochen habt. Und wir werden mit den Formalien jetzt... Jetzt in den Formalien fortfahren. Als erstes steht an, der Beschluss über die Protokollführung. Lars Büthe und Britta Bücio haben sich bereit erklärt. Und wir bitten um Abstimmung per Handzeichen, dass die beiden heute das Protokoll führen werden. Ja, stimmen. Wer ist dagegen? Keiner. Enthaltungen? Damit haben wir eine einstimmig gewählte Protokollführung. Dann müssen wir über die Antragskommission beschließen. Auf Vorschlag des Vorstandes. Der Vorstand schlägt vor Julia Girometta, Petra Wandrei, Heiko Thomas und Andreas Audretsch. Ich bitte um Kartenzeichen für die Ja-Stimmen, Gegenstimmen, Enthaltungen, auch damit einstimmig gewählt. Als nächstes folgt der Beschluss über die Wahlkommission. Vorgeschlagen sind Angelika Höhne, Mona Hille, Cornelius Bechtler und Thorsten Hausschild. Wer Ihnen das Vertrauen aussprechen möchte, hebt bitte die Hand. Gegenstimmen? Enthaltungen? Auch damit einstimmig. Wir kommen zum Beschluss über die Beschlusskommission. Und hier ist der Vorschlag, Caroline Killert, Thilo Fuchs und Andreas Audretsch zu wählen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gegenstimmen? Und Enthaltungen? Eine Enthaltung? Keine Enthaltung. Und wir wählen zum Abschluss noch die Mandatsprüfungskommission, die ja ihre Arbeit auch schon gemacht hat, beziehungsweise gut weiterführt. Und da sind Martina Zanderade und Jasper Zeltwanger vorgeschlagen. Wer dafür ist, hebt bitte die Hand. Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig angenommen. Vielen Dank. Wir schlagen euch des Weiteren vor, dass die geltende Geschäfts- und Wahlordnung der Landesmitgliederversammlung auch hier angewandt wird. Sie müsste ausliegen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Auch das einstimmig. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die beiden Dringlichkeitsanträge, und zwar über die Dringlichkeit der Dringlichkeitsanträge. Dazu schlagen wir euch folgendes Verfahren vor, dass eine Pro-Rede zur Dringlichkeit gehalten wird und eine Kontra-Rede bei Bedarf, jeweils in maximal zwei Minuten. Dementsprechend würde ich als erstes bitten, zum D01 die Dringlichkeit zu begründen, und ich würde Peter Mayer rufen wollen. Ich sehe keine Meldung zur Dringlichkeit. Ah, da. Hast du die Zeit? Peter, du hast das Wort. Liebe Freunde, liebe Parteimitglieder und Delegierten, ich wollte eine Sache vortragen, die praktisch so wie Stuttgart 21 bei den nächsten Wahlen vielleicht auch eine Rolle spielen wird, ist der Flughafen Tempelhof. Und ich habe dort 30 Jahre gearbeitet als Local National mit anderen 600 Beschäftigten in der Bauabteilung und kenne den Flughafen also ziemlich genau. Und ich wundere mich natürlich jetzt nach 21 Jahren, dass immer noch zwei Drittel der Gebäude leer stehen. Und ich finde das eigentlich skandalös, dass die Bundesregierung und die da zuständigen, hochbezahlten Leute im Senat bisher nicht in der Lage waren... Peter, es geht jetzt, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, es geht jetzt darum, die Dringlichkeit dieser Anträge zu begründen, nicht die Inhalte. Okay, die Dringlichkeit sehe ich nur darin, dass das als Wahlprogramm für die nächste Wahl also mit aufgenommen werden sollte. Und mein Vorschlag da, wo war eben ein Freizeit- und Erholungspark mit einer historischen Ausstellung, also über Luftfahrt und mit einem Memorypark. Das wird in kleinen Gruppen noch besprochen. Mehr wollte ich hier nicht sagen und freue mich, dass ich überhaupt hier ans Mikrofon durfte und wünsche einen guten Erfolg und Verlauf dieser Delegierten Tage. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann werten wir das Zeichen von Peter als Zurückziehen des Dringlichkeitsantrages. Gut, das war ein Ich-bin-einverstanden. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank. Und auch über die Dringlichkeit des zweiten Dringlichkeitsantrages, Flüchtlinge schützen, Verantwortung übernehmen von Scharnan, möchten wir bitten, dass die Dringlichkeit begründet wird. Wer mag, irgendeiner der Antragsteller, möchte da dementsprechend niemand die Dringlichkeit des Antrags begründen, dann möchte auch niemand dagegen. Doch, 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 doch. Scharnan, du hast das Wort, zwei Minuten zur Begründung der Dringlichkeit deines Antrages. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, der Antragsschluss für die Anträge zur LDK war ja an dem Freitag, an dem ich morgens dann vor dem Bundesrat im Regen stand und mir anschauen musste, wie ein Antrag entschieden wurde, dessen Ausgang ich mir nicht nur anders erwartet, sondern auch anders erhofft hatte. Und da war die Zeit dann wirklich sehr knapp, den Antrag noch rechtzeitig einzubringen. Deswegen haben wir den dann mit der Dringlichkeit eingebracht. Dass das Thema Flüchtlinge ein Dringliches ist, das muss ich, glaube ich, nicht mehr lange ausführen. Dankeschön. Applaus Gibt es eine Gegenrede zur Dringlichkeit? Das sehe ich nicht. Dann würde ich gerne über die Dringlichkeit dieses Antrages abstimmen lassen. Wer die Dringlichkeit beschließt, hebt bitte die Hand. Wer ist dagegen? Zwölf Gegenstimmen. Wer enthält sich? Bereit? 14 Enthaltungen. Damit ist die Dringlichkeit für diesen Antrag beschlossen. Vielen Dank. Applaus Das Präsidium schlägt euch nun vor, dass mit Verabschiedung der Tagesordnung der Antragsschluss auch stattfindet, mit einer Ausnahme. Wir schlagen euch vor, dass Änderungsanträge zu den Dringlichkeitsanträgen noch eingebracht werden können, bis zu Top 4 Haushalt. Damit geben wir euch genügend Zeit, euch den Antrag noch einmal anzuschauen und gegebenenfalls Änderungsanträge zu stellen. Ansonsten für alle anderen Anträge beschließen, würden wir euch bitten, den Antragsschluss zu beschließen. Für alle Änderungsanträge. Wer dafür ist, hebt die Hand. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit ist das beschlossen. Vielen Dank. Und dann kommen wir zum letzten formalen Punkt. Die Tagesordnung T01 neu liegt euch als Tischvorlage 3 vor. Wer mit dieser Tagesordnung? Einen Augenblick. Wir sind noch keine, wir sind noch nicht in der laufenden Abstimmung. Einen Augenblick bitte. Ja. Ja. Es gibt ein Geo... Ja, liebe Freundinnen und Freunde... Moment, Clemens hat das Wort zu einem Geschäftsordnungsantrag. Genau. Liebe Freundinnen und Freunde, gleich redet ja unser Bundesvorsitzender, Cem Özdemir, und ich möchte Aussprache zur Rede des Bundesvorsitzenden beantragen, aus folgendem Grund. Cem Özdemir wird ja auch gleich wieder den Kompromiss, den Kretschmann ausgehandelt hat, verteidigen. Und dort möchte ich ganz gerne, dass wir uns darüber austauschen können. Außerdem hier wurde ja eben vom Kreisverbandsvorsitzenden gesagt, dass wir Rückenwind brauchen von der Bundesebene. Und auch darüber würde ich ganz gerne mit dem Bundesvorsitzenden hier diskutieren. Vielen Dank, Clemens. Es ist, um das noch einmal klarzustellen, es ist Aussprache zur Rede des Bundesvorsitzenden. Beantragt zur Gegenrede zu diesem Geoantrag erteilen wir Bettina das Wort. Ja, Clemens. Das Thema Asylkompromiss ist zweifellos eins, das die Partei zu Recht gerade bewegt, weil sich für uns daraus Fragen ergeben. Aber auch Fragen, die jetzt nicht nur mit dem Thema Flüchtlingspolitik zu tun haben, sondern mit dem Thema Verhältnisbund, Länder und und und. Allerdings sind wir hier bei einer Berliner BDK und wir wollen uns eigentlich hier konzentrieren auf die sehr vielen Themen, die gerade für Berlin anstehen und die für uns jetzt wichtig sind für 2016 und angesichts des Stillstands in der Landespolitik, den wir gerade erleben. Wir haben einen Dringlichkeitsantrag soeben beschlossen, der Gelegenheit geben wird, zu diesem Thema, das dir wichtig ist, noch einmal zu reden. Und ansonsten finde ich, bist du erstaunlich prophetisch, ich persönlich weiß noch nicht, was Cem Özdemir alles genau erzählen wird. Wir hatten bisher nie politische Aussprachen nach unseren politischen Reden und ich plädiere dafür, das auch beizubehalten. Bei der BDK wird genügend Gelegenheit dafür sein. Damit stimmen wir jetzt über den Geschäftsordnungsantrag, wie wir ihn gerade vorgestellt haben, ab. Wer für den GO-Antrag ist, hebt bitte die Karte. Vielen Dank. Wer ist gegen diesen Geschäftsordnungsantrag? Vielen Dank. Enthaltungen? Damit ist der Geschäftsordnungsantrag abgelehnt. Wir kommen also zur Abstimmung über die Tagesordnung in der vorliegenden Form T019. Neu. Wer erteilt dieser Tagesordnung die Zustimmung? Der hebt bitte die Karte. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit ist bei wenigen Enthaltungen die Tagesordnung angenommen. Cem, ich erteile dir das Wort zum Tagesordnungspunkt 2, die politische Rede des Bundesvorsitzenden. Wir begrüßen dich ganz herzlich hier in Berlin. Dankeschön. 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 Danke. Ja, liebe Bettina, lieber Daniel, lieber Jörg, liebe Reinickendörferinnen und Reinickendörfer, liebe Delegierte aus Berlin, liebe... Ich dachte, man sagt immer die weibliche Form auch. Liebe Delegierte aus Berlin, liebe Gäste und vor allem liebe Gäste aus Klagenfurt, lieber Clemens. Erstmal will ich sagen, liebe Bettina, lieber Daniel, ich finde, macht es wirklich toll, wie ihr diesen Berliner Landesverband führt und organisiert. Gerade, dass ihr... Das war ja nicht immer so, wenn ich das als Außenstehende oder Gast sagen darf, dass der Berliner Landesverband mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht hat, dass er zusammenarbeitet und die Attacke vor allem Richtung politischen Gegner richtet. Das ist auch, glaube ich, euer Verdienst, dass das heute so ist. Und dafür wirklich herzlichen Dank. Und weil ihr das so gut macht, haben wir uns von der Bundesebene erlaubt, die Bettina zusätzlich noch in den Bundesvorstand zu nehmen, weil ich glaube, ein bisschen was von dem Spirit kann uns nicht schaden. Und auch dafür herzlichen Dank, dass wir die Bettina auch in den Bundesvorstand nehmen dürften. Und der Jörg hat ja gerade von der Gastfreundschaft in Reinickendorf gesprochen. Ich muss sagen, die Gastfreundschaft gilt für Schwaben auch in anderen Stadtteilen Berlins, beispielsweise in dem Stadtteil, in dem ich das Vergnügen habe, leben zu dürfen. Und lieber Clemens, wenn wir gerade bei der Gastfreundschaft sind, zu der gehört dann allerdings auch, dass der Gast normalerweise darüber bestimmt, worüber erredet und nicht andere. Und da bitte ich doch um Verständnis dafür, dass ich den Gesprächsinhalt meiner Rede doch ganz überwiegend selber festlege. Ja, 2014 ist ein besonderes historisches Jahr für uns, gerade auch für die Bündnisgrünen in Berlin. Viele von euch haben das vor fast genau 25 Jahren miterlebt, als am 9. November die Mauer gefallen ist. Wenn ich mit meiner Tochter heute durch Kreuzberg fahre und beispielsweise in der Dresdner Straße erkläre, dass da mal eine riesige Mauer stand, ist es kaum mehr vorstellbar. Und man kann sich eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass das mal der Fall war für die Generation der 15- bis 20-Jährigen, die damals noch gar nicht auf der Welt war. Das ist jetzt ein Protest gegen den Fall der Mauer oder ich verstehe es jetzt nicht ganz, aber wahrscheinlich muss man es auch nicht verstehen. Applaus 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 Ja, da ich, da zwei Luftballons habt ihr noch. Applaus Danke für die, Applaus Danke für die akustische Untermalung. Da ich gerade bei der Passage Fall der Mauer war, habe ich das jetzt so als eine verspätete Einheitsfeier interpretiert. Applaus Applaus Sehr gut. Applaus Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ihr seid da wirklich in der Tradition, auch was Bündnis 90 angeht. Das finde ich sehr, sehr gut. Was ich sagen will, liebe Freundinnen und Freunde, ist, dass wir auch 25 Jahre danach nach wie vor die Aufgabe haben, nicht zu vergessen, dass es damals unsere Freunde von Bündnis 90 waren, die die friedliche Revolution möglich gemacht haben, die friedlich protestiert und demonstriert haben und damit gezeigt haben, dass man mit zivilem Ungehorsam auch ein Unrechtsregime zum Einsturz bringen kann. Darauf sind wir stolz, liebe Freundinnen und Freunde. Applaus Denn wir sind die einzige Partei, die nicht einfach die Staatspartei umbenannt hat oder, und das will ich auch mal sagen, die Blockflöten einfach einverleibt hat und dann so getan hat, als ob man mit dem Vorgängsregime nichts zu tun hätte, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist ja nicht nur die Linkspartei, das ist ja nicht nur die Linkspartei, die da ein etwas zweifelhaftes Erbe angetreten ist. Wir haben unseren Namen geändert und haben das Bündnis 90 nach vorne gestellt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich finde es richtig, dass unsere Kollegen in Thüringen gerade mit der Linkspartei über die Bildung einer rot-rot-grünen Koalition verhandeln, damit ein Politikwechsel in Thüringen möglich ist. Ich finde es richtig, dass sie dort die Linkspartei aus der Komfortzone rausholen und abtesten, ob es geht mit denen. Genauso richtig ist es aber auch, dass sie darauf bestehen, gerade weil wir Bündnis 90 die Grünen haben und weil wir jetzt quasi 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben. Für uns war die DDR ein Unrechtsregime und ich begrüße es, dass die Linkspartei in Thüringen das auch so sieht. Und vielleicht sollte die Linkspartei im Bund sich die Linkspartei in Thüringen zum Vorbild nehmen. Das würde manches auch mit Blick auf 2017 einfacher machen. Liebe Freundinnen und Freunde, ebenfalls vor 25 Jahren ist ein Aufsatz des US-amerikanischen Intellektuellen Francis Fukuyama erschienen. Ihr erinnert euch sicherlich noch, das Ende der Geschichte wurde er damals genannt. Seine zentrale These lautete, dass der Liberalismus gewonnen, während totalitäre und autoritäre Systeme quasi für immer verloren hätten. Er hat das Ende der Ideologie verkündet und den damit unaufhaltsamen Aufstieg der Demokratien. Wir wissen schon lange, dass von dem Ende der Ideologien leider nicht die Rede sein kann. Dafür genügt ein schmerzhafter Blick in die Zeitungen oder in die Nachrichten mit Blick auf den Nahen Osten. Wer die menschenverachtende Ideologie und die umfassenden Gräuenteitel von Is, ich sage übrigens ungern islamischer Staat, weil das eine Verharmlosung ist, das ist kein islamischer Staat, das ist ein Missbrauch des Begriffs des Islams. Was die hier machen, das hat mit der Religion, mit dem Islam nichts, aber auch gar nichts zu tun. Das muss man auch sehr klar sagen. Und es verbindet sicher sieben Milliarden Menschen auf unserem Planeten, dass sie frei sein wollen. Gibt es überhaupt einen kraftvolleren Satz, als zu sagen, ich bin frei? Viele erinnern sich an den Satz von Martin Luther King damals im Lincoln Memorial, free at last. Wer will nicht in Frieden leben? Jeder Mensch will das sicherlich. Und trotzdem ist es so, dass nicht alle Menschen wollen, dass ihre Nachbarn, vielleicht sollte ich besser sogar sagen Nachbarinnen, frei leben können. Nicht alle wollen, dass Mädchen zur Schule gehen und Frauen selber entscheiden können, ob sie arbeiten, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten. Nicht alle wollen, dass Frauen selber darüber entscheiden können, ob sie heiraten, wen sie heiraten, wie sie heiraten. Und darum ist es so großartig, dass der Friedensnobelpreis 2014 an die pakistanische Menschenrechtsaktivistin Malata Yousaf Satsai und den indischen Kinderrechtsaktivisten Kai Lasch Satyarthi geht. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle an die beiden. Ich habe diese Verkündigung übrigens nicht nur so verstanden, dass es damit ein Signal sendet, dass Mädchen in die Schule gehen können dürfen und Kinder nicht in Sklavenarbeit gehören, sondern ich habe gerade, weil man Pakistanien in den Inder ausgesucht hat, das auch als eine Botschaft an zwei Atomstaaten verstanden, endlich abzurüsten, zusammenzukommen und ihre Probleme gut nachbarschaftlich zu lösen. Eine wirklich exzellente Wahl, liebe Freundinnen und Freunde. Aber zurück zu diesem sogenannten islamischen Staaten, der unter Missbrauch des Islams gegen unschuldige Menschen vorgeht und damit auch uns an unsere moralischen Grenzen bringt. Jeder und jede bei Bündnis 90 Die Grünen, ich glaube sogar, das kann man sagen auch für die anderen, ringt mit sich, was man tun kann angesichts der Bilder und der Meldungen aus dem Irak und natürlich auch aus Syrien. Wir fragen uns alle, was wir tun können, was Deutschland und was Europa tun kann. Das allererste Gebot ist sicherlich Menschlichkeit. Wenn Menschen so grausam leiden, dann muss Europa und muss gerade Deutschland als die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und mit der Geschichte, die wir haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele aus Deutschland damals Hilfe gesucht haben in anderen Ländern, manche Hilfe gefunden haben, zu viele keine aufnahmebereiten Länder damals gefunden haben. Und darum sind wir in besonderer Weise gefordert und es kann einen nicht zufriedenstellen, wenn die Bundesregierung das übliche Spiel macht, dass man verweist darauf, dass man doch schon so viele aufnimmt. Liebe Freundinnen und Freunde, sollen wir uns wirklich gegenseitig in der Europa vorhalten, wer mit absoluten Zahlen, anteilig zur Bevölkerungszahl, wie viele Menschen aufnimmt. Wenn man das übrigens machen würde, würde die Rechnung doch ziemlich anders aussehen. Denn dann sind Länder wie die Schweiz, wie Schweden und wie Belgien deutlich vor uns, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht. Ich bitte darum, dass man unbürokratisch Flüchtlinge aufnimmt, indem man beispielsweise dafür sorgt, dass die Syrer, die täglich zu uns kommen und sagen, lass doch bitte schön die Familienangehörigen, die wir dort haben, für die wir bereit sind zu sorgen, unbürokratisch zu uns kommen und erhöht die Kontingente für die Aufnahme von syrischen Flüchtlingen. Und macht es bitte nicht in einem halben Jahr, sondern macht es jetzt, weil die Leute jetzt unsere Hilfe brauchen, liebe Freundinnen und Freunde. Aber nicht nur Deutschland, sondern auch Europa muss seiner Verantwortung gerecht werden. In diesem Jahr standen mehr als 3.000 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer. Übrigens, die Zahlen derer, die in der Sahara elendig krepieren, die kennt keiner, die sind ungezählt. Und ausgerechnet jetzt verkündet die italienische Regierung, dass die Seerettungsmission Mare Nostrum eingestellt werden soll. Dabei hat Mare Nostrum dieses Jahr auf dem Meer über 90.000 Flüchtlinge retten können. Ich will mir gar nicht ausmalen, was das heißt, wenn die das nicht mehr künftig tun können. Es macht daher zornig und es lässt einen hilflos zurück, dass es in Europa angeblich nicht möglich sein soll, 6 bis 9 Millionen Euro zu mobilisieren, die Mare Nostrum jährlich kostet. Wenn wir das nicht schaffen, liebe Freundinnen und Freunde, dann ist die Europäische Union keine Werteunion mehr, sondern nur noch ein reiner Binnenmarkt. Das ist dann aber nicht das Europa für das Bündnis 90, die grün steht, liebe Freundinnen und Freunde. Und nur mal so zum Vergleich, weil wir in Berlin sind. Der nicht einmal funktionsfähige Berliner Flughafen kostet pro Monat allein 17 Millionen Euro für den Unterhalt. Ich meine, wenn man das in Relation stellt zu Mare Nostrum, dann fängt es an zynisch zu werden, weil man sich dann fragt, was ist ein Menschenleben Europa wert? Ich finde ja, da sind die Prioritäten falsch gesetzt. Und da werden wir so lange Druck machen, bis die Seenotrettung wieder aufgenommen wird. Das sind wir Europa, das sind wir unseren Werten, das sind wir all denjenigen, die Europa gegründet haben, als Wertegemeinschaft schuldig, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich will noch ein weiteres sagen, weil das in der Debatte zu kurz kommt. Wir reden sehr stark über die Probleme, die wir haben. Ich kriege das ja auch mit in Berlin und anderswo. Und das sind berechtigte Probleme. Weil ich will als Bundespolitiker sagen, ich wollte nicht die Probleme von vielen Kommunalos haben, die sie haben bei der Aufnahme von Flüchtlingen, bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Das sind ja oft so, dass man kurzfristig erfährt. Da kommen wieder welche, jetzt guckt mal, dass sie eine Lösung finden. Aber ich will das nicht verharmlosen. Aber versucht euch mal in die Lage derjenigen zu versetzen, die im Libanon, die in der Türkei, in Jordanien, Millionen von Flüchtlingen aufnehmen müssen. Kleine Länder, arme Länder. Ich glaube, viele würden sich die Probleme, die wir in Deutschland haben, dort vor Ort wünschen. Insofern müssen wir es auch mal in Relation stellen zu dem, was weltweit gerade passiert. Wir klagen aber, wir klagen auf sehr hohem Niveau in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu den Ländern, die wirklich die große Last der Flüchtlinge zu tragen haben. Und auch da sind wir aufgefordert zu helfen, damit diese Länder nicht zusammenbrechen. Sonst wird das Problem nicht kleiner, sondern größer, liebe Freunde und Freunde. Ich will aber auch in aller Deutlichkeit sagen, eine humanitäre und unbürokratische Flüchtlingspolitik ist unabdingbar. Aber sie ist keine Maßnahme gegen einen drohenden Völkermord. Es zerreißt uns alle, wenn wir sehen, dass die Ostchristen seit 2000 Jahren die Aramäer beispielsweise aramäisch die Sprache von Jesus Christus sprechen. Dass wir mit den Jesiden eine Kultur haben, von denen wir nur sehr wenig wissen bis jetzt leider. Ich möchte, dass diese Menschen mit ihrer Kultur, mit ihrer Sprache auch in Zukunft dort, wo sie leben, menschenwürdig und friedlich leben können. Es gibt in meinen Augen auch ein Recht auf das Leben in der Heimat, menschenwürdig und sicher, liebe Freunde und Freunde. Und auch das gehört dazu im Umgang mit ISIS, dass man das sehr deutlich sagt. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund der Bilder aus Kobane. Ich halte es für zynisch, was da gerade passiert. Die Vereinten Nationen, der Sicherheitsrat ist blockiert durch einen absurden Streit um das Vetorecht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, was übrigens auch mal fällig wäre, dass man das modernisiert. Die Amerikaner wollen außer Luftschlägen nichts machen. Die Deutschen können nichts machen. Und die Türkei schaut zu, liebe Freunde und Freunde. Und sie schaut nicht nur zu, was in Kobane passiert, sondern sie schaut auch zu, dass der Friedensprotest in der Türkei und uns Grüne muss, glaube ich, über die Natur der PKK niemand belehren. Aber es gilt eben auch das Wort von Itza Gravin, dass man Frieden mit seinen Feinden schließt. Mit den Freunden muss ich keinen Frieden schließen. Mit dem bin ich ja schon im Frieden. Deshalb war es richtig, dass die Türkei den Friedensprozess mit den Kurden gemacht hat. Nur dieser Friedensprozess, der droht gerade für lange Zeit kaputt zu gehen. Darum muss die Türkei endlich ihre absurde Politik ändern. Die Grenze offen für ISIS geht nicht. Die Grenze muss geschlossen werden für ISIS. ISIS muss in der Türkei bekämpft werden. Und umgekehrt muss die Grenze offen sein für Kurden, die zu ihren Freunden, Verwandten, Nachbarn gehen wollen in Kobane. Das wäre eine vernünftige Politik Ankaras. Alles andere ist nicht akzeptabel, liebe Freunde und Freunde. Und auch das will ich sehr klar dazu sagen. Das hilft jetzt kurzfristig nicht, aber trotzdem gehört es auf die Tagesordnung. Man muss schon auch mal mit den Golfstaaten Klartext reden. Man muss schon auch mal mit Saudi-Arabien Klartext reden. Und sagen, dass es nicht angehen kann, dass die ISIS aus diesen Ländern finanziell unterstützt wird. Und da reicht es mir nicht, dass die sagen, die Regierung macht es ja offiziell nicht. Ich will, dass auch verhindert wird, dass reiche Ölscheiß Gelder an die ISIS geben, damit dort Menschenrechtsverletzungen in barbarischer Form stattfinden. Das muss gestoppt werden. Und die Bundesregierung muss hier Klartext reden und endlich mal ihre Möglichkeiten nutzen. Das tut sie nämlich bis jetzt nicht, liebe Freunde und Freunde. Ich bin in die Grünen eingetreten, natürlich wegen der Ökologie. Aber ich bin auch in die Grünen eingetreten wegen der internationalen Solidarität und wegen der dritten Weltpolitik. Es gibt so viel mehr, wo Deutschland international Verantwortung übernehmen müsste und es nicht tut. Aktuell beim Thema Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika. Fast 4.000 Menschen sind dem Virus bereits erlegen und die Epidemie droht in manchen Regionen völlig aus dem Ruder zu geraten. Bereits im Juni, man kann das nachlesen, bereits im Juni hat Ärzte ohne Grenzen eindringlich vor dem Virus gewarnt und Hilfe gefordert. Die Große Koalition hat es lange Zeit ignoriert und straflässig unterschätzt. Ich meine, man fragt sich als Oppositionspolitiker, haben die denn gar kein Lagezentrum, wo solche dramatischen Epidemien zügig und sachgerecht eingeschätzt werden? Ärzte ohne Grenze sagt ja selbst, das ist nicht die komplexeste Krankheit, die wir haben. Eigentlich ist es relativ klar, was man tun muss. Und wenn man dann sieht, was da passiert oder nicht passiert, hat es mir schon fast geneigt zu sagen, das geht schon nahe an die unterlassene Hilfeleistung, liebe Freunde und Freunde. Ich will mal klar sagen, weil ich vorher von der Kommunalpolitik gesprochen habe. Ich glaube, jeder Gesundheitsdezernent, nicht nur Grüner, in irgendeiner deutschen Kommune könnte die Hilfe für Ebola aus Deutschland besser organisieren, wie die Große Koalition das gegenwärtig in Berlin macht, liebe Freunde und Freunde. Es kann nicht angehen, dass wir das in Berlin so versaubeuteln. Auch das ist der viertgrößten Volkswirtschaft. Nicht angemessen, liebe Freundinnen und Freunde. Danke. Applaus Wow, Respekt, was ihr alles mit Gimmicks hier habt. Hammer. Super. Internationale Gerechtigkeit hat auch eine wirtschaftliche Dimension. Es geht um Handel. Und gerade der europäische Binnenmarkt zeigt, dass freier Handel selbstverständlich große Chancen mit sich bringt. Länder, die Handel miteinander treiben, schießen gewöhnlich weniger aufeinander. Und Freihandel auf Augenhöhe hat immer auch was mit Friedenspolitik zu tun. Aber auch der internationale Handel braucht ökologische, braucht soziale Leitplanken. Und es braucht vor allem faire Rahmenbedingungen. Freihandelsabkommen, dass wir uns da nicht falsch verstehen, sind gut, wenn dabei die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher und demokratisch-rechtstaatliche Grundsätze nicht verwässert werden, sondern sogar möglicherweise gestärkt werden. Profitieren müssen dabei beide. Verbraucher und die Wirtschaft. Es kann nicht sein, dass ein Freihandelsabkommen in Hinterzimmern quasi unter Umgehung von Parlamenten und der Öffentlichkeit stattfinden. Es schürt Vertrauen, es schürt Misstrauen und es schürt dieses Misstrauen völlig zu Recht, liebe Freundinnen und Freunde. Und darum sagen wir, dass dieses Handelsabkommen CETA als auch TTIP in dieser Form unsere Zustimmung nicht finden kann. Als Stuttgarter, also quasi als jemand, der seinen Wahlkreis in der Stadt hat, wo das Auto maßgeblich erfunden wurde, muss mir niemand erklären, dass es Sinn macht, dass der Außenspiegel vom Daimler in den USA nicht nochmal neu zugelassen werden muss. Und umgekehrt muss mich auch niemand davon überzeugen, dass ein Crash-Test in den USA vermutlich nicht weniger sicher ist wie ein Crash-Test bei uns. Der muss nicht zweimal gemacht werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Nur was nicht geht, liebe Freundinnen und Freunde, das ist, dass sich Konzerne eine Parallelgerichtsbarkeit basteln lassen von Regierungen, um rechtsstaatliche Gerichte zu umgehen. Weder Europa noch die USA sind Bananenrepubliken. Hier braucht es keine Parallelgerichtsbarkeit. Und ich erwarte von Bundeswirtschaftsminister Gabriel, dass er nicht nur der Wirtschaftsminister der Konzerne ist, sondern auch des Mittelstandes. Und der Mittelstand sagt eindeutig, wir wollen dieses Freihandelsabkommen mit diesen Möglichkeiten für Konzernegerichte zu umgehen. Nicht. Es braucht es nicht. Und solange das drin ist, können wir da nicht mitmachen, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, der Autor Max Frisch, den, glaube ich, viele von uns kennen und verehren, hat mal gesagt, Demokratie heißt, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen. Das gilt für TTIP und CETA. Viele zivilgesellschaftlichen Organisationen haben sich und haben die europäische Bürgerinitiative auf den Weg gebracht. Die Kommission in Brüssel hat diese europäische Bürgerinitiative abgelehnt. Das ist wahrlich keine Maßnahme, wie man Vertrauen gewinnt, gerade hier, wo Vertrauen sehr stark zerstört ist. Ich will das auch sehr klar sagen. Es wäre ein Irrglaube, dass die Parteien allein der Hauptpfeiler der Demokratie sind. Parteien sind wichtig und unverzichtbar, aber es braucht eben auch die aktive Bürgergesellschaft. Es braucht die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Ohne das geht es nicht. Und wir Bündnis 90 Die Grünen haben einen besonderen Zugang, gerade wegen der Tradition der Bürgerbewegungen zu diesem Thema. Wenn die Wahlbeteiligung wie in Brandenburg und in Sachsen auf unter 50 Prozent fällt, dann kann uns das nicht ruhig schlafen lassen. Dann müssen wir uns überlegen, woran das liegt. Aber eine Antwort darauf ist sicherlich, dass Demokratie eben nicht nur alle fünf Jahre an der Wahl ohne statt zu finden hat, sondern dass wir dringend mehr direkte Demokratie brauchen. Auch dafür ist es Zeit in der Bundesrepublik Deutschland, dass die Bürger mehr über ihre Belange mitwirken dürfen. Auch dafür steht Bündnis 90 Die Grünen. Und wenn man das Volk befragt, kann man gewinnen. Da habt ihr in Berlin ja gute Erfahrungen. Wenn ich an das Tempelhofer-Feld denke, Glückwunsch dazu auch nochmal. Aber es gibt nicht nur gute Erfahrungen, auch das muss man dazu sagen. In Hamburg haben wir beim Thema Schulreform ziemlich eins auf die Nase bekommen. Und ich habe vorher gesagt, dass ich meinen Wahlkreis in Stuttgart habe, Stuttgart 21, hätte nicht nur ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber auch das gehört zur Demokratie. Wir sind nicht nur dann für direkte Demokratie, wenn wir gewinnen. Sondern wir sind auch dann für Demokratie, wenn wir nicht die Mehrheit bekommen. Es steht nirgendwo geschrieben, dass die Bevölkerung dümmer, blöder oder weniger informiert ist, wie Abgeordnete im Abgeordnetenhaus oder im Deutschen Bundestag. Darum ist es nicht ein Beispiel gegen direkte Demokratie. Sondern im Gegenteil, es ist richtig, dass wir mehr direkte Demokratie bekommen. Liebe Freundinnen und Freunde, der weltweite Krieg gegen die Drogen, das kann man glaube ich sagen, ohne eine parteipolitische Schablone ist gescheitert. In vielen Kriegen bewaffneten innerstaatlichen Konflikten in der Welt spielt die repressive Drogenpolitik direkt oder indirekt eine Rolle. Da muss man nur mal nach Mexiko schauen, da weiß man, wovon ich rede. Belege dafür, dass der Krieg gegen Drogen und die Kriminalisierung irgendeinen Nutzen für wen auch immer hat, begibt es bis jetzt nicht. Außer vielleicht für die Mafia. Aber das habe ich so verstanden, dass das nicht das ursprüngliche Ziel war. Niemand sollte den Konsum von Drogen verhärmlosen. Aber ich muss schon mal sagen, die Aufregung, um eine Cannabispflanze im Hintergrund eines YouTube-Videos zugegebenermaßen geschickt platziert, zeigt doch auch, wie absurd die geltende Gesetzeslage ist. Und darum müssen wir sie ändern, liebe Freundinnen und Freunde, damit dieser Schwachsinn endlich zu Ende kommt. Die Kriminalisierung der Konsumenten von Cannabis lässt sich nur mit einer ideologischen und irrationalen Drogenpolitik erklären. Die eine Droge, beispielsweise Alkohol, wird akzeptiert, während die andere Droge, Cannabis, mit allem, was wir gesellschaftlich zur Verfügung haben, verteufelt wird. Wer sich übrigens mit dem Thema mal weitergehend beschäftigen möchte und vielleicht noch ein paar Restzweifel hat, dem rate ich, dass er mal einen Blick wirft auf die Seite, ihr habt hoffentlich alle schon gegessen, www.münchenkotz.de, München mit U-E. Wenn man die Seite mal gesehen hat, da kotzt übrigens kein einziger, weil er irgendwie zu viel Cannabis zu sich genommen hätte, sondern die kotzen aus anderen Gründen. Und ich bin, glaube ich, ziemlich unverdächtig, als deutscher Bierbotschafter jetzt das hohe Lied zu singen, dass man irgendwie Alkohol auf dem Kieker hätte. Ich finde es schon nachgerade absurd, wenn in Bayern im Oktoberfest 7 Millionen Liter Bier ausgeschenkt werden, aber Kleinstkonsumenten ab einer Menge von 0,01 Gramm strafrechtlich verfolgt werden in München. Das müssen wir ändern, liebe Freundinnen und Freunde, und das werden wir ändern, wenn wir regieren. Menschen mit problematischem Drogenkonsum brauchen Hilfe. Sie brauchen nicht Gefängnisse. Sie brauchen keine Gerichte. Mehr als die Hälfte aller Betäubungsmitteldelikte sind Cannabisdelikte, und die meisten davon, das wisst ihr, Konsum nach. Es kostet den Staat Millionenbeträgen. Stellt euch mal vor, wir würden dieses Geld, was wir in einer Art Beschäftigungstherapie für die Polizei, für die Staatsanwaltschaft verwenden, in die Drogenprävention, in die Drogenaufklärung investieren. Da wäre es sicherlich sinnvoller investiert, und dafür setzen wir uns ein, liebe Freundinnen und Freunde. Zum Schluss. Die Wirtschaftsforschungsinstitute, ihr habt es sicherlich gelesen, haben diese Woche eine Konjunkturprognose vorgelegt. Es droht ein massiver Abschwung, und hier sitzt die Lisa. Ich glaube, du hast dich wahrscheinlich auch nicht darüber gewundert, dass die Bundesrepublik als erstes mal sagt, das liegt an der Welt. Das liegt an der globalen Situation. Jetzt sind wir alle, glaube ich, fair genug zu sagen, dass da sicherlich auch was dran ist. Man muss den Bericht auch mal weiterlesen. Denn die Institute sagen explizit auch, dass die Große Koalition mitverantwortlich ist für den Abschwung, den wir haben, und der droht möglicherweise noch schwimmer zu werden. Da hätte die Regierung vielleicht mal den Rat des ersten und sehr grünen Weisen hören sollen. Konfuzius hat mal gesagt, wer nicht an die Zukunft denkt, wird bald große Sorgen haben. Ich glaube, dass wir mit dieser Großen Koalition sehr große Sorgen haben werden. Darum muss es aufhören, dass die Rentenkasse wie von der Großen Koalition mit 160 Milliarden bis 2030 geplündert wird, und die eigentlich Bedürftigen, beispielsweise Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Arbeit zu machen, leer ausgehen. Diese Rentenreform hat mit sozialer Gerechtigkeit nichts zu tun. Das ist Lobby- und Klientelpolitik, die die Große Koalition hier gemacht hat, zulasten künftiger Generationen, zulasten der Haushalte. Mich erinnert das so ein bisschen daran, erst wird die Kasse geplündert, die Vorratskammer wird leer gefressen, dann lädt die Große Koalition zu einer Party ein und anschließend schickt sie den Teilnehmern der Party noch eine Rechnung. Wer das ändern will, soll die Bündnis 90 die Grünen stärken. Und dabei gäbe es, und dabei gäbe es genug Möglichkeiten zu sparen. Denkt an die ökologisch schädlichen Subventionen. Ich will, weil wir hier in Berlin sind, nur an eine erinnern, die mit unserem Nachbarland, mit Brandenburg zu tun hat. Ich meine, wie absurd ist denn das, dass wir den Klimagipfel in Paris vorbereiten, dafür kämpfen und uns freuen darüber, dass die Erneuerbaren dieses Jahr zum ersten Mal an erster Stelle sind, was die Energiequellen angeht. Und gleichzeitig schicken wir Milliarden in die Kohleindustrie, in die Kohlesubventionen, die die CO2-Emissionen hochgehen lassen. Man muss sich dann schon mal entscheiden. Entweder erneuerbare Energien, Energiesparen, Energieeffizienz oder die Alttechnologie Kohle. Beides zusammen geht nicht. Auch da haben wir einen klaren Kompass. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Cem, für deine... Applaus Lieber Cem, vielen Dank. Wir haben uns gerade verständigt. Parteivorsitzender ist der schönste Job der Welt, gerade bei einer lebendigen Partei. Das gehört dazu. Und uns wurde gesagt, Blumen gehen gar nicht, Cem. Du stehst auf andere Pflanzen. Und deswegen... Bitte schön hier... Applaus Ja, hallo Cem. Eine Handpflanze. Applaus Es ist ein Mädchen und vollkommen legal. Sie ist genehmigt nach § 3 Betäubungsmittelgesetz vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Bundesopiumstelle. Es war gar nicht so leicht, die Pflanze heute Morgen hierher zu bringen, nach Tegel. Die hatte einen unheimlichen Zug nach Kreuzberg-Friedrichshain, so Richtung Görli. Denn da gehören legale Handpflanzen in Zukunft hin. Ja, danke. Applaus Super, danke. Applaus 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 Vielen Dank, Cem, für deinen Blick auf die Welt und vielen Dank auch für den ganz besonderen Blütentraum, den die Berliner Grünen als Gruß senden. Wir würden im Top 2 jetzt aber vorfahren und einen spezifischen Blick dann auf Berlin noch einmal werfen und bitten unsere Vorsitzende Bettina ans Mikro nach vorn zur zweiten politischen Rede. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste dieses grünen Parteitags, Cem Özdemir hat soeben einen großen Bogen geschlagen und hat sehr schön verdeutlicht, weshalb die Große Koalition im Bund weder nachhaltig noch innovativ noch partizipatorisch Politik macht. In Berlin allerdings hat die Große Koalition mittlerweile offensichtlich den Versuch ganz aufgegeben, überhaupt Politik zu machen. Seit der Rücktrittsankündigung von Klaus Hoverreit ist der Senat im Stand-by-Modus und wartet gebannt auf das Ergebnis des Mitgliederentscheids der Berliner SPD über den Nachfolger des regierenden Bürgermeisters. Dazu sage ich an dieser Stelle nur, lieber Reit Saleh, lieber Jan Stöß, lieber Michi Müller, streng in der Reihenfolge der Bewerbung, wir wünschen der Berliner Sozialdemokratie eine gute und klare Entscheidung, möge der Beste gewinnen. Wir erwarten im Übrigen nicht, dass der künftige regierende Bürgermeister mit einer rot-schwarzen Koalition das umsetzt, was aus grüner Sicht die wichtigsten Aufgaben für diese Stadt wären. Wer eine ökologische und emanzipatorische nachhaltige Politik will, der muss dann schon grün wählen. Deshalb werde ich auch an dieser Stelle jetzt nicht ein grünes Regierungsprogramm aufzählen. Dreierlei allerdings, liebe Freundinnen und Freunde, erwarten wir vom künftigen regierenden Bürgermeister. Wer auch immer es sein wird. Es sind Erwartungen, die jeder verdammt ernst nehmen sollte, der an dieser Stelle Verantwortung für die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner übernehmen möchte. Erstens, wir erwarten, dass die Regierung endlich die Schätze dieser Stadt so achtet und pflegt, wie sie es verdient haben. Das sind an erster Stelle die Menschen, die hier leben. Sie sind der wahre Schatz dieser Stadt, denn sie schaffen diese Mischung aus Toleranz, Offenheit und einer gewissen Nachlässigkeit, bei mir würde man sagen Wurstigkeit, die die Menschen aus aller Welt hierher lockt und die dafür sorgt, dass sich hier noch auch Menschen wohlfühlen können, die wenig Geld haben. Es sind die Bewohnerinnen und Bewohner Berlins, die bereit sind, neue Wege auszuprobieren und ihren Lebensstil, neuen Anforderungen anzupassen. Bestes Beispiel dafür, die ständig wachsende Zahl an Menschen, die auf ein eigenes Auto verzichten und mit Fahrrad, ÖPNV oder auch Carsharing unterwegs sind. Die Entwickler und die Produzenten von alternativen Mobilitätsangeboten aus aller Welt beobachten so etwas mit höchstem Interesse. Denn sie wissen genau, dass man Visionen und Lösungen für die Mobilität der Zukunft und für die großen Metropolen nur vorantreiben kann, wenn es Orte gibt, wo diese Zukunft schon gelebt wird. Nur leider geht der Senat mit diesem Schatz grob fahrlässig um. Denn statt endlich mehr in Fahrradschnellstraßen, einen attraktiveren ÖPNV und mit besseren Umsteigemöglichkeiten zu investieren, setzt er weiterhin auf Großprojekte wie die A100 und auf Vorfahrt für Autos. Wir hätten in Berlin ein Ökomobilitätsfestival haben können, wo die Bürgerinnen und Bürger in einem begrenzten Raum und für eine bestimmte Zeit hätten ausprobieren können, wie sich Bewegungsfreiheit plus bessere Luft, weniger Abgase und mehr Raum für Begegnung so anfühlt. Statt sich aber aktiv und entschieden für diese Idee einzusetzen, hat der Senat zugelassen, dass die Initiatoren, angesichts der Hürden, auf die sie gestoßen sind, frustriert aufgegeben haben und das Festival jetzt in Südafrika stattfinden wird. Ein echter Schatz sind auch die engagierten Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen um die soziale Spaltung der Stadt. Und die verhindern wollen, dass die wirtschaftliche Dynamik und das Wachstum Berlins, das Rot-Schwarz nicht müde wird, zu preisen, an den Armen und Benachteiligten vorbeigehen. Einige von ihnen tun sich zusammen und gründen Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten. Und sie wollen Schulen gründen, die vor allem den Kindern und Jugendlichen zu einem guten Abschluss verhelfen, die auch trotz aller Schulreformen durchs Raster fallen. Statt aber solche Initiativen zu unterstützen und so auch zu fördern, bleibt der Senat aus ideologischen Gründen auf Abstand. Und er verweigert ihnen Sonderfördermittel, die eigentlich genau für Schulen gedacht sind, die unter solchen erschwerten Bedingungen arbeiten. Vielen Dank. Bei den Flüchtlingsprotesten der vergangenen Monate waren es immer wieder die Kirchen und ihre Wohlfahrtsorganisationen, Caritas und Diakonie, die dem Senat und den betroffenen Bezirken geholfen und Flüchtlingen Unterkünfte angeboten haben. Ob nach den Protesten am Brandenburger Tor, am O-Platz oder zuletzt wieder in der Gürtelstraße in Friedrichshain. Statt aber dann umgekehrt auch die Kirche zu unterstützen oder den DGB, wenn sie im Umgang mit den Protesten nicht mehr weiterkommen, tut der Senat so, als ginge ihnen dieses Thema nichts mehr an. Ich rede jetzt hier mal nicht länger von all den Menschen, die auch alternative Ideen für Stadtentwicklung hätten oder bereit wären, soziale, ökologische Bauprojekte zu realisieren, denn davon wird nachher noch genug die Rede sein. Ich komme zu zweiten Erwartungen, liebe Freundinnen und Freunde. Es gibt nämlich einen weiteren Schatz, den die nächste Landesregierung endlich lernen muss, zu hüten und zu nutzen. Ich spreche von den Landesunternehmen. Dabei geht es um Schätze im Wortsinn, denn in den öffentlichen Unternehmen steckt das Vermögen dieses Landes. Und gerade in Zeiten der Schuldenbremse steckt darin auch ein Großteil unserer zukünftigen Gestaltungsmöglichkeiten. Gute öffentliche Unternehmen sind nicht nur für die tägliche Daseinsvorsorge wichtig. Sie können auch Partner sein für mehr Lebensqualität in der Stadt. Natürlich kann die BVG viel tun, um den Menschen den Umstieg auf Ökomobilität zu erleichtern. Natürlich könnte man mit BSR und Wasserbetrieben in Sachen Kreislaufwirtschaft vorankommen. Man kann sich da sehr, sehr viele sehr spannende und wichtige Dinge vorstellen. Kurz, wir finden es gut, wenn mit den öffentlichen Unternehmen jetzt wieder Politik gestaltet werden soll. Allerdings muss man dann auch wissen, was man mit diesen Unternehmen eigentlich will. Für uns sind Rekommunalisierungen kein Selbstzweck. Grüne Rekommunalisierungen müssen finanzierbar sein. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis muss stimmen und vor allem müssen sie spürbare ökologische und soziale Verbesserungen für die Berlinerinnen und Berliner mit sich bringen. Rot-Schwarz hat aber ein Klimastadtwerk gegründet, um einen Volksentscheid abzuwenden und zerlegt sich derzeit öffentlichkeitswirksam über die Frage der Gasnetzrekommunalisierung. Aber was diese öffentlichen Unternehmen dann auch konkret an Verbesserungen bringen sollen, steht in den Sternen. Das Klimastadtwerk ist zu klein, um zu leben und zu sterben. Und beim Gasnetz bleibt Rot-Schwarz die Antwort auf die entscheidende Frage bislang schuldig. Wie kann man eigentlich mit Hilfe des Gasnetzes die Energiewende vorantreiben, obwohl doch dadurch das Gas immer weniger gebraucht würde und der Ertragswert dann auch sinkt? Ich freue mich, dass wir hier später einen breit getragenen Antrag zum Thema Gasnetze diskutieren werden, der dann auch klar macht, was sinnvolle politische Kriterien für den Rückkauf des Gasnetzes sind. Der Senat dagegen nutzt die Landesunternehmen immer stärker, um den Haushalt zu schönen, indem die Schulden und die Ausgabenwünsche einfach in die Unternehmen ausgelagert werden und ihnen übergeholfen werden. Die Wohnungsbaugesellschaften werden verpflichtet, massiv in Neubau zu investieren und das über Kredite zu finanzieren. Ergebnis, es wird zwar gebaut, aber die dringend benötigten Wohnungen im unteren Preissegment für Menschen mit geringem Einkommen, die entstehen natürlich so nicht. Wer das will, der muss dann schon den Wohnungsbaugesellschaften auch mehr Förderung aus Haushaltsmitteln geben. Wir haben Vorschläge dazu gemacht. Das Klimastartwerk wird den Wasserbetrieben übergeholfen, die es gar nicht wollen, damit die Wasserbetriebe es dann mit den Finanzmitteln ausstatten, die die Regierung dafür aus Haushaltsgeldern nicht bereitstellen wollte. Wir erwarten, dass ein künftiger regierender Bürgermeister den Wert dieser Landesunternehmen nicht nur erkennt und erhält, sondern sogar steigert und ihnen zugleich die nötige wirtschaftliche Unabhängigkeit lässt, damit sie wirtschaftlich und unternehmerisch agieren können. Öffentliche Unternehmen als Melkkühe, das kennen wir in Berlin schon, dahin wollen wir auf keinen Fall zurück. Und drittens, alle diese Erwartungen sind nur fromme Wünsche, wenn der künftige regierende Bürgermeister seine wichtigste Aufgabe nicht meistert, endlich die Wahrheit über die Lage am BER zu sagen und darauf dieser Grundlage die richtigen Konsequenzen zu ziehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Insgesamt ist der BER schon heute mit drei Milliarden Euro teurer als 2009 veranschlagt. Es ist mehr als fraglich, liebe Freundinnen und Freunde, ob der Hauptstadtflughafen irgendwann noch schwarze Zahlen schreiben wird. Vorausgesetzt natürlich, er kann überhaupt in dieser Form an den Start gehen. Eine Wirtschaftlichkeitsstudie, die unsere Fraktion gemeinsam mit ihren Brandenburger Kollegen in Auftrag gegeben hat, kommt zu dem Schluss, dass der Flughafenneubauberat heute zu viel Geld verschlungen hat, als dass er das je wieder reinholen könnte. Einer der drei SPD-Kandidaten, immerhin Jan Stöß war es, glaube ich, hat sich jetzt zum BER-Aufklärer erklärt. Wir nehmen ihn beim Wort und wir gehen davon aus, dass diese Verpflichtung auch für seine Mitbewerber gilt. Denn das Mindeste, was die Menschen in Berlin erwarten, ist, dass endlich maximale Transparenz über die tatsächliche Lage am BER hergestellt wird und dass dann auf dieser Grundlage Entscheidungen getroffen werden. Es hat keinen Sinn, die Realität zu ignorieren und sich aus Angst vor dem Unvermeidlichen vor der Wahrheit zu drücken. Wahr ist, und damit komme ich zum Schluss, dass zum jetzigen Zeitpunkt niemand mit Gewissheit sagen kann, wann und wie der BER jemals fertig wird. Keiner weiß, was nach dem Auslaufen der Baugenehmigung im Oktober 2016 eigentlich passieren soll oder was es genau bedeutet, wenn der neue Technikchef Marx in einem Brandbrief jetzt von der anstehenden, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, Sanierung im Bestand redet und das bei einem Gebäude, das offiziell noch im Bau ist. Es ist deshalb falsch, sich weiter vor der Frage zu drücken, wie die Alternativen aussehen, denn Berlin braucht einen funktionsfähigen Flughafen. Vielen Dank. Vielen Dank, Bettina. Damit sind wir am Ende der politischen Reden angekommen und am Ende vom Top 2 und können jetzt in Top 3 einsteigen, Leitantrag, Stadtvertrag, Beteiligung. Dabei wollen wir euch zuerst das Verfahren vorstellen und dafür bitte ich um eure Aufmerksamkeit, weil das nicht ganz trivial ist. Und zwar ist es so, dass wir in dem Leitantrag einen Teil zu Olympia haben. In dem Leitantrag geht es aber nicht nur um Olympia, sondern auch um viele andere Beteiligungsthemen in der Stadt und deshalb schlagen wir als Präsidium euch vor, zwei getrennte Debatten zu machen. Also zwei einzelne Debatten, einmal allgemein zu dem Leitantrag ohne das Thema Olympia und danach noch eine anschließende Debatte zum Thema Olympia innerhalb dieses Leitantrages. Ich bitte noch mal um Ruhe, um Aufmerksamkeit, weil das, wie gesagt, nicht ganz trivial ist, was wir euch vorschlagen, damit das gleich alles reibungslos ablaufen kann. Wir würden jetzt in die Debatte gleich einsteigen zum Leitantrag. Dabei, den Leitantrag findet ihr in der Tischvorlage 1 und dort findet ihr auch die Anträge zu Olympia, V5 und V06, die zurückgezogen wurden im Antragsverfahren und den V14, der sich auch dem Thema Olympia widmet. Das alles findet ihr in der Tischvorlage 1 und in der Antragsübersicht, die euch auch vorliegen müsste, findet ihr die Übersicht, was sozusagen alles übernommen, modifiziert übernommen wurde und was es noch für Abstimmungen gibt. Zum Verfahren schlagen wir euch vor, dass es am Anfang eine Einbringung gibt, zum allgemeinen Teil mit 10 Minuten, danach insgesamt 12 Redebeiträge, 3 gesetzte und 8 geloste. A je 3 Minuten. Für Änderungsanträge schlagen wir euch vor, Redezeit jeweils für pro Änderungsantrag und dagegen jeweils 2 Minuten. Und im Prinzip genau das gleiche Verfahren dann im Anschluss nochmal für den Olympia-Teil. Danach haben wir wieder 4 gesetzte Redebeiträge, und zwar wären das Ramona Popp, Jan Mutlu, Anja Schillhannik und Berner Graf und dazu wieder 8 geloste Redebeiträge a 3 Minuten. Wer diesem Verfahren so zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Bei einer Enthaltung ist das Verfahren dann so angenommen. Dann bitte ich Daniel um die Einbringung und danach kann sich bereithalten, Antje Kappig als erster gesetzter Redebeitrag. Ach so, dann kommen erst 2 geloste Redebeiträge und danach Antje Kappig. Das heißt, wer zu dem Leitantrag, zu dem allgemeinen Teil reden möchte, nicht zu Olympia, dazu gibt es später die Gelegenheit, der kann sich jetzt einwerfen. Hier vorne müssten dann gleich Boxen stehen, die nach Männlein, also offene, für öffene Beiträge und weibliche Beiträge gekennzeichnet sind. Daniel, du hast das Wort. Dankeschön, Carola. Ich darf euch den Leitantrag vorstellen, will aber ganz gerne anknüpfen an das, was Bettina auch gesagt hat. Bettina, in der Tat, in keiner Stadt der Welt wird Willy Brandt so schlecht behandelt wie in Berlin. Er muss ertragen, dass das meistverlachte Pleiteprojekt der Republik nach ihm benannt wird. Und er kann sich noch nicht mal zur Wehr setzen, wenn der aktuelle SPD-Landesvorsitzende ihn für seine politische Agenda einspannt und sagt, Zitat, Willy Brandt hat gesagt, mehr Demokratie wagen, damit machen wir jetzt ernst. Zitat Ende. Das ist wirklich niederträchtig, wenn man weiß, dass damit der SPD-Mitgliederentscheid gemeint ist. 17.000 SPD-Mitglieder dürfen entscheiden, wer nach dem Ende der Ära Wovereit Regierender Bürgermeister wird. 2,5 Millionen wahlberechtigte Berlinerinnen und Berliner Gucken in die Röhre. Wer das für mehr Demokratie hält, der glaubt wahrscheinlich auch, dass Castingshows mit Dieter Bohlen so etwas Ähnliches sind wie freie und geheime Wahlen. Ich glaube, Willy Brandt hat Anfang der 70er Jahre etwas anderes gemeint. Er hat gespürt, dass die Gesellschaft weiter war als große Teile der Politik und der öffentlichen Verwaltung. Er wollte Blockaden überwinden und mehr Offenheit im Miteinander von Staat und Zivilgesellschaft. Und dieses Anliegen ist heute mindestens so aktuell wie damals. Eine lebendige Demokratie entwickelt sich immer weiter. Und auch wir erleben heute, dass Bürgerinnen und Bürger mehr Transparenz, mehr Beteiligung, mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten wollen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und das finden wir Grüne richtig. Wer glaubt, dass durch zivilgesellschaftliches Engagement die repräsentative Demokratie gefährdet ist, hat nicht verstanden, dass Beteiligung keine Konkurrenz, sondern eine sinnvolle Ergänzung des Parlamentarismus sein kann. Was kann eigentlich Parteien in Zeiten, wo allgemein über Politikverdrossenheit gejammert wird, Besseres passieren, als wenn Menschen sich einmischen, mitreden und mitgestalten wollen? Aus grüner Sicht gibt es mindestens drei Gründe für gute Beteiligung. Erstens, gute Beteiligung ist das gute Recht der Bevölkerung, insbesondere bei Projekten und Entscheidungen, die sie und ihr Lebensumfeld unmittelbar betreffen. Zweitens, gute Beteiligung ist sinnvoll, denn die Bevölkerung kann dabei Ideen, Kompetenzen und Erfahrungen einbringen, von denen letztlich auch Politik und Verwaltung, auch wir als Grüne profitieren. Im gelungenen Beteiligungsverfahren lernen alle Beteiligten dazu und am Ende steht häufig ein besseres Ergebnis als das, was ursprünglich geplant war. Drittens, gute Beteiligung schafft Akzeptanz und stärkt die Demokratie. Zwischen den großen Protesten gegen Stuttgart 21, Sam hat es erwähnt, und dem Volksentscheid Tempelhof liegen vier Jahre. In denen dürfte auch der letzte begriffen haben, dass Stadtentwicklung gegen die Bevölkerung nicht funktioniert, gerade wenn es sich dabei um Großprojekte handelt. So viel zur Theorie. Kommen wir zur Praxis in Berlin des Jahres 2014. Ich finde, wir sollten anerkennen, dass es viele Menschen in dieser Stadt gibt, ich glaube, da sind auch viele hier im Raum, die sich redlich um gute Beteiligung bemühen. Es ist aber leider auch eine Tatsache, dass die meisten von Ihnen mit Beteiligung eher frustrierende Erfahrungen gemacht haben. Entweder findet Beteiligung in Berlin gar nicht statt oder erst viel zu spät, also wenn das Kind schon längst in den Brunnen gefallen ist. Gerade auf Landesebene tun manche immer noch so, als sei Beteiligung eine Art politischer Gnadenakt gegenüber der Bevölkerung, die man bei den wichtigsten Grundsatzentscheidungen sowieso am besten außen vorhalten sollte. Um das mal an einem Beispiel festzumachen, wisst ihr, was das bislang aufwendigste und öffentlichkeitswirksamste Beteiligungsverfahren der Großen Koalition war? Richtig, der sogenannte Bello-Dialog. Der Bello-Dialog für ein neues Hundegesetz. Und ich will es mir nicht mit Claudia Hämmerling verscherzen, aber es wäre doch schön, wenn SPD und CDU den Belangen der Menschen in dieser Stadt mindestens so viel Aufmerksamkeit widmen würde, wie der von Vierbeinern. Es ist also kein Wunder, dass die Berlinerinnen und Berliner, die sonntagsreden über Beteiligung auf Augenhöhe nicht mehr hören können. Denn die meisten von Ihnen haben dieselbe Erfahrung gemacht, die Silbel Klotz mal so schön formuliert hat, Augenhöhe bedeutet für diesen Senat einer sitzt und der andere kniet. Liebe Freundinnen und Freunde, das wollen wir anders machen. Und wir haben dabei als Grünen ein ambitioniertes Ziel. Wir wollen Berlin von einem Entwicklungsland zum Vorreiter bei der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger machen. Das setzt voraus, sich ehrlich zu machen und auch ehrlich zu sagen, was gute Beteiligung leisten kann und was sie nicht leisten kann. Beteiligung ist kein Ringelpiez mit anfassen, sondern harte Arbeit und das professionelle Aushandeln von unterschiedlichen Interessen. Beteiligung hat Grenzen, die spätestens dort anfangen, wo gesetzliche Vorgaben, finanzielle Rahmenbedingungen oder Grundrechte Dritter ins Spiel kommen. Und Beteiligung darf kein Mittel zur Durchsetzung von Partikularinteressen sein, so legitim die auch immer sein mögen, sondern muss dem Gemeinwohl verpflichtet sein. Wenn wir Grün über Beteiligung sprechen, sprechen wir deswegen auch immer über so langweilige Dinge wie Beteiligungsstandards, Formate und Verfahren. Das ist vielleicht nicht sexy, aber das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass alle Beteiligten wissen, woran sie sind. Und in anderen Bundesländern ist man da auch weiter als in Berlin. In anderen Städten hat man verstanden, dass man Beteiligung weder dem Zufall noch dem Gutdünken von Politik oder Verwaltung überlassen darf. Dort gibt es all das, was in Berlin fehlt, verbindliche Standards, klare Leitlinien, ein Maximum an Transparenz und frühzeitige Information. Der Kerngedanke dieses Leitantrags ist, auch Berlin braucht endlich solche Standards und Leitlinien, mit denen Beteiligung von der Ausnahme zu einer Selbstverständlichkeit bei Projekten der Stadtentwicklung wird. Wir wollen, dass Beteiligung bei allen Vorhaben von Anfang an mitgedacht wird. Wir wollen Mindestanforderungen und Qualitätskriterien, transparente Prozesse und verbindliche Verfahren. Wir wollen, dass Bürgerinnen, Politik und Verwaltung jeweils wissen, woran sie sind und was sie voneinander erwarten können. Und wir nennen das Stadtvertrag Beteiligung. Wir machen in diesem Antrag eine ganze Reihe sehr konkreter Vorschläge. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Ihr kennt den Antrag. Es ist unser Angebot an die Menschen in der Stadt, die sich an der Entwicklung Berlins aktiv beteiligen wollen. Wir wissen allerdings auch, allein ein Stadtvertrag reicht nicht. Es gibt auch Voraussetzungen. Und ich will eine, zumindest eine nennen. Eine wachsende Stadt darf ihr Personal, darf ihre Bezirksverwaltung nicht schrumpfen. Das ist ein Widerspruch in sich. Wer gute Beteiligung will, der braucht ausreichend und auch ausreichend qualifiziertes Personal. Und deswegen muss endlich Schluss sein mit dem Kaputtsparen der Bezirke und mit dem Personal kürzenden Bezirksverwaltung. Anders als beim Thema Beteiligung sieht es bei der direkten Demokratie in Berlin ein bisschen besser aus. Da war die Stadt im bundesdeutschen Vergleich sogar mal Vorreiter, ist aber inzwischen ins Mittelfeld abgerutscht. Wir Grüne wollen vor allem aus den Erfahrungen der zahlreichen Begehren und Entscheide in der jüngeren Vergangenheit lernen und schlagen in diesem Antrag eine ganze Reihe von Verbesserungen vor. Und ich will nur eine Forderung herausgreifen, weil uns da die Erfahrung lehrt, wie die Idee von direkter Demokratie von einem Senat auch ad absurdum geführt werden kann. Und das Beispiel ist der Volksentscheid Energie. Ich weiß nicht, Stefan Taschner ist, glaube ich, hier. Wir erinnern uns. Da hat die Große Koalition letzten Endes auf das gesetzt, was sich eigentlich für Politik verbieten sollte, nämlich auf eine niedrige Wahlbeteiligung. Anstatt den Volksentscheid auf das Datum der Bundestagswahl zu legen, wurde aus rein parteitaktischem Kalkül ein anderer Termin gewählt. Ich finde das undemokratisch und das wollen wir zukünftig ändern. Wir wollen eine verbindliche Neuregelung für die Terminbestimmung und Absprache mit Initiatoren ist einer der konkreten Vorschläge zur Weiterentwicklung der direkten Demokratie. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt Carola vorhin genau zugehört. Über Olympia werden wir später diskutieren. Von mir dennoch vielleicht ein paar Sätze an dieser Stelle im Rahmen der Einbringung des Antrags. Ich finde es gut, wenn SPD und CDU aus ihrer Niederlage beim Volksentscheid Tempelhof gelernt haben und sich beeilt haben zu versprechen, dass die Berlinerinnen und Berliner das letzte Wort bei der Frage einer Olympia-Bewerbung haben sollen. Wir Grüne sagen allerdings, sie müssen auch das erste Wort haben, also von Anfang an bei einer möglichen Bewerbung mitreden können. Unsere zweite Bedingung lautet, demokratische Standards gelten in dieser Stadt für alle, selbst für das IOC. Zu dem IOC vielleicht nur so viel. Es ist doch kein Zufall, dass sich mit der Absage von Oslo auch die letzte demokratisch regierte Stadt von einer Bewerbung für die Winter-Olympiade 2022 verabschiedet hat. Mit Geheimverträgen, Gewinngarantien, Steuervergünstigung, Bürgerrechtsbeschneidung und Gigantomanie verhält es sich, wie ich finde, wie mit Doping. Sie haben nichts, aber auch gar nichts mit der olympischen Idee zu tun. Sie verkehren sie sogar in ihr Gegenteil. Ich komme zum Schluss. Ich kürze es ab. Ich will noch kurz die dritte Bedingung nennen. Das ist eine Frage, die auf der Hand liegt, die uns interessiert, die, glaube ich, auch alle Berlinerinnen und Berliner interessiert, im Hinblick auf eine mögliche Olympia-Bewerbung und die lautet, was kostet das Ganze und wer zahlt dafür? Ich glaube, niemand hier im Saal aber auch niemand in der Berliner Politik wird sich am Ende auf die Straße stellen können und den Menschen erklären können, warum wichtige Investitionen, sei es in die Bildung, sei es im sozialen Wohnungsbau oder wo auch immer, ausbleiben, weil wir Olympia-quer finanzieren müssen. Das kann nicht der Sinn einer Olympia-Bewerbung sein oder einer Olympiade in Berlin. Wir haben also glasklare Bedingungen, an die wir eine Olympia-Bewerbung knüpfen. Wir stellen heute fest, keine dieser Bedingungen ist erfüllt und ich wage die Prognose, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, wird es in der Berliner Bevölkerung auch keine Mehrheit für eine Olympia-Bewerbung geben, geschweige denn ein Ja der Grünen. Zum Schluss noch mal der Versuch einer Ehrenrettung von Willy Brandt. Sein Mehr-Demokratie-Wagen, Zitat, kennt jeder, aber die wenigsten wissen, wie er damals seine Rede beendet hat. Die letzten Worte lauten nämlich, Zitat, wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig an. Zitat Ende. Und das machen wir, das machen wir als Grüne und das machen wir zusammen mit den Berlinerinnen und Berlinern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Damit kommen wir jetzt zu den ersten beiden gelosten Redebeiträgen. Danach geht es dann weiter mit Antje Kappek, dann folgen wiederum zwei geloste Redebeiträge, dann folgt Nilsson Kirchner und dann wieder zwei geloste Redebeiträge und zum Schluss Franziska einstellt wohlig und dann haben wir noch mal die Gelegenheit für zwei geloste Redebeiträge. Bisher haben sich drei Menschen in die Debatte, in die Boxen hier vorne eingeworfen. Also wir bitten hier vom Präsidium noch mal um Beteiligung, beim Thema Beteiligung. Werft euch gerne ein und beteiligt euch an der Debatte. Als erstes hat jetzt Katharina Piroth aus dem KV Tempelhof Schöneberg das Wort. Und danach kann sich bereithalten Petra Wandrei aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich brauche aber nur zwei. Liebe Leute, wir plädieren für das Absenken der Quoren bei Volksentscheiden, nicht aber für die grundsätzliche Abschaffung. Unser Ziel ist es ja, ein Zusammenspiel, wie Daniel eben auch richtig gesagt hat, von direkter und repräsentativer Demokratie und konsultativer Bürgerbeteiligung hinzukriegen. Dazu ist natürlich aktive Beteiligung notwendig. Die findet aber nicht überall statt. Wie wir eben auch schon gehört haben, oft nicht auf Berliner Landesebene, aber auch bei den letzten drei Landtagswahlen. war die Wahlbeteiligung nur um die 50 Prozent. Das ist viel zu wenig. Quoren schützen vor Spinnern, Extremisten und finanzstarken Lobbys. Das meinen die einen. In Bayern aber zum Beispiel, Hessen oder auch in dem Nichtflächenhand Hamburg liegen die Quoren deutlich geringer. Es gibt sie allerdings. Trotzdem findet dort keine Flutung der Parlamente durch unsinnige Initiativen statt. Ist mir jedenfalls nicht bekannt. Daniel hat es eben richtig gesagt, wir haben in Berlin nicht einmal ein effizientes Energiestadtwerk. Engagierte Berlinerinnen und Berliner haben das Quorum dabei knapp verfehlt. Ja, das Absenken der Quoren löst unser Thema Bürgerbeteiligung nicht allein. Und nein, mit dem Thema der Quoren an sich können wir auch die nächsten Wahlen nicht gewinnen. Aber die Absenkung ist eine wichtige Voraussetzung für bessere und mehr Bürgerbeteiligung. Vielen Dank. Danke Katharina. Das waren in der Tat nur zwei Minuten. Ich bitte jetzt Petra Wandrei nach vorne. Du hast drei Minuten Petra. Und als Nächste kann sich bereit halten Antje Kappek. Liebe Leute, von unserem Kreisverband, dem Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf, stammt die Forderung im Text des Leitantrages, Bürgerentscheide auf Bezirksebene endlich verbindlich zu machen. Hiermit möchten wir als Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf unsere Erfahrung aus dem Bürgerentscheid ganz aktuell zur Kleingartenkolonie Oeynhausen in den Leitantrag einbringen. Tatsache ist, dass Bürgerentscheide auf Bezirksebene eine geringere Bindungswirkung haben als die Volksentscheide auf Landesebene. Sie haben in der Regel nur die Rechtswirkung von Empfehlungen. Der Bürgerentscheid zu Oeynhausen, jetzt im Mai dieses Jahres, den wir als Grüne in Charlottenburg-Wilmersdorf unterstützt hatten, war erfolgreich. 77 % der Abstimmenden waren für Erhalt der Kolonie. Dennoch ist die Umsetzung schwierig, da die Festsetzung der Kleingärten mit einem möglicherweise hohen Entschädigungsrisiko verbunden ist. Unser Bezirk hat kein Geld, wie so viele Bezirke in Berlin. Er kann eine möglicherweise millionenschwere Entschädigung nicht aufbringen. Die Sache ist noch nicht entschieden. Die Erfahrung lehrt uns jedoch schon jetzt, dass es ein ganz großer Mist ist, Bürgerinnen eine Entscheidungsmacht zu suggerieren, die sie im Endeffekt gar nicht haben. Enttäuschung und Politikverdruss sind so vorprogrammiert. Meiner Meinung nach ist es, solange man weiter nach der jetzigen Rechtslage verfährt, unerlässlich den Bürgerinnen vor einem Bürgerentscheid, dessen Grenzen ehrlich aufzuzeigen, auch seine mangelnde Verbindlichkeit. Wesentlich besser wäre es allerdings, Bürgerentscheide auch auf Bezirksebene endlich verbindlich zu machen. Hierzu würde allerdings eine Änderung der Bezirksgesetzgebung gehören. Auch die Rechte der bezirksverordneten Versammlungen wären zu stärken. Eine höhere Verbindlichkeit von Bürgerentscheiden in den Bezirken ist nicht nur eine gute, schon vorhandene grüne Position, sondern gehört nach unserer Meinung auch in den Leitantrag zum Stadtvertrag Bürgerbeteiligung. Verbindlichkeit ist unserer Auffassung nach der Dreh- und Angelpunkt vernünftiger Bürgerbeteiligung. Vielen Dank, Petra. Als Nächster hat Antje Kappeck das Wort und ich möchte euch noch mal bitten, hier vorne sind die Boxen, wer sich an der Debatte beteiligen möchte, kann sich gerne auf den grünen Zettelchen eintragen und dort einwerfen. Antje, du hast das Wort für drei Minuten. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, was Petra gerade, finde ich, sehr schön deutlich gemacht hat, Bürgerbeteiligung ist auch oft anstrengend. Und warum, fragt sich dann vielleicht der eine oder die andere, warum tun wir uns das eigentlich an? Ganz einfach, ich sage es euch. Weil selbst wir nicht immer alles besser wissen. Und das heißt, wir haben unseren letzten Wahlkampf unter dem Motto eine Stadt für alle geführt und hinter diesem Motto die tiefe Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass dreieinhalb Millionen Berlinerinnen und Berliner nicht nur sehr vielfältig sind, sondern dass genau diese Vielfalt auch eine Bereicherung für unsere Stadt ist. Wenn wir dieser Vielfalt und der Expertise, die dahinter steckt, endlich den Raum geben, die sie braucht, dann glaube ich, kommen auch die Repräsentanten der Demokratie, zum Beispiel im Abgeordnetenhaus oder in den Bezirken, endlich zu mehr Qualität bei ihren Entscheidungen. Liebe Freundinnen und Freunde, es lohnt sich deshalb, Politik gemeinsam mit der Stadt zu machen. Denn das bringt nicht nur mehr gesellschaftlichen Frieden als das Durchdrücken von Entscheidungen. Das führt am Ende dazu, dass die Entscheidungen von allen akzeptiert sind und dass sie vor allem gut sind. Daniel hat es schon angesprochen. Städte wie Heidelberg, Bonn, Leipzig machen es uns schon lange vor. Sie haben sich selbst Leitlinien für Beteiligung auferlegt. In Berlin ist man nicht nur Entwicklungsland in Sachen Beteiligung. Nein, man hat auch die landläufig vorherrschende Überzeugung, dass die eigenen umstrittenen Entscheidungen bloß nicht mit den Bürgern diskutiert werden sollen. Man könnte ja reinpunken. Liebe Freundinnen und Freunde, ich finde, das muss sich endlich ändern. Berlin muss endlich den Anschluss an den Rest der Republik schaffen und eine neue, eine ausgewogene Beteiligungskultur entwickeln. Denn die ganze Welt blickt auf Berlin, blickt auf die Stadt, die wächst, die inspiriert, die so viel Engagement und so viele kreative Köpfe nicht nur anzieht, sondern oft auch selbst hervorbringt. Also wenn, wenn überhaupt eine Stadt Vorbild sein sollte, dann doch bitteschön Berlin. Ich zumindest möchte, dass diese Stadt endlich aus dem Schneewittchenschlaf erwacht und eine Vorreiterrolle in Sachen Beteiligung übernimmt. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns gemeinsam Berlin zur Hauptstadt der Beteiligung machen. Das wird allerdings ein hartes Stück Arbeit, denn die SPD setzt weiter konsequent auf ihre Tradition des Durchregierens. Schlimmer als beim Volksentscheid Tempelhof hätten sie das nicht zur Schau tragen können. Und die Quittung dafür, für diesen schlechten Stil, haben sie am 25. Mai bekommen. Wenn ein Ereignis in den letzten Monaten Klaus Burwereit zum Rücktritt bewogen haben muss, dann würde ich sagen, die krachende Niederlage, die er bei diesem Ausdruck von Beteiligung der Berliner Bevölkerung erlitten hat. Ich glaube aber, der größte Erfolg Tempelhofs war nicht mal das spektakuläre Abstimmungsergebnis. Nein, der größte Erfolg ist, dass es jetzt endlich, dass jetzt endlich der Weg frei ist für ein exemplarisches, ein neues Beteiligungsverfahren. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, dieses neue Beteiligungsverfahren setzt Standards. Standards in der Stadtentwicklungspolitik, Standards für eine Beteiligungskultur in Berlin und dahinter kommt ein Stadtentwicklungssenator und gegebenenfalls nicht mal ein Bürgermeister Müller mehr hinter zurück. Das werden wir einfordern und das ist der Erfolg der Berlinerinnen und Berliner. Liebe Heinz, hier kommst du bitte zum Schluss. Ich gebe mir Mühe. Ich glaube, man muss nochmal sagen, lieber Müller, das hätten Sie auch schon früher haben können, aber manche Leute müssen eben erst die Hand auf die Herdplatte legen, bevor sie ihre Lektion lernen. Raed Saleh, auch das hat Daniel schon gesagt, hat diese Lektion bis heute nicht gelernt. Wir fordern nicht nur einen Stadtvertrag Beteiligung, wir fordern sogar ein Berliner Beteiligungsgesetz. Wir haben ein Transparenz-Informationsfreiheitsgesetz auf den Weg gebracht. Wie ihr seht, die Grünen legen vor, der Senat pennt noch immer. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst ihn uns gemeinsam aufwecken und Berlin zur Hauptstadt der Beteiligung machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Antje. Wir haben jetzt zwei weitere geloste Redebeiträge. Als erstes Oliver Münchhoff aus dem Kreisverband Schlottenburg-Wilmersdorf und als zweites kann sich bereithalten Stefanie Remlinger aus dem KV Pankow. Lieber Oliver, du hast für drei Minuten das Wort. Ja, herzlichen Dank. Also ich bin ja ganz überrascht, bin ja auch so schnell, dass ich schon hier stehen und reden darf. Lieber Daniel, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben häufig das Wort, lauter, so, ah, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in der Stadt und lieber Daniel häufig das Wort von Willy Brandt im Mund, das ist richtig. Denn Willy Brandt ist zweifelsohne ein Vorreiter dafür, Demokratie neu zu denken. Er hat übrigens auch gesagt, und das finde ich sehr, sehr schön, er hat auch gesagt, wir im Bundestag sind nicht die Auserwählten, wir im Bundestag sind die Gewählten. Das bedeutet, dass das, und ich darf euch gratulieren vom Landesvorstand für den Leitantrag, dass diejenigen sich in einer Verbindlichkeit gegenüber anderen nicht nur profilieren müssen für sich selbst, sondern für sie da sein müssen. Eben das, was man Gemeinwohl nennt. Und, deshalb habe ich mich eigentlich auch gemeldet, lieber Daniel, ich möchte gerne ergänzen und zwar von einem SPD-Politiker, der schon seit langem außer Dienst ist und der hat folgende Worte, die auf Berlin, glaube ich, für manchen SPD-Politiker ganz gut passen, gefunden. Schon vor langer Zeit habe ich mir den alten römischen Satz zur Richtschnur gemacht. Salus publica suprema lex, das heißt, das Gemeinwohl ist das oberste Gebot. Inzwischen habe ich begriffen, dass die Maxime vom öffentlichen Wohl als dem obersten Gebot für manche Politiker und ebenso für manche Menschencher nicht zu gelten scheint. Sie träumen von ihrer persönlichen Geltung, ihrer persönlichen Macht und auch ihrem persönlichen Reichtum und räumen dem offenbar vorrangige Bedeutung ein. Und zwar kann man aus Gründen der Vernunft und der Moral zu durchaus verschiedenen Meinungen darüber gelangen, was in der konkreten Situation im Sinne des Gemeinwohl geboten ist, aber ich habe im Laufe meines langen Lebens gelernt, sowohl die Demokratie im Inneren als auch der Friede im Äußeren verlangen die Bereitschaft zu Kompromiss und Toleranz. Der, der das gesagt hat, heißt Helmut Schmidt und er hat es in dem Buch geschrieben, außer Dienst. Wenn die SPD jetzt hier so weitermachen will, dann hat sie nur noch einen Weg, nämlich, dass sie außer Dienst gestellt wird. Das gilt auch für die CDU. Danke. Auf ein Gemeinwohl, Grün ist Gemeinwohl. Danke. Vielen Dank, Oliver. Als Nächster hat das Wort Stefanie Remmlinger und dann kann sich bereithalten Nilsson Kirchner. Und ihr könnt euch gerne weiterhin einwerfen. Ja, liebe alle, die ihr heute hier seid, ich habe ehrlich gesagt keine große Rede vorbereitet gehabt, aber es ist einfach so ein schönes Thema, da wollte ich doch ein paar Worte sagen. Ich wollte sagen, Bürgerbeteiligung ist eine ernste Sache, es ist eine unglaublich wichtige Sache und sie macht Spaß. Ich weiß, dass ein paar von euch, irgendein Teil von mir selber sich bei dem Wort Spaß an der Stelle vielleicht auch ein bisschen hinterfragt, aber ich sage das gerade, weil meine politische Sozialisation als Funktionsträgerin mit dem Moscheebau in Heinersdorf begonnen hat, mit dem Bau der Kastanienallee weiterging, ich eine Reihe von weiteren Bürgerbeteiligungsverfahren im Bezirk mitgemacht habe und weil ich deshalb weiß, dass alles, was in diesem Leitantrag steht und ich schätze die gesammelte Sachlichkeit und Differenziertheit, wohl ausgewogen richtig und wichtig ist. Ich weiß nämlich auch, dass zum Beispiel, dass Daniel und ich uns 2010 verabredet haben, einen Bürgerbeteiligungskongress zu machen, wir uns immer mal grinsend in die Augen schauen konnten bei der Frage, dass wir schon auch wissen, welche Schätzchen so ein Bürgerbeteiligungsverfahren sprengen können. Dass wir wissen, dass eine ganz, ganz schwierige, wichtige Aufgabe ist, die zu Wort zu bringen, die nicht von vornherein sehr Wort- und Bündnis- und Online-Kampagnen herstellungsfähig sind. Die zu Wort zu bringen, ist eine wirklich wichtige Aufgabe. Und ich bin auch glücklich, weil das so wichtig ist, dass wir das nicht nur als, das machen unsere Bezirke, wir das auch nicht hier als V-Antrag machen, sondern dass wir sagen, das ist eine zentrale Aufgabe eines regierenden Bürgermeisters, einer regierenden Bürgermeisterin, irgendwann kriegt man auch die, einen anderen Regierungsstil, einen anderen Politikstil auszubringen als den, an dem Woberei zuletzt aus meiner Sicht gescheitert ist, der nämlich sagt, Mut in der Beteiligung ist, wenn ich auch sage, dass es egoistische Bürgerinnen und Bürger gibt. Nee, liebe Freundinnen und Freundinnen, das ist doch, deshalb steht auch der richtige Satz drin, Partikularinteressen sind in diesem Staat was Normales. Man muss einen Bürgerbeteiligungsprozess eben so führen, dass alle Interessen zu Wort kommen, moderiert werden und dann am Schluss die Entscheidung eine bessere ist, als sie ohne diesen Beteiligungsprozess gewesen wäre. Und ich sage, dass die Kastanien erledigt, Nils von Kirchner sich selbst widerlegt hat mit seinem für mich legendären Satz, wir haben es noch nie geschafft, eine Straße zu bauen, ohne dass es jemand merkt. Wir sanieren seit zwei Jahren immer noch die Kastanienallee und ich glaube, ihr habt nichts mehr davon gehört in den letzten zwei Jahren, weil wir ein wesentlich, weil wir durch den Bürgerbeteiligungsprozess auch viel aufmerksam gemacht wurden. Und die Moschee in Heinersdorf, sie steht und nicht nur ist das Verhältnis zur Gemeinde intakt, sondern es hat sich einer der erfolgreichsten Bürgervereine inzwischen gegründet, der gleich noch alles andere, was in diesem Ortsteil wirklich besser zu machen war, in Angriff genommen hat. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, wenn wir wirklich von vollem Herzen mit Spaß und Begeisterung Berlin beteiligen, dann wird es entweder kein Olympia geben oder das beste Olympia, das die demokratische Welt je gesehen hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefanie. Als nächster hat das Wort Nilsson Kirchner. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will ja weniger über den Senat reden und was Sie alles von dem halten, das machen andere viel besser. Ich bin aus dem Bezirk Pankow, das ist ein stark wachsender Bezirk und da knallen die Interessen aufeinander. Und da bin ich dann schon beim Thema, bei der Beteiligung. Und umso besser finde ich es, wenn dieser Antrag, dieser Leitantrag, unsere Rolle hier neu definiert, dass er auch zur Selbstbesinnung, auch zur Selbstvergewisserung einlädt und dann Ziele formuliert und auch immer wieder das Gemeinwohl in den Vordergrund stellt. Das ist ja hier schon öfter auch dargestellt worden, weil auch im Bezirk Pankow geht es genau darum, um das Ringen zwischen Einzelinteressen und Gemeinwohlinteressen. Ich denke, wir leben in einem Grundirrtum. Unsere Welt, unsere Idee von Welt ist eine solidarische Stadt, rücksichtvolle und gemeinwohlinteressierte Bürgerinnen und Bürger, die auch bereit sind, konsensorientiert Konfliktlösungen herbeizuführen. Leider ist die Welt nicht immer so ideal, wie wir sie uns vorstellen. Ich will damit nicht gegenreden, dass wir unsere Vorstellungen und Ideale aufgeben sollten, aber mitunter stellen wir fest, dass gerade bei Beteiligungsprozessen oder Informationsprozessen beinhart um Interessen gerungen wird. Und da sollten wir dann auch das wahrnehmen und nicht davon ausgehen, dass das ganze Leben so solidarisch ist, wie wir es vielleicht hätten. Was ich immer wieder feststelle und deswegen finde ich den Antrag umso wichtiger, weil er auch für uns klarstellt, dass es um Interessen geht, dass es um das Aushandeln von Interessen geht, dass dies Arbeit ist, dass dies Aufwand macht, dass es nicht bloß Spaß macht, sondern teilweise dann auch bedeutet, dass man Verantwortung übernehmen muss. Und dieses Thema Verantwortung ist dann tatsächlich spätestens, wenn es um Entscheidungen geht, dann nicht mehr so einfach zu handeln. Mir gefällt an dem Antrag und deswegen möchte ich da kurz noch darauf eingehen, sehr gut die Sortierung. Auch das ist ein Prozess unserer Selbstvergewissung gewesen, das für uns mal klar geworden ist, was sind denn eigentlich die verschiedenen Ebenen der Beteiligung? Die Information, die Konsultation, die Beteiligung bei Entscheidungsprozessen und dann die demokratischen Entscheidungen von Volksbegehren und so weiter als Letztes. Mir gefällt, dass Grenzen aufgezeigt werden, weil ohne Grenzen geht das nicht. Wir werden auch mit unseren Vorstellungen Baurecht nicht ändern. Wir werden Umweltschutzbelange nicht ändern, trotz Bürgerentscheidung oder trotz Bürgerbegehren. Und wir werden, ein anderes Beispiel, Verkehrssicherheit nicht anders definieren wollen. Hier sind spätestens die Zielkonflikte deutlich. Letzte Bemerkung, Bürgerbeteiligung braucht Zeit. Hier stecken wir in einer Falle. Bürgerbeteiligung braucht viel Zeit, aber wenn es darum geht, auch Projekte voranzutreiben, dann sind wir mitunter auch genötigt, gerade in den Bezirken auf die Tube zu drücken, was dann gerne missverstanden wird, als wir wollen hier irgendwas durchpeitschen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns in der Partei, auch in den Kreisverbänden, auf unsere neue Rolle einstellen, wenn es darum geht, Respekt und Verantwortung, Respekt und Verantwortung, ja, ich höre jetzt auf, gegenseitig zu einer neuen gemeinwohlorientierten Planungskultur zu entwickeln in dieser Stadt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Nilsson. Als nächste geloste Redebeiträge haben wir Julia Gerometta aus dem KV Pankow und Jürgen Roth aus Tempelhof-Schöneberg. Julia, kommst du bitte nach vorne? Drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, wir feiern hier auch den Volksentscheid 100% Tempelhof. Diesen historischen Entscheid verdanken wir vielen und zuerst engagierten Menschen der wachsenden Initiative. Er ist ein Zeichen an die Regierenden dieser Stadt, die Berlinerinnen und Berliner nicht zu vergessen. Erstaunlich ist es doch unsere Stadt. Dieses Zeichen war bitter nötig. Die Regierenden wollten trotz unserer Versuche ja nicht auf die Berlinerinnen und Berliner zugehen. Sie haben das allgemeine Wohl aus den Augen verloren. Es zeigt, wie verdammt schwach Rot-Schwarz in puncto für die Bürgerinnen und Bürger agieren aufgestellt sind. Waren sie doch perplex, dass die Stadt sich auflehnt. Gegen Großprojektaritis, den Ausverkauf der Stadt, ihrer Häuser und Flächen, die an den Berlinerinnen und Berlinern vorbeigeht, den Wünschen, Notwendigkeiten sowie auch an den Stärken dieser Stadt mit ihrer bunten, wilden Mischung. Ich möchte einen Aspekt des Antrags, unserer Antwort darauf hervorheben. Die Vorhabenliste. Auf einer öffentlichen Vorhabenliste sollen Senat und Bezirke darstellen, an welchen Vorhaben sie arbeiten. Informationen dazu bereitstellen. Beteiligung anbieten. Schluss mit der von Rot-Schwarz in altbackener Manier von oben herab schlecht gemachten, spontanen Stadtentwicklung. Bezahlbarer Wohnraum, Unterstützung für Wohnungsgenossenschaften, Klimaschutz, wachsendes Stadtgrün und essentielles wie Schulen und Turnhallen. Bleiben im Gezänk der Koalition auf der Strecke und werden mit Beteiligungsbrosamen zugedeckt. Man denke nur an die nach den geltenden Regeln fast schon angedrohte Volksbefragung zu Olympia. Bezirke müssen heute Strafe zahlen, wenn sie Investorenbauanträge nicht schnell genug durchwinken. Sie benötigen wieder Geld und Personal, um überhaupt planen zu können. Dann findet sich, wie auch die neue Studie der Grünen Fraktion zeigt, plötzlich Baupotenzial ohne grünen Flächen zuzubetonieren. Viele Konflikte können gelöst werden. Davon konnten wir uns in der AG Bauen überzeugen, im Gespräch mit vielen Akteuren dieser Stadt. Schluss mit Beteiligungsbrosamen. Fordern wir es ein, bringen wir uns ein. Unterstützen wir den Antrag, der auch viele Anregungen und kleinere Änderungen aus der AG Bauen enthält, in der von der Antragskommission vorgeschlagenen Form. Dankeschön. Vielen Dank, Julia. Jetzt hat Jürgen Roth das Wort. Und als nächstes kann sich Franziska Eichstätt wohlig bereithalten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich denke, dass der Antrag, der uns heute vorliegt, eine, ich finde, verdienstvolle Geschichte ist. Ich hätte mir ganz persönlich gewünscht, dass er an manchen Stellen noch ein bisschen konkreter, noch ein bisschen präziser geworden wäre. Aber ich denke, der Antrag ist ein Zwischenschritt in der Diskussion und schließt die nicht ab. Von daher sollten wir das auch so als ein Angebot für die weitere Diskussion und für die Konkretisierung begreifen. Ich will mal einen Aspekt rausgreifen, mit dem ich ja nun auch politisch, persönlich verbunden bin. Das ist der Bereich der Informationsfreiheit und der Transparenz, der im Antrag mit zwölf Zeilen nicht gerade üppig versehen worden ist, aber es steht auch nichts Falsches drin. Ich will das aber noch mal ein bisschen vertiefen. Ich finde, dass wir hier in Berlin große Probleme haben, zum Beispiel öffentlich-rechtliche Verträge tatsächlich auch im Netz zu lesen. Also ich finde, da können wir von Hamburg lernen, da können wir auch von anderen Bundesländern lernen. Ich finde, es muss selbstverständlich sein, es muss klar sein, wer mit der öffentlichen Hand einen Vertrag schließt, muss auch bereit sein, sich nicht auf Betriebsgeschäftsgeheimnisse zu berufen, sondern diesen Vertrag eins zu eins ins Netz einzustellen. Sonst kann man die Verträge eben nicht schließen. Ich finde, das ist eine Voraussetzung dafür. Also ich habe damals für den S-Bahn-Vertrag 200 Euro bezahlt, fand eigentlich ein bisschen viel. Also ich finde, das sollte einer demokratischen Kultur in Berlin unnötig sein. Noch abschließend eine Geschichte, da kann ich an Nils und Kirchner anknüpfen. Und ich denke, wenn Sibyl Klotz gleich noch gelost werden sollte, was ich hoffe, wir werden da das gleiche Problem haben. Demokratie ruft auch die auf den Plan, die eigene Interessen vertreten. Und die sich gerne aufs Gemeinwohl berufen, aber ich sage mal, das Gemeinwohl eher im Munde führen als im Kopf. Und ich finde, wir müssen auch mal als Partei verstärkt den Mut haben, da besser zu differenzieren. Nicht jede Initiative ist tatsächlich gemeinwohlorientiert. Und nicht jede Initiative, zum Beispiel ein Projekt zu verhindern, macht das wirklich aus ökologischen Gründen, aus Gründen des Gemeinwohls, sondern auch aus ganz eigenen Interessen. Und da finde ich, ist die Demokratie mit ihren Verfahren sehr gut dabei, zu sagen, dann sollen die mal zeigen, ob sie wirklich eine Mehrheit haben. Wenn wir da eine Abstimmung machen oder Unterschriftensammlungen, da finde ich, bietet die Demokratie auch die Gelegenheit zu sagen, stehen denn wirklich die Leute hinter euch? Oder ist es eben nicht so? Also ich finde, Demokratie macht es auch schwieriger teilweise. Und ich finde aber auch, wir sollten die Gelegenheit tatsächlich an der Stelle nutzen. Demokratie schafft Klarheit, aber auch Legitimität. Und das setzt voraus, dass auch genügend Leute tatsächlich beteiligt sind. Aber das werden wir gleich bei der Quorum-Diskussion sicherlich noch vertiefen. Vielen Dank. Vielen Dank, Jürgen. Jetzt hat Franziska das Wort. Und an euch nochmal zur Erinnerung. Nach Franziska gibt es noch die Gelegenheit für zwei weitere geloste Beiträge. Also wenn ihr euch beteiligen wollt, könnt ihr euch gerne noch weiterhin in die Boxen einwerfen. Jetzt hat Franziska das Wort für drei Minuten. Danke. Danke, liebe Leute. Was wir hier heute verhandeln und hoffentlich auch beschließen, hat meiner Meinung nach sehr große Bedeutung. Und ich habe das Gefühl, hat tiefere Bedeutung, als wir uns selbst heute klar machen. Denn es geht nicht nur um die Landesebene, sondern es geht insbesondere um die Bezirksebenen. Und um alle Bezirke, in jedem Einzelnen haben wir keine soliden Verfahren für Bürgerbeteiligung. Und wenn wir das wollen, was wir hier stehen haben, dann heißt das, dass wir erst am Anfang der Diskussion stehen. Jürgen Roth hat das ja eben schon gesagt. Und ich werbe alle Bezirke, gerade jetzt in der Phase, wo wir mehr Wachstum, mehr Wohnungsbau und damit auch wieder neue Planungskultur entwickeln müssen, dass in den Bezirken das intensiv diskutiert wird, was hier steht. Also insofern, wir stehen am Anfang und nicht irgendwie, wir wüssten schon, wie alles so laufen soll. Der zweite Punkt, den ich sagen will, wer Bürgerbeteiligung will, muss auch die Bürgerstadt wollen. Und natürlich wollen wir, dass eine dreieinhalb Millionen Stadt auch eine Investorenstadt ist. Das können wir gar nicht ändern, das wollen wir auch nicht ändern. Aber wir wollen, dass nicht nur den Investoren der rote Teppich ausgerollt wird, wie das unser immer noch Regierender so oft schön gesagt hat, sondern wir wollen, dass endlich auch den Bürgerinnen und Bürgern und dem Gemeinwohl entsprechend der Teppich ausgerollt wird. Also diese Gleichheit, diese Waffengleichheit muss endlich hergestellt werden. Und jetzt zum Konkreten, wir haben sehr viel Erfahrung mit Bürgerbespaßung. Also wenn ich überlege, wie viele Veranstaltungen ich allein zum Thema Tempelhofer Flughafengelände mitgemacht habe, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hatte. Und dann hatte es zum Schluss die Konsequenz, womit wir auch Erfahrung haben, und das finde ich ja wunderbar, mit der direkten Demokratie. Aber in der direkten Demokratie kann nur entschieden werden, ja oder nein. Und wir haben gerade bei Tempelhof gelernt, dazwischen ist dann nicht viel. Und alle Bemühungen, was dazwischen zu thematisieren, sind ja dann an diesem Ja oder Nein gescheitert. Und darum ist es wichtig, dass wir wieder auf Landes- als auch Bezirksebene dieses dritte Instrument, was partizipative oder dialogische Demokratie heißt, dass wir da überhaupt neue Wege selbst erarbeiten und in die Bezirke und in die Landespolitik reintragen. Und dieses, um das Wie zu behandeln, daran muss wirklich was von anderen Städten gelernt werden. Und deswegen will ich nur mal sagen, denn das sind keine kleinen Bausteine, die da eine Rolle spielen. Stellt euch in euren Bezirken und auf Senatsebene vor, dass jedes Projekt und jedes Vorhaben in einer Vorhabenliste jeden Tag im Internet nachzulesen ist. Sagt mal, wie wir das in den Bezirken durchsetzen wollen. Allein das ist schon ein riesiger Baustein. Das nächste, das Thema, wie die Beteiligung organisiert werden soll. Sehr unterschiedlich kann das sein. Das dritte, wie verhält sich die Parlamentsentscheidung zu den Empfehlungen, die in einer Bürgerbeteiligung gemacht werden. Vielleicht heißt die Empfehlung, es soll eine direkte Demokratie darauf aufbauen und es soll nochmal einen Volksentscheid oder einen Bürgerentscheid dazu geben. Das heißt, das Instrumentarium, wenn das ernsthaft gewollt wird, ist nicht einfach. Es ist schon gesagt worden, es kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet Personal. Ja, ich komme zum Schluss. Und es kostet die Bereitschaft zu neuer, intensiver Planungskultur. Obwohl das wirklich alles ziemliche Anforderungen sind, möchte ich uns werben, das ist mein Schlusssatz, dass wir den Mut haben, hier von den Städten, die da weiter sind, zu lernen und Schritt für Schritt, das geht nicht von heute auf morgen, da voranzugehen. Und der Stadtvertrag soll heißen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir versprechen, dass wir daran arbeiten und dass wir das gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern tun. Dankeschön. Vielen Dank, Franziska. Wir haben jetzt noch zwei geloste Redebeiträge. Das ist einmal Astrid Schneider aus dem KV Charlottenburg-Wilmersdorf und Sibyl Klotz aus Tempelschön. Und ich möchte euch nochmal bitten, bevor diese beiden letzten Rednerinnen zu dem ersten Teil auf die Bühne kommen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, weil es ist hier sehr anstrengend, auch gerade aus Respekt vor denjenigen, die hier vorne die Reden halten. Und es gilt auch für die Leute, die sich im oberen Teil dieses Raumes befinden. Genau, das ist ein bisschen schade. Also der Rückzugsraum ist im Zweifelsfall dann doch ganz draußen und nicht diese Tribüne, weil man das hier unten doch sehr hört, wenn da oben auch gemummelt wird. Also falls ihr Gespräche führen wollt, macht das im Zweifelsfall draußen vor der Tür. Ich bitte jetzt Astrid Schneider auf die Bühne für drei Minuten. Herzlichen Dank und schön, dass ich auch noch Gelegenheit habe, hier zu sprechen. Ihr kennt mich alle als Energiepolitikerin, aber in den letzten Monaten habe ich mich auch, oder Jahren, durchaus engagiert bei uns im Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf zum Thema des Baurechtes mit diesem berühmten Bürgerentscheid um die Kleingartenkolonie Oeynhausen. Und ich kann euch sagen, ich habe schon viel gesehen, ihr wisst, ich habe mich mit der Atompolitik, mit der Kohlepolitik, mit allem beschäftigt, mit großen Lobbys gekämpft. Aber das, was wir hier erleben, hier im Bezirk, mit dem Skandal, möchte ich es nennen, um die Kleingartenkolonie Oeynhausen, das übertrifft an Kungelei, an Schummelei, an Blockade, an Investorenpolitik, an Konzernpolitik, alles, aber auch alles, was ich jemals gesehen habe, bisher in meinem politischen Leben. Ihr Lieben, deswegen möchte ich euch diese Geschichte in aller Kürze erzählen, weil ich glaube, wie unter einem Brennglas lässt sich hier beobachten, was in unserer Stadt abgeht. Und es lässt sich da ganz genau sehen, woran wir scheitern, wo es an der Politik hakt. Gerade deswegen, weil es um ein einziges Grundstück geht und darum, wie dieses gekauft wird, wie dieses verkauft wird, wie hier öffentliches Eigentum verbrannt und mit Füßen getreten wird. Und wie, ihr Lieben, auch unser Bürgerwillen hier mit Füßen bislang getreten wird. Der Fall lief so. Die Deutsche Post, wie ihr wisst, wurde privatisiert. Ich bitte um ein bisschen Ruhe, wenn das möglich ist, es ist uns echt sogar schwer zu sprechen. Danke. Also, die Deutsche Post wurde privatisiert mit ihr 2.000 Grundstücke der Deutschen Post in einem riesigen Paket an den amerikanischen Heuschrecken-Investor Lone Star verkauft. Darunter das 90.000 Quadratmeter große Grundstück der Kleingartenkolonie Öhenhausen für unter 600.000 Euro. In dem Vertrag zwischen der Deutschen Post und Lone Star wird mit Sicherheit drinstehen. Das Grundstück ist deswegen so billig, weil der Bezirk einen Bebauungsplansicherung als Dauer-Kleingartenfläche aufgestellt hat und weil die Sieben-Jahresfrist bereits abgelaufen war, wie auch der Senat schon festgestellt hatte, im Flächennutzungsplan, wo das ebenfalls als öffentliche Grünfläche dargestellt ist. Dann wird der Bebauungsplan im Aufstellungsverfahren von der Post gibt es einen Einspruch und dann von Lone Star gibt es einen Einspruch. Und Lone Star sagt dann, aber wir haben es zwar für unter 600.000 Euro gekauft, aber wenn ihr das festsetzt als Dauer-Kleingarten-Grünfläche, dann wollen wir über 30 Millionen Euro Entschädigung haben dafür, weil es wäre ja ansonsten doch kostbares Bauland. Dann sagt der Bezirk, oh Hilfe, das ist aber eine so hohe Entschädigungssumme, das können wir ja nicht aufbringen, also ist es uns rechtlich gar nicht mehr möglich, das festzusetzen als Kleingartenland. Ich komme auch gleich zum Schluss. Dann geht der Investor zum Stadtentwicklungssenator Müller und sagt, lieber Herr Müller, was machst du? Deckst du das Risiko für den Bezirk ab über eine Sicherung einer möglichen Entschädigungssumme oder überlässt du ihn uns zum Futter? Und der Stadtentwicklungssenator Müller sagt dann, ich bin für Bebauung, mach ruhig Investor, du kannst den Bezirk gerne erpressen, wir werden ihn da nicht raushauen. So ist die Lage. Ich komme zum Schluss. Und ihr Lieben, dann gibt es einen Bürgerentscheid mit über 75 Prozent der Bürger, die sagen, wir wollen die Kleingartenfläche trotz bestehender Risiken, finanzieller Risiken sichern. Und dann sagt der SPD Bausunft, bestehend aus Baustadrat, aus Stadtentwicklungssenator und der herrschenden SPD im Abgeordnetenhaus, wir hauen den Bezirk da nicht raus, wir treten dem Bürgerentscheid mit Füßen und Bezirk strampel du mal und sieh mal zu, wie er klarkommt. Ihr Lieben, es wird Zeit, dass wir unsere Stadt, ich komme zum Schluss, letzter Satz, es wird Zeit, dass wir unsere Stadt und unsere lokale Demokratie nicht mehr den Investoren zum Fraß vorwirfen und es wird Zeit, dass wir gegen diesen Sumpf aus Investoren und Politik vorgehen, mit dem Recht der Bürger. Und dafür brauchen wir in Charlottenburg-Gülmersdorf auch zugemütig eure Unterstützung. Danke euch. Vielen Dank, Astrid. Als letzte Rednerin vom ersten Teil der Debatte zum Leitantrag hat jetzt Sibyl Klotz das Wort. Du hast auch drei Minuten. Ja, liebe Leute, das ist ja wie ein Lottogewinn, dass ich noch bis zum Schluss aus der Kiste gezogen wurde. Vielen Dank dafür. Mir ist es wichtig, noch mal auf einige Punkte hinzuweisen, die ich für wesentlich halte beim Thema Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung bleibt ein Lippenbekenntnis, wenn in Berlin nicht die Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt werden. Das ist absolut wahr und ich sage euch, in den Bezirken muss die Bürgerbeteiligung stattfinden, das ist richtig. Aber die Voraussetzungen dafür zu schaffen, das ist eine gesamtstädtische Verantwortung und die kann man nicht den Bezirken in die Schuhe schieben, sondern dafür steht der Senat in der Pflicht und wenn sich da nicht etwas ändert, dann sind unsere Mittel und Möglichkeiten in den Bezirken auch nur sehr begrenzt. Das will ich hier in aller Klarheit sagen. Uns steht in den Bezirken nämlich das Wasser mittlerweile wirklich bis zum Hals und von einer Augenhöhe, wo der eine kniet und der andere sitzt, kann schon lange nicht mehr die Rede sein. Der Bezirk liegt, er liegt. Wir haben keine Waffengleichheit, um diesen Begriff mal aufzunehmen, der hier angewendet wurde, mit Investoren. Wir haben nicht die Ressourcen, nicht die Berater, nicht die Gutachter und nicht die finanziellen Mittel, um dort wirklich gleichwertig aufgestellt zu sein und wir haben eine Menge Erfahrung gemacht und ich denke, es lohnt sich auch das anzugucken. Aber wenn wir das systematisch verankern wollen, stadtweit und das zu Standards machen wollen, dann braucht es ganz andere Ressourcen als die, die bis jetzt zur Verfügung stehen. Das ist der erste Punkt, der mir wichtig ist. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist, Bürgerinnen und Bürger sind nicht nur Menschen mit Zeitwohlstand, ohne Migrationshintergrund, materiell abgesichert, die sich beteiligen, sondern Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind auch die mit Migrationshintergrund, sind auch diejenigen, die nicht über so viel Zeit verfügen oder vielleicht auch nicht die Bereitschaft haben, sich da so zu engagieren. Ich glaube, wenn mehr Bürgerbeteiligung wirklich mehr Demokratie bedeuten soll, wenn es das wirklich mehr bedeuten soll, dann müssen wir viel stärker Menschen erreichen, die die Gesamtstadt repräsentieren und da gibt es noch einen deutlichen Nachholbedarf. Der dritte Punkt, der ist zwar selbstverständlich, aber es drängt mich Ihnen noch mal zu sagen, Bürgerbeteiligung löst nicht alle Probleme. Weil was ist, wenn ein Bürgerentscheid in der BVV angenommen und umgesetzt wird und 50 Millionen Euro kostet? Dann müssen wir entscheiden, wo die herkommen sollen. Und dann müssen wir entscheiden, welche Schule, welche Grünfläche dann nicht mehr diese Ressource bekommt, sondern der Bürgerentscheid dann umgesetzt wird. Und ich finde, wir dürfen uns vor dieser schwierigen Frage nicht drücken und müssen dem ins Auge blicken. Das ist eben wirklich nicht ganz einfach. Und der letzte Punkt ist, ich hätte noch einen mehr gehabt, aber ich will einfach noch mal sagen, es geht wirklich ums Gemeinwohl. Es geht ums Gemeinwohl und nicht um Einzelinteressen. Es geht um Aushandlung von Gemeinwohl. Und das ist mein Rat, weil da gibt es unterschiedliche Interessen, die auch berechtigt sind. Diejenigen, die die Rampe in den Park haben wollen, weil sie mit ihrem Rollstuhl dort hochfahren wollen, haben ein berechtigtes Interesse, genau wie diejenigen, die sagen, wollen wir nicht die Spontanvegetation schützen, die verschwinden muss, wenn diese Rampe gebaut wird. So, dieses Gemeinwohl wirklich auszuhandeln und zu vertreten, das ist, denke ich, als ehrliche Makler unsere Aufgabe. Und das ist etwas, dem wir uns verpflichten sollten. Und da stehen wir nicht am Anfang, sondern da haben wir viele und gute Erfahrungen, auf die könnten wir zurückgreifen. Vielen Dank, Sibylle. Damit sind wir jetzt am Ende der Aussprache zum ersten Teil angekommen und würden in das Verfahren einsteigen, so wie wir das vorhin beschlossen haben. Dafür bitte ich die Antragskommission auf die Bühne, die uns vorstellt, was innerhalb des Leitantrages bis Teile 262, also bis zu dem Teil, wo Olympia anfängt, noch an Anträgen, was da eingebracht wurde, was übernommen wurde, was es noch für Abstimmungen gibt. Und dann werden wir darüber zunächst abstimmen, bevor wir dann zur Debatte und dann auch zu den Abstimmungen vom Olympia-Teil kommen. Ja, vielen Dank. Danke vor allen Dingen auch an all die ganzen Antragstellerinnen und Antragsteller, die fast alle, muss ich sagen, sehr, sehr konstruktiv waren und wir wirklich das auf eine sehr reduzierte Abstimmung und ich finde auch eine relativ klare Abstimmungsperspektive haben. Ich erspare euch jetzt bitte, dass ich jetzt alles vorlese. Ich hoffe, ihr habt alle die Antragsübersicht vor euch und konzentriere mich auf die Abstimmung, also die Punkte, wo es zu einer Abstimmung kommen wird. Das ist zum einen der Änderungsantrag 13-2. Da geht es um eine komplette Streichung eines ganzen Passes. Leider waren wir gestern nicht dazu in der Lage, darüber zu diskutieren, weil die Antragsteller nicht da waren. Deshalb müssen wir das heute abstimmen. Dann springe ich sehr weit und komme jetzt, da sind leider keine Seitenzahlen angegeben, komme aber zum Punkt Änderungsantrag 254-1. Da müsst ihr jetzt ein bisschen nach hinten blättern. Das ist die Rückseite der dritten Seite, ganz oben. Das ist eine inhaltlich sehr entscheidende Abstimmung, denke ich, wo es auch keine Kompromissmöglichkeit gegeben hätte. Das ist die Abstimmung über nur den einen einzigen Satz, den ihr hinten findet. Bei Volksentscheiden soll das Zustimmungsforum entfallen. Dann gibt es noch mal einen, ähnlich wie vorne, Streichungsvorschlag von Matthias Wittmer. Auch den müssen wir heute dann abstimmen. Zu allem anderen kommen wir dann nach der Olympiadiskussion. Ich hoffe, dass ich jetzt alle Abstimmungsgeschichten vorgetragen habe. Das waren die drei und insofern viel Erfolg bei der Abstimmung. Vielen Dank, Heiko. Dann stimmen wir jetzt über das Verfahren so ab. Wer einverstanden ist mit dem Verfahren, was die Antragskommission vorschlägt, also diese drei Abstimmungen, hebt bitte seine Karte. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann wurde dieses Verfahren jetzt so einstimmig beschlossen, sodass wir zur ersten Abstimmung kommen können. Dabei handelt es sich um den Änderungsantrag L01 E13 2 auf der ersten Seite der Änderungsantragsübersicht von Matthias Wittmer aus dem KV Pankow. Matthias, du hast zwei Minuten Zeit, deinen Änderungsantrag einzubringen. Danach gibt es für zwei Minuten Zeit für eine Gegenrede. Wer die Gegenrede hält, möge sich bereithalten und uns signalisieren, wer das ist. Liebe Freundinnen und Freunde, der Antrag ist ja sehr lang. Ich habe ihn versucht, ein wenig zu kürzen. Und zwar in der Zeile 13, in dem Absatz steht dieser Satz, dass die Demokratie in der Bundesrepublik in einer Krise ist. Ich sehe das nicht so. Was sollen die Griechen sagen? Und im letzten Absatz wird geschrieben, den ich streichen möchte, bis auf Zeile 35 bis 36, 17.000 Parteimitglieder, Daniel, du hattest es auch vorhin gesagt, darüber abstimmen dürfen, wer der nächste regierende Bürgermeister ist. Das ist nicht richtig. Sie dürfen darüber abstimmen, wer der Kandidat ist. Und das ist ein riesiger Unterschied, weil in unserer Demokratie hat das Parlament dieses Entscheidungsrecht. Ich finde diesen Unterschied sehr wesentlich und ich finde es auch falsch, denn wenn wir als grüne Partei, die wir mehr der direkte Demokratie wollen, sagen, das dürfen die nicht machen, die SPD, dass sie ihren Kandidaten in einer Mitgliederbefragung bestimmen. Wir sollten im Gegenteil, wir sollten im Gegenteil sehr genau beobachten, was dort passiert, was sich verändert und überlegen, wie wir, wie wir Bündnis 90 die Grüne in Berlin ein ähnliches oder besseres Wahlverfahren für unseren Kandidaten finden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Matthias. Die Gegenrede hält Daniel Wesener. Ja, lieber Matthias, du warst gestern beim Antragstellerinnen-Treffen leider nicht da. Deswegen kannst du es auch nicht wissen, aber beide Stellen, die du inhaltlich kritisiert hast, sind geändert. Der Satz mit der Vertrauenskrise ist rausgefallen und es gibt auch eine modifizierte Übernahme zum Thema SPD-Mitgliederentscheid. Also insofern sind wir da, glaube ich, im Antragstellerinnen-Treffen gut zueinander gekommen und haben diese beiden inhaltlichen Kritikpunkte von dir auch bereits im Sinne aller Betroffenen geglättet. Du streichst zwei Absätze. Kürzen ist immer gut. Ich finde, es ist die falsche Kürzung, denn es sind zwei Absätze. Der eine beschäftigt sich mit dem, was auch Cem Özdemir heute unter anderem erwähnt hat, mit dem Rückblick auf die Landtagswahlen, mit dem Thema Wahlbeteiligung und mit einer Situation, wo wir, glaube ich, als Partei, aber generell als Demokratinnen und Demokraten aufgefordert sind, nicht zuzuschweigen, sondern zu sagen, diese Form von Politikverdrossen und Parteienverdrossenheit, die müssen wir bekämpfen. Und der zweite Abschnitt ist eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Senat. Ich persönlich halte auch nichts davon, endlos auf dem politische Konkurrenz einzuprügeln, um sich dann selber den Himmel zu heben. Aber hier beschreiben wir, was in Berlin nicht stattfindet, beziehungsweise was falsch stattfindet. Wir reden über Tempelhof, wir reden über die Mankos, nicht nur aus unserer Sicht, sondern aus Sicht der Berlinerinnen und Berliner, was die Beteiligung, was die Demokratiepolitik des Senats angeht. Und ich sehe überhaupt keinen Anlass, das als Grüne zu verschweigen. Deswegen bitte ich euch, stimmt gegen diesen Änderungsantrag. Vielen Dank, Daniel. Wir sind sehr gut in der Zeit. Vielen Dank auch dafür. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über diesen ersten Änderungsantrag. Wer für den Antrag ist, den Matthias gerade vorgestellt hat. Hebt bitte jetzt. Matthias zieht zurück. Okay, vielen Dank. Matthias zieht zurück. Damit brauchen wir hier nicht abstimmen. Dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Der findet sich auf der Rückseite der Seite 3, wie Heiko vorhin so schön erklärt hat. Es geht um den Änderungsantrag L01, E254, 1 vom KV Neukölln und anderen. Und hier ist ein Teil modifiziert übernommen. Aber übrig geblieben ist die Abstimmung über den Satz, bei Volksentscheiden soll das Zustimmungsforum entfallen. Diesen Satz möchte der KV Neukölln und andere gerne drin haben. Und das bitte ich, innerhalb von zwei Minuten zu begründen und dem Präsidium zu signalisieren, wer die Gegenrede halten wird. Andreas, du bringst den Antrag ein. Andreas, du hast das Wort für zwei Minuten. Dankeschön. Liebe Freundinnen und Freunde, erinnert euch mal zurück ins letzte Jahr der Volksentscheid zum Energietisch. Und ich weiß noch ziemlich genau, wie wir da alle zusammen losgezogen sind und nach der schweren Bundestagswahl nochmal diese gelben Kleber auf die Bundestagswahlplakate geklebt haben. Und das Schöne war, dass wir das zusammen gemacht haben. Dass wir das mit ganz vielen Menschen in Berlin gemacht haben, die alle dafür gekämpft haben, dass da nachher ein Ja steht. Und genauso klar war auch das Ergebnis, was wir bekommen haben. 83 Prozent der Menschen haben Ja gesagt. Das sind 600.000 Menschen, die da abgestimmt haben und mit Ja gestimmt haben. Und trotzdem ist dieser Volksentscheid am Ende verloren gegangen. Und warum? Weil 0,9 Prozent gefehlt haben, um das Quorum zu erreichen. Bloß der 0,9 Prozent. Ich brauche überhaupt nicht sagen, warum das der Fall war. Das war der Fall, weil Bovereit und Henkel so lange rumgetrickst haben, bis sie am Ende, auf einem Termin direkt nach der Bundestagswahl gelegt hatten, dass die Leute erst gar nicht mehr hingegangen sind. Und ich sage euch, das ist genau der Weg, wie wir den Menschen die Demokratie abgewöhnen. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht mehr möglich ist in Berlin. Das heißt, das heißt natürlich nicht, das heißt überhaupt nicht, wenn wir jetzt, wenn wir sagen, dass wir das Quorum abschaffen wollen, heißt das überhaupt nicht, dass es keine Hürden mehr gibt. Wir brauchen im ersten, in der ersten Stufe viele Unterschriften, die eingereicht werden müssen. In der zweiten Stufe nochmal viel mehr Unterschriften, die eingereicht werden müssen. Das sind starke Hürden, dass nicht jede kleine Initiative zur Abstimmung gebracht wird. Aber trotzdem verstehe ich, wenn einige von euch vielleicht sagen, lasst uns doch das Quorum erstmal senken. Und dann schauen wir und dann testen wir. Aber gleichzeitig möchte ich euch auch sagen, dass wir überhaupt nicht mehr testen müssen. Wir haben Sachsen. In Sachsen gibt es schon sehr, sehr lange kein Quorum. Und es ist kein Problem dort. Wir haben Hessen. Auch dort gibt es kein Quorum. Wir haben Bayern. Wenn wir mal ganz nach unten in den Süden zur CSU schauen, auch dort gibt es kein Quorum. Es gibt kein Problem mit dieser Regelung. Das funktioniert trotzdem. Und wenn in Sachsen die CDU regiert, wenn in Bayern die CSU mit Horst Seehofer regiert, ich glaube, dann kann es für Berliner Grüne nicht zu weitgehend sein, hier eine Forderung aufzustellen, die bei der CSU in Bayern funktioniert. Und deswegen möchte ich euch bitten, dass wir uns... Andreas, kommst du bitte zum Schluss? Vielen Dank, Andreas. Die Gegenrede hält Jürgen Roth. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir müssen uns... Wir haben eben darüber gesprochen, dass wir das Verfahren für den Volksentscheid natürlich ändern wollen. Selbstverständlich wollen wir dafür sorgen, dass in Zukunft Abstimmungen gleichzeitig auch mit Wahlen stattfinden. Das ist ja alles auch Konsens. Aber ich finde, und der Änderungsantrag zeigt gut gemeint, ist leider eben nicht immer gut gemacht. Ein Volksentscheidverfahren hat immer zwei Komponenten. Einmal den Zeitfaktor, wie sich das Verfahren entwickelt, von der ersten Unterschriftenversammlung bis zur Abstimmung. Das dauert eine gewisse Zeit. Soll es auch, denn das Ziel ist, möglichst viele Menschen an diesen Abstimmungen zu beteiligen. Ich komme ja auch selbst aus der Volksentscheidbewegung und habe das so ein bisschen mitverfolgt, als damals auch mehr Demokratie gegründet wurde. Und ein Grundsatz ist immer, keine Partei und kein wohlhabender, reicher Verband darf für sich genommen und in der Lage sein, praktisch einen Volksentscheid zu kaufen, zu organisieren und zu machen. Nach dem Motto, wir brauchen nicht die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, wir brauchen nur diejenigen, die wir selber mobilisieren können. Und das, was hier als Änderungsvorschlag angedacht ist, liebe Freundinnen und Freunde, ist eine Einladung an ADAC und CDU, ihre Verkehrspolitik durchzusetzen. Denn das wäre dann bei einer Abschaffung des Quorums beim Volksentscheid natürlich dann das Ergebnis. Wir müssten wie bei ProRally jeweils eine Mehrheit dagegen organisieren, was auch nicht immer möglich sein kann. Also ich warne davor, das Ding bringt nicht mehr Demokratie, sondern es bringt im genaue Gegenteil. Es ist einfach das Drehen an einer falschen Stellschraube. Wir haben in Bayern völlig andere Verhältnisse. Wir haben in Bayern die Situation, erst mal in einem Flächenland, das ist ganz anders zu organisieren. Und wir haben zum Zweiten, zum Beispiel bei der Sammlung der Unterschriften, die Notwendigkeit, die in den Rathäusern abzugeben. Wir haben hier in Berlin eine freie Unterschriftensammlung, was völlig anderes. Also deshalb bitte ich euch dringend, diesen Antrag abzulehnen. Möglicherweise jetzt den von Katharina, der sagt ja nochmal eine Senkung auf 20 Prozent. Das ist sicherlich diskutabel, kann man drüber reden, aber nicht völlige Abschaffung. Vielen Dank. Vielen Dank Jürgen. Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer für den Änderungsantrag ist, den Andreas eingebracht hat, der hebe jetzt die Karte. Okay, vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Wer enthält sich? Also wir sind uns auf dem Präsidium eindeutig, dass der Änderungsantrag abgelehnt wurde. Falls die AntragstellerInnen das anders sehen, können Sie auch gerne nochmal nach vorne kommen und wir können das nochmal uns gemeinsam angucken. Das sehe ich nicht. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt und wir kommen zum nächsten Änderungsantrag. Das handelt sich um L01 258.1 von Matthias Sittmer, der wiederum einen Streichungsantrag stellt, für den er zwei Minuten Zeit hat, ihn vorzustellen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Zahlen 258 bis 261 ermöglichen das Recht, dass nach einem Volksbegehren der Inhalt geändert werden darf. Welches Tor wird da geöffnet? Ich sehe das kritisch. Wenn müsste das weiter genauer irgendwie inhaltlich bestimmt werden. Wir können in Teufelsküche kommen. Man kann als Antragsteller sich die Zustimmung des Volkes zu irgendeinem Inhalt holen und den dann danach, nachdem die Abstimmung gelaufen ist, ändern. Soll das möglich sein? Ich glaube, man muss bei jedem Antrag, bei jeder Forderung, die man formuliert, auch bedenken, zu welchem Missbrauch Sie das Tor öffnen. Aus diesem Grunde würde ich diesen Satz gerne gestrichen haben. Danke. Vielen Dank, Matthias. Die Gegenrede hält Dirk Behrend aus dem KV Kreuzberg. Liebe Freundinnen und Freunde, lieber Matthias, das Problem, was du beschrieben hast, ist ja erkannt. Und deswegen steht ja extra im Text drin, das hast du nicht vorgelesen, das selbstverständlich nur behutsam geändert werden darf. Und, Zeile 259, der ursprüngliche Kern muss erhalten bleiben. Also es geht in Zukunft nicht, dass man zum Thema A erst mal Unterschriften sammelt und dann hinterher das austauscht, ohne die Leute, die unterschrieben haben, und sagt, wir wollen jetzt Thema B. Das will niemand. Das ist keine direkte Demokratie. Das ist Trickserei, die man damit ermöglicht. Was aber nötig ist, ein bisschen mehr Flexibilität ins Verfahren zu bekommen, ein bisschen aufeinander zugehen ermöglichen. Denn wir glauben ja daran, dass der Austausch rationaler Argumente, was ja denn in dieser Parlamentsanhörung passieren soll, seine Wirkung hat. Und dann die Initiatoren womöglich sagen, okay, diese eine Position, das würden wir jetzt lieber anders formulieren wollen. Oder wenn da rechtliche Bedenken vorgebracht werden, dass man die aufnehmen kann. Diese Flexibilität hätten wir gerne im Verfahren. Das haben wir übernommen aus Hamburg. Das haben die Hamburger schon und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen wollen wir ein bisschen mehr die Möglichkeit eröffnen, dass Initiatoren und Mehrheit im Abgeordnetenhaus aufeinander zugehen und die beste Lösung finden. Das hätten wir bei Tempelhof uns gewünscht, dass es so was gibt bisher. Das gibt es bisher nicht im Verfahren und deswegen wollen wir da behutsam nachsteuern. Deswegen lehnt den Änderungsantrag bitte ab. Danke. Vielen Dank, Dirk. Damit kommen wir zur Abstimmung. Okay, Matthias zieht zurück. Das heißt, wir brauchen hier nicht abstimmen. Damit können wir... Damit steigen wir ein in den zweiten Teil der Debatte zum Leitantrag, in die Diskussion zum Olympiateil und ich übergebe an Bene. Vielen Dank, Carola. Liebe Freundinnen und Freunde, dabei sein ist alles. Und wir steigen jetzt ein in die Beratung zum Olympiateil. Hier haben wir vorgesehen vier gesetzte Redebeiträge, dazwischen immer jeweils zwei geloste. Die Boxen stehen auch für euch bereit. Beginnen wird gleich mit einer Redezeit auch von drei Minuten jede, jeder andere auch. Ramona Popp. Dann kommen zwei geloste Redebeiträge. Dann Öjan Mutlu, dann wieder zwei geloste. Dann Anja Schilhanek. Dann wieder zwei geloste Redebeiträge. Und dann kommt André Schulze aus dem Kreisverband Neukölln. Ich bitte euch, schmeißt euch ein in die Boxen. Und danach kommen wir in die Behandlung der Änderungsanträge. Jetzt aber die Leute ein bisschen Konzentration. Jetzt hat Ramona Popp das Wort. Bitte schön, Ramona. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Warte mal ganz kurz. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist jetzt ein kleiner Umbruch hier, aber man merkt doch deutlich, dass die Geräuschkulisse steigt. Aber bitte verlagert doch dann neben uns ein Zwischenspräch nach draußen, damit wir hier die Debatte konzentriert fortführen können. So, sonst warten wir auch noch eine Sekunde, bis Ramona hier beginnt. Oh, das war gut. Vielen Dank. Jetzt Ramona, bitte. Ja, vielen Dank. Liebe Freunde, liebe Freunde. Wir haben so eben über Bürgerbeteiligung diskutiert. Wir haben Vorschläge gemacht. Und ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir aus Tempelhof gelernt haben, im Gegensatz zu anderen, dass politische Prozesse sich öffnen müssen hier in der Stadt. Und dass vor allem Politik und vor allem Regierende Politik den Mut haben muss, auch ergebnisoffenen Diskussionen zu gehen. Was hat das mit Olympia zu tun, mag man sich fragen. An dieser Stelle möchte ich Zilman Heuser begrüßen. Ich habe ihn zumindest schon gesehen, der zum Thema Olympia die Beteiligungsplattform auf den Weg gebracht hat. Ja, Zilman da hinten ist, ich habe ihn gesehen. Das hat mit Olympia viel zu tun. Das hat vor allem mit Olympia zu tun, dass wir nicht nur mit einem schlichten Ja oder Nein die schlichte Frage beantworten wollen, wie es sich SPD und CDU hier zu leicht machen wollen. Wir wollen tatsächlich ernsthaft die Menschen beteiligen. Denn es gibt eine Skepsis in der Stadt, nicht zuletzt nach dem BRR. Und es gibt auch viele Fragen, Fragen, die im Übrigen auch wir zum Thema Olympia haben. Zum einen die Frage der Finanzierung. Nach langen Jahren von Haushaltskonsolidierung, wenn man sich in der Stadt umschaut, die Infrastruktur, um die steht das nicht zum Besten mit der Infrastrukturkoalition der sogenannten CDU und SPD. Und natürlich die Schuldenbremse, die wir alle vor Augen haben. Die Frage der Finanzierung ist eine zentrale und da sagen wir ganz klar, ohne Bund wird es nicht gehen. Es kann nicht sein, dass Berlin sozusagen Olympia bezahlt und der Bund sich einen schlanken Fuß macht. Wir sagen aber auch und vor allem, das ist viel wichtiger für uns, dass wir sinnvolle Investitionen sehen wollen in die Infrastruktur, in die Barrierefreiheit unserer Stadt und in den Wohnungsneubau. Wenn das mit Olympia geht, dann ist das eine unserer Bedingungen, unserer Voraussetzungen. Nachhaltigkeit wird groß im Munde geführt von der Regierung. Aber das reicht glaube ich nicht, allein auf Einwegbecher zu verzichten und zu sagen, man sei jetzt nachhaltig. Nachhaltigkeit heißt für uns, dass die Nachnutzung von allem, was bei Olympia gebaut wird, zentral sein muss. Und da frage ich mich schon beim Senatskonzept, in der bunten Broschüre, eine Milliarde Euro für temporäre Bauten, die man hinterher wieder abbaut. Das finde ich zu viel, das geht so nicht. Nachhaltigkeit heißt nach Nutzung in diesem Fall und dafür sollten wir uns einsetzen. Dritter Punkt, von Daniel angesprochen. Nach dem Rückzug von Oslo von den Olympischen Winterspielen 2022, müsste es eigentlich auch der Letzte sehen, vielleicht auch das IOC dann tatsächlich in diesem Fall. Dass Olympia und auch das IOC selber an einem Scheideweg stehen. Soll Olympia eigentlich zukünftig noch was für Potentaten, Autokraten und Diktaturen sein? Oder soll Olympia zukünftig auch für Demokratien noch ein Thema sein? Ich glaube, mit Blick auf diesen Senat und mit Blick auf Berlin kann man nur sagen und seine Hängepartie, Bürgerbeteiligung ist vor allem bei Olympia vonnöten, um den Finger in die wunden Punkte der Olympischen Spiele des IOC bislang zu legen und auch neue Ideen zu entwickeln für Berlin. Bescheidenheit, Nachhaltigkeit, warum eigentlich kein gratis Public Viewing überall in der Stadt, Transparenz bei der Kostenschätzung und die Wahrung der Bürgerinnenrechte in der offenen Stadt Berlin. Wir wollen diese Debatte führen, das sagen wir heute mit den Voraussetzungen, die wir heute formulieren. Wir wollen in die Stadt gehen, die Fragen aufnehmen, wir sind der ehrliche Makler, hat sie gesagt, das finde ich sollten in dieser Frage auch sein. Und ach ja, ein Hinweis Richtung Koalition noch vielleicht. Bitte kein Missbrauch von Olympia für Großprojekte, die ansonsten schwer durchsetzbar sind. Wir wissen schon, was gemeint ist. Da hat man von der SPD wieder Töne gehört, nach die Gallicörde Trapsen kann ich nur sagen. Ich glaube, Olympia sollte dazu nicht missbraucht werden. Und wir sagen heute ganz deutlich, der Berliner Senat hat nicht den Mut, Olympia wirklich anders zu denken. Dafür braucht es die Menschen hier in der Stadt und ihre Ideen, dafür braucht es Bürgerbeteiligung. Denn nach Sochi und Peking und allen anderen gibt es, finde ich, gefühlt ja eine Art von Sehnsucht nach einem ehrlichen, einem demokratischen Olympia der Vielfalt, der Völkerverständigung, der Begegnung. Und wenn man sie eben alle so hört, wie sie sagen, Berlins könnte sich glücklich schätzen mit Olympia, kann ich nur sagen, Berlin braucht Olympia nicht zum Glücklichsein. Aber Olympia braucht Berlin für die Vielfalt, für die Offenheit, für die Transparenz, wenn es um Demokratie und Völkerverständigung geht. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir hier machen sollten. Berlin kann sich glücklich schätzen zu diskutieren und Olympia kann sich glücklich schätzen, wenn Berlin sich bewerben möchte. Vielen Dank, Herr Melda. Liebe Freundinnen und Freunde, vor allem liebe Freundinnen, wir haben gerade eben eine wunderbare Debatte zum Thema Beteiligung geführt, die überquotiert war, wo sich mehr Frauen reingeworfen haben als Männer und haben wunderbar hingehauen. Jetzt haben wir gerade das Problem, dass sich bislang nur Männer in die Redekisten eingeworfen haben. Ich habe auch schon einen gelost für den kommenden Redebeitrag. Und während der Kollege Dirk Behrendt das Wort hat für seinen Redebeitrag, bitte ich noch mal ganz herzlich, alle Frauen sich auch einzuwerfen in die Debatte. Sonst kriegen wir ein kleines Problem mit unserer Frauen- und Redequote. Aber jetzt hat erst mal Dirk das Wort und bitte noch mal den Appell von mir ernst nehmen, liebe Frauen, werft euch ein. Jetzt du, Dirk, bitte drei Minuten. Dankeschön, liebe Freundinnen und Freunde. Es ging bestimmt vielen von euch so, als der Regierende Bürgermeister mit dem Olympia-Thema kam, dass es ein Aufstehen gab. Und man dachte, puh, warum denn nun schon wieder eine Olympia-Debatte? Und mir will, das ist ja offenbar ein Projekt dieses Senates, den nicht mehr viel zusammenhält, das kann man ja im Einheimen feststellen. Und was macht man, wenn man wenig Gemeinsames hat, dann setzt man auf Großprojekte. Das kennen wir aus der großen Koalition in den 90er Jahren. Und jetzt machen die das wieder und wollen sich quasi durch Olympia noch eine neue Legitimation geben. Und mir ist völlig schleierhaft, warum wir da eigentlich mittun sollen und warum wir das nicht nutzen, um den letzten verbindenden Kitt zwischen Rot und Schwarz zu sprengen und sie mit diesem Projekt an die Wand fahren zu lassen. Zweiter Gesichtspunkt. Auch in London, auch in Barcelona ist erzählt worden, wir wollen nachhaltige, wir wollen bescheidene, wir wollen finanziell tragbare Spiele. Das Ergebnis kennen wir. Und ich denke, wenn man die Leute aus London und Barcelona heute fragen würde, damals wurden sie ja nicht gefragt, ob es denn alles richtig war und ob sie den Versprechungen ihrer Regierungen und des IOC vielleicht nicht zu schnell geglaubt haben, dann würden sie sagen, wir wären gerne damals gefragt worden und wir hätten dann damals auch gerne Nein gesagt. Der dritte Gesichtspunkt übrigens zu dem Diktaturargument. Ich finde, das Diktaturargument, wir müssen uns quasi aufopfern, weil ja kein anderer mehr will. Jeder, der das bringt, möge mal ins Auge fassen, wo die Olympischen Sommerspiele beim nächsten Mal stattfinden. Das ist in zwei Jahren in Rio de Janeiro eine Demokratie, die hatten gerade Wahlen. Und das ist 2020 Tokio, Japan eine Demokratie. Also es stimmt schlichtweg nicht, dass sich niemand mehr findet. Es gibt demokratische Länder, die das machen wollen und wenn sie das machen wollen, sollen sie das gerne auch tun. Und das Schwierige, und diese Gefahr sehe ich tatsächlich, das Schwierige von differenzierten Positionen, die hier ja beantragt werden, ist, dass man von der falschen Seite vereinnahmt wird. Und das möchte ich euch vor Augen führen. Das ist die Broschüre des Senats zur Bewerbung oder vielmehr die Broschüre des Senats für die Bewerbung um die Bewerbung. Also das, was Wobereit und Henkel da im August vorgestellt haben. Und wenn man sich das anguckt, ein Thema ist ja die politische Unterstützung in dieser Stadt. Da findet man auf Seite 33, kann jeder nachlesen, kann ich auch gerne rumgeben, da findet man dann, dass von den fünf im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien vier Olympia wollen und eine nicht. Wir werden da also vereinnahmt für dieses Projekt, obwohl wir eine differenzierte Position dazu hatten. Und das möge mir mal jemand erklären, wenn wir hier heute auch eine differenzierte Position beschließen, wie das in Zukunft dann wirklich auch vermittelt wird, dass das auch ankommt und wir nicht vereinnahmt werden als Olympia-Befürworter. Ich danke euch. Danke, Dirk. Als Nächste hat das Wort Bettina Jarosz. Danach euch anrufen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es ist richtig, auch ich möchte nicht vereinnahmt werden von einem Senat, der einfach ohne uns zu fragen uns in einer Broschüre unter Ja, Juhu, wir sind für Olympia abstempelt und uns damit vereinnahmt. Das ist aber, glaube ich, wenn man unseren Antrag und unsere Debatte hier verfolgt, ist es nur sehr schwer aufrechtzuerhalten von Rot-Schwarz. Wir formulieren in unserem Leitantrag sehr, sehr deutliche Bedingungen. Wir sagen, dass die Olympiade in Berlin für uns überhaupt nur vorstellbar ist, wenn die Beteiligung gesichert ist, wenn die Finanzierung stimmt, wenn die Spiele ökologisch und nachhaltig sind und wenn das IOC sich reformiert. Ökologisch und nachhaltig bedeutet, wenn es ein Vorteil für die Stadtentwicklung Berlins ist, die wir sowieso, und das ist mir ein wichtiger Punkt, wenn die Olympischen Spiele praktisch die Stadtentwicklung, die wir sowieso brauchen für diese Stadt, wenn die denen einen Schub geben, dann kann das eine spannende Sache sein. Und wir kommen mit ein paar Dingen, die auch wir Grüne schon lang fordern in Richtung soziale Wohnungen, Wohnungsneubau, andere Mobilität, Inklusion und Barrierefreiheit, dann kommen wir da vielleicht voran. Aber umgekehrt würde das mit uns nicht gehen, dass nämlich eine Stadtentwicklung betrieben wird, nur für Olympia und wir stehen danach mit lauter Sachen da, die wir nie gebraucht hätten, die uns aber viel Geld gekostet hätten. Aber andersrum ist es eine spannende Debatte, die auch endlich mal vielleicht Bewegung bringt, in Dinge, die wir schon lange fordern, wo wir aber als Opposition immer scheitern. Und deswegen sage ich euch, ich finde es richtig, das offen zu halten bei aller Skepsis, die wir heute haben, ob das IOC wirklich reformierbar ist und ob der Senat das wirklich hinbringt, diese Art von Finanzierbarkeit und die Art von Stadtentwicklung. Aber ich finde es einfach viel zu wichtig, dass wir im Spiel bleiben, um diese Prozesse voranzutreiben, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist im Übrigen auch etwas, ich höre euren Applaus gerne, aber mir eilt die Zeit davon. Das ist etwas, was wir gerade uns als Oppositionspartei, was wir immer besonders gut konnten. Wir konnten gerade aus der Opposition heraus, indem wir Kriterien benannt haben, indem wir einen Gestaltungsanspruch hatten, dem die andere Seite sich dann nicht mehr entziehen konnte, ist es uns in unserer Geschichte immer gelungen, sogar aus der Opposition heraus zu gestalten. Und darauf möchte ich nicht verzichten, nicht jetzt schon, denn dafür, da wir haben noch sehr viel Zeit, es wird eine Beteiligung der Bevölkerung geben und wir werden uns auf jeden Fall positionieren. Und spätestens, wenn das IOC im Dezember sich überhaupt nicht bewegt, dann ist es für uns gar keine große Frage mehr, wie wir uns positionieren. Aber ich sehe überhaupt nicht ein, dass wir uns vorzeitig aus dem Spiel nehmen und dadurch diesen Gestaltungsanspruch, den wir besonders gut können, nicht nützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Bettina. Als nächstes hat das Wort Herr Jean-Luc Kuhl. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mal ein bisschen was Allgemeines zu Olympischen Spielen sagen. Die olympische Idee entspricht mit ihrer Botschaft des friedlichen Miteinanders im Sport, der Freude an der sportlichen Leistung, wie auch der Vorstellung eines fairen Wettkampfs der Nationen, einer Wunschvorstellung, die uns alle hier, glaube ich, verbindet. Und diese olympische Idee, die dient auch der Völkerverständigung. Aber dennoch, und hier wurde zu Recht Kritik geübt, dennoch fragen wir uns, hat denn Olympia heute mit der olympischen Idee noch viel zu tun? Und wir fragen uns das zu Recht, weil sich Olympia inzwischen zu einem Produkt entwickelt hat, das wie viele andere Produkte angeboten wird und einfach nur nachgefragt wird. Es ist ein Hochglanzprodukt, in dem die Sportlerinnen und Sportler nur Teil einer Hochglanzbroschüre geworden sind. All diese Kritik ist berechtigt. Aber die individuelle sportliche Leistung tritt leider in diesem Zusammenhang oft zu oft in den Hintergrund. Und wenn wir heute an Olympia denken, auch da ist die Kritik richtig, kommen einem erstmals Dinge wie Gigantomanie, Zerstörung der Umwelt und Natur, Verschwendung von Geld und Ressourcen, aber auch die Missachtung von Menschenrechten und die Duldung von Menschenrechten in den Sinn. Da habe ich überhaupt keinen Widerspruch. Und auch deshalb aber sage ich, müssen wir als Grüne uns auch einen Gedanken darüber machen, wie olympische Spiele aussehen müssten, wie olympische Spiele wieder derart gestaltet werden, dass sie der Idee, der olympischen Idee gerecht werden können. Und das schaffen wir nur, wenn wir, wie Bettina gesagt hat, im Prozess bleiben, uns an der Diskussion beteiligen und nicht mit einem kategorischen Ja das alles einfach abschließen. Und das ist auch deshalb wichtig, Dirk, auch wenn ich vieles deiner Kritik verstehe und auch vieles deiner Kritik unterstützen würde, Aber dennoch sage ich, es ist trotzdem wichtig, es nicht zuzulassen, dass Olympia, die olympischen Spiele zukünftig nicht nur noch von Diktaturen, von Oligarchen, von Ölstaaten oder Gasstaaten ausgeführt werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass Olympia von diesen Diktatoren und von diesen Staaten zur Selbstdarstellung missbraucht wird, wie Putin es mit in Sochi gemacht hat. Und ich bin der Meinung, dass wir uns an dieser Debatte aktiv beteiligen müssen. Wir reden heute über Beteiligung. Und Beteiligung ist es nicht, wenn wir einfach nur Nein sagen. Beteiligung ist es nur so, erreichen wir nur so, indem wir die Menschen mitnehmen in diesen Diskussionsprozess, indem wir über ein Ja oder Nein zur Olympia hinaus Gedanken machen mit der Stadtgesellschaft darüber, wie nachhaltige Spiele in dieser Stadt stattfinden können, was es für die Stadtentwicklung bedeutet, was es für die Verkehrsinfrastruktur bedeutet. Wenn wir das wollen, und dafür bin ich, dann müssen wir im Prozess bleiben und in dem Sinne bitte ich euch, diese Botschaft aus dieser LDK in die Stadt zu vermitteln. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Herr Oschern. Dann nochmal ein wirklich ernst gemeinter Appell von hier vorne. Wir haben hier als Motto Zuhören, Beteiligen und Demokratisch Mitentscheiden. Und ihr seht, das Zuhören steht da ganz vorne. Und es kommen hier gerade so ganz verlegen Leute an uns heran und sagen, Mensch, hinten ist doch ganz schön laut und es wäre doch schön, wenn der Geräuschpegel sinken würde. Und wir rufen dazu jetzt zum wiederholten Male auf, auch die Leute oben auf der Tribüne. Bitte seid etwas ruhiger. Sonst fangen wir an, jetzt Leute direkt anzusprechen und zu sagen, dass ihr bitte mit lauten, vor allem lauten Zwischengesprächen, bitte aufhört. Wir wollen jetzt, nicht jeder hat so ein starkes Organ wie Oschern und kann sich gegen den Saal durchsetzen. Und wir wollen euch wirklich bitten, diese Debatte noch konzentriert zu führen. Es ist ganz toll, dass sich viele Rednerinnen und Redner eingeworfen haben. Und noch einmal wirklich bitte eingehend, hört den Leuten zu. Wir sind hier nicht im Stadion, aber danach könnt ihr klatschen. Und mit dem Zuhören fangen wir an. Und wir fangen jetzt an mit dem Zuhören bei Franziska Eichstätt-Bohlig, danach Jochen Biedermann und dann Anja Schilhanek. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte zu drei Sachen was sagen. Das erste noch mal zu Dirk, ich sehe ihn gerade nicht. Ich finde, wir sollten keine Angst vor Vereinnahmung haben, sondern dann sollen wir so laut und deutlich werden, dass das auch klar wird, was wir wollen und wie wir das in der Stadt vermitteln. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir müssen auch für dieses Thema aus dem Antragsteil, den wir eben schon beschlossen haben, lernen. Und das heißt praktisch, dass wir erst um das Wie ringen, um die Bedingungen, wie ein Projekt gestaltet werden soll, bevor wir Ja oder Nein sagen. Und deswegen möchte ich ganz deutlich dafür werben, heute weder Ja, aber und dann unsere Bedingungen, die schon sehr genau gesagt worden sind, sei es von Bettina, sei es von Ramona, oder zu sagen Nein und dann aber nur wenn, das sind beides keine Haltungen. Heute können wir eigentlich nur sagen, nur wenn und dann unsere Bedingungen zu Beteiligung, zu Breitensport, zu Finanzierung, zu demokratischen Grundregeln, die vernünftig in den Raum stellen, wie das in dem Antrag in allen Teilen ja auch schon drin steht. Ich werbe dafür, heute sich nicht zu verkämpfen zwischen Ja und Nein. Und als letzten Punkt möchte ich einen Aspekt reinbringen, der bisher zu wenig drin war und der jetzt versteckt ist. Als wir in Charlottenburg-Wilmersdorf am Dienstag diskutiert haben, haben wir, das findet ihr in den Änderungsanträgen, einen kleinen Antrag formuliert, der mir sehr wichtig ist und deswegen möchte ich ihn hier vorlesen. Er ist übernommen worden, aber trotzdem ist er, glaube ich, noch nicht im Bewusstsein und den müsst ihr euch nun noch anhören. Der heißt, olympische und paralympische Spiele in Berlin müssen auch ein Gegenentwurf zu den Spielen von 1936 sein. Der deutsche Nationalsozialismus hatte die Spiele für perfide Propaganda nach Innen- und Außen-Misterung. Zum Schein waren die Regeln der olympischen Idee anerkannt worden, um Rassismus und Verfolgung, um Mord und Kriegstreiberei zu verschleiern. Wenn die deutsche Hauptstadt sich wieder um die Ausrichtung von olympischen Spielen bewerben sollte, tragen wir in Berlin in besonderer Weise Verantwortung dafür, dass diese Spiele zum Signal eines demokratisch organisierten Weltsports in einem demokratisch verfassten Land werden. Offene und vielfältige, inklusive und friedliche Spiele müssen der historische Kontrapunkt zu 1936 sein. Wir erwarten, dass dieses Ziel vom Bund, vom DOSB und vom IOC aktiv mit unterstützt wird. Und ich werbe dafür, dass wir darum kämpfen, dass auch das IOC lernt, Demokratie zu respektieren. Vielen Dank, Franziska. Jetzt Jochen Wiedermann, danach Anja Schilhani. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, eines der Argumente für Olympia ist ja, dass die Berlinerinnen und Berliner so sportbegeistert seien und sind. Und ich glaube, es stimmt. Ich glaube, die Berlinerinnen und Berliner sind begeistert, wenn sie auf breiten, sicheren Radwegen sportlich zur Arbeit kommen. Ich glaube, sie sind begeistert, wenn sie in ihrer Nähe ein Schwimmbad finden, das zu den Zeiten offen hat, wo sie gerne schwimmen gehen wollen und den Eintritt sie sich dafür auch noch leisten können. Und ich glaube, sie sind auch begeistert, wenn die Schülerinnen und Schüler in dieser Stadt Sportplätze finden, Sportplätze haben, die offen haben und Sporthallen, die nicht wegen Sanierungsmängeln geschlossen sind. Und leider kann ich nicht sagen, sie sind begeistert, sondern ich muss den Konjunktiv hintendran fügen, sie wären begeistert. Denn genau diese Zustände haben wir in dieser Stadt eben nicht. Wir haben eine marode Infrastruktur und wir haben ganz, ganz viel Sanierungsbedarf. Und ich glaube, auch die Berlinerinnen und Berliner wären noch viel sportbegeisterter, wenn sie mehr Zeit für Sport hätten. Stattdessen sind sie damit beschäftigt, vor den Bürgerinnen und Bürgerämtern zu kampieren, weil sie einen neuen Perso brauchen. Sie sind damit beschäftigt, sechs Monate lang auf ihren Wohn- oder Elterngeld zu warten oder sie sind damit beschäftigt, anderthalb Jahre einen Kita-Platz zu suchen und zu finden. Und ich bin sehr, ich bin sehr für Visionen zu haben, aber ich bin auch Bezirkspolitiker und deswegen auch ein Stück weit Realist. Und ich glaube tatsächlich nicht daran, dass wir mit einer Berliner Bewerbung das IOC reformieren und zum Umdenken bringen können. Aber was wir leisten können, ist an der desolaten Infrastruktur, an den katastrophalen Zuständen dieser Stadt zu arbeiten und uns darum zu kümmern. Lasst uns die alltäglichen Probleme der Berlinerinnen und Berliner lösen, denn ich glaube, das ist es, was sie von uns erwarten. Und Bettina, du hast die Punkte angesprochen und da bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube, das können wir ohne Olympia und mir tut da jeder Euro, der jetzt in diese Bewerbung gesteckt wird, tatsächlich weh. Weil ich glaube, den brauchen wir im Moment in dieser Stadt ganz, ganz dringend für andere Dinge. Vielen Dank, Jochen. Als nächster hat das Wort Anja Schill-Hannek. Liebe Freundinnen und Freunde, als Ende Mai der DOSB, unser sogenanntes Nationales Olympisches Komitee, Berlin und Hamburg aufgefordert hat, 13 Fragen zu beantworten. Das Ergebnis dessen, diese Hochglanzbroschüre hat Dirk vorhin schon mal hochgehalten. Da ist in der Formulierung, glaube ich, auch dem Senat die Marketingabteilung ein bisschen durchgegangen. Das ist so eine erste Feststellung zu der Frage. Da hatte das eine gewisse Vorschichte. Schon seit Januar hat auf jeden Fall der Senat hinter verschlossenen Türen mit dem DOSB geredet. Und der große Berlin-Versteher Wovereit hat Berlin angeboten als möglichen Kandidaten. Das wissen wir mittlerweile sehr klar. Und wir haben jetzt ein kleines Problem. Wir alle wissen, der große Berlin-Versteher Wovereit hat gesagt, am 11.12. trete ich aber zurück. Ihr dürft einen anderen wählen. Und jetzt sitzen wir da mit der Frage, was machen wir denn jetzt mit einer möglichen Bewerbung für Olympia und Paralympische Spiele. Das ist das erste Problem, das wir gerade haben. Das zweite ist, es ist gerade richtig angesprochen worden, was kann uns Olympia denn möglicherweise bringen? Und ich glaube, da sind wir noch gar nicht am Ende einer Debatte. Es ist sehr klar, auch aus den Diskussionen in Oslo, in München, in Krakau und an anderen Orten, was, ich sage mal, Risiken und Nebenwirkungen sind. Und ich rede da nicht nur von finanziellen Fragen. Ich rede auch von Fragen von Stadtumstrukturierung, von ökologischen Risiken und von der Frage, wem nutzt das Ganze eigentlich wirtschaftlich? Auch das müssen wir bitte im Hinterkopf behalten. Ich sage aber auch ganz klar, wir sind da, glaube ich, noch gar nicht an der Stelle, wo wir eine fundierte, sachliche Entscheidung treffen können. Und auch das steht mittlerweile, das finde ich sehr gut, dass das vom Landesvorstand nochmal so deutlich ausgearbeitet worden ist, ganz klar im Leitantrag drinnen in dem Text, über den wir gleich abzustimmen haben. Denn weder wissen wir, wie die IOC-Reform ausgeht im Dezember. Und Jochen, du hast völlig recht, wenn du sagst, wir können das IOC nicht reformieren, das müssen die schon selber tun. Wir können aber, und ich denke, das sollten wir auch, klar machen, was sind denn die Spielregeln? Das eine ist, Daniel hat es vorhin gesagt, demokratische Spielregeln müssen für alle gelten. Ich möchte hier aber gerne auch ganz klar formulieren, da gehören noch so ein paar finanzielle Aspekte dazu. Oslo hat den Entwurf des sogenannten House-City-Vertrages online gestellt. Ich finde das sehr gut und ich finde, da zeigt sich auch ein bisschen was, da bewegt sich was. Da steht aber bis jetzt drinnen, in diesen Entwürfen, das IOC hätte gerne einen Teil der Gewinne, möchte aber nicht für finanzielle Risiken mithaften. Und da steht auch drinnen, weiterhin die strittige Frage der Steuerbefreiung. Das sind aber genau die Punkte, über die im Blick auf die Sitzung im Dezember des IOC diskutiert wird, ob sich da was reformiert. Und ich glaube, wir sollten uns zumindest die Chance gönnen, mal zu gucken, machen die ernst oder lassen sie es mit dem Ernst machen. Wir sollten uns ein Beispiel an Oslo nehmen, alle Fakten zusammentragen und dann entscheiden, fundiert entscheiden. Und ganz ehrlich, ein letzter Satz. Ich persönlich kenne niemanden, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Bewerbung für 2024 eigentlich wirklich realistisch hält. Das ist nicht nur die Frage, wann wir eigentlich den BER hier mal fertig haben. Das ist auch die Frage einer Fußball-Europameisterschaft der Herren, die 2024 wahrscheinlich hierzulande stattfinden soll im Weg. Und beides gleichzeitig geht nicht. Also, lasst uns einfach die Zeit nehmen, sachlich zusammenzutragen. Heute nicht zu sagen, hopp oder top, sondern das zu tun, was wir als Grüne eigentlich am besten können. Sachlich fundierte Entscheidungen treffen und nicht vorschnell in die eine oder andere Richtung abgelockieren. Danke. Vielen Dank, Anja. Wir haben jetzt als zwei geloste Redebeitrag erstens Clemens Grisohopp aus dem KV Pankow und dann Clara Herrmann aus dem KV Friedrichshain-Kreuzberg. Und danach einen gesetzten Redebeitrag von André Schulze aus dem KV Neukölln. Und danach nochmal zwei geloste Redebeiträge, bevor wir in das Änderungsantragsverfahren kommen. Jetzt hast du das Wort, Clemens. Bitte schön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Hier, Ötchan hat es ja eben gesagt, die olympische Idee ist ja in Griechenland geboren worden. Die alten Griechen haben ja auch die Demokratie erfunden. Sehr viele schöne Dinge. Aber leider ist die olympische Idee vom IOC pervertiert worden. Es geht nur noch um Doping, Milliardengeschäft und so weiter. Wir haben jetzt in den letzten Tagen, war gerade eine Meldung in der Zeitung, dass wir einen Sanierungsbedarf haben von mehr als zwei Milliarden allein im Schulwesen. Wir haben eine marode Infrastruktur. Jetzt gerade am Wochenende steht in der Zeitung, dass selbst der Rettungsdienst nicht mehr in der Lage ist, schnell zu Hilfe zu kommen. Wir haben das Problem, dass der BRR ein Milliardengrab ist und da eröffnet sich das nächste Milliardengrab. Es ist alles Marode in Berlin, meine Schüler kommen zur Hälfte in den letzten Tagen, obwohl es warm ist, wieder zu spät zur Schule. Also unsere ganze Infrastruktur ist total im Arsch und hier wird darüber geredet, wir wollen Olympia machen. Also Moment, ich möchte ganz gerne ausreden. Hier, also erstmal wird auch hier angesagt in der Stadt, dass diese Infrastruktur in Ordnung gebracht wird, dass diese Stadt sozial und ökologisch saniert wird und dann könnten wir auch Vorbild in der Welt sein für eine andere, als andere Stadt. Und wenn hier gesagt wird, Barcelona, Stadtentwicklung, es gab vor ein paar Tagen gerade einen Artikel, dass genau dort die Gentrifizierung durch Olympia extrem vorangetrieben wurde. Also meine Meinung ist, hier wird ein potentisches Dorf aufgebaut, hier in Berlin. Die Fassaden werden schön lackiert für Olympia, aber diese Stadt bricht sozial und ökologisch zusammen. Deswegen bin ich dafür, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Ende ohne Schrecken, als ein langes Ende mit Schrecken. No Olympia! Vielen Dank, Clemens. Jetzt hat das Wort Clara. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, wir liegen gar nicht so weit auseinander. Denn wenn wir hier diskutieren, wie wir uns grüne Olympische Spiele vorstellen, dann glaube ich ganz persönlich, wenn wir mal in die Vergangenheit gucken, dann hat es die so noch nicht gegeben. Schauen wir nach Barcelona, da ist die soziale Spaltung der Stadt enorm vorangetrieben worden. Schauen wir nach London, da sind die Kosten enorm explodiert und das waren die teuersten Sommer. Olympischen Spiele, die es jemals gab. Und schauen wir nicht zuletzt nach Berlin, die gescheiterte Bewerbung für das Jahr 2000. Was wir da mitgemacht haben von Berliner Seite an Korruption, an Erpressungen und wie wir uns da in dieses System begeben haben. Ich schäme mich dafür. Und ich glaube, deshalb liegen wir gar nicht so weit auseinander, weil nämlich, ich finde das richtig, das IOC muss sich reformieren. Aber wenn wir mal ehrlich sind, deren gesamtes Geschäftsmodell basiert doch auf der Struktur, so wie sie ist. Und sie werden sich vielleicht ein bisschen reformieren, aber sie werden das längst noch nicht im Dezember so tun, wie wir das erwarten für die Spiele 24, 28. Daher glaube ich, dass wir am Ende der Strecke gar nicht weit voneinander entfernt sind. Ich wollte euch aber auch nochmal als Haushälterin zwei, drei Punkte mit auf den Weg geben. Alleine um nachzudenken, weil ich nämlich, ich bin in der Stadt unterwegs, ich unterhalte mich mit den Leuten. Und ich finde die Berlinerinnen und Berliner, so wie sie mir das widerspiegeln, die finden Olympia an sich gar nicht so schlimm, aber die sagen, wir haben gerade andere Probleme in der Stadt, schaut euch doch nur mal den Flughafen an. Und wenn dann unser regierender Bürgermeister, der gerade auf Abschiedstournee ist und die sei ihm gegönnt, nach 13 Jahren gar keine Frage, sich zum obersten Olympia-Befürworter macht und das zur Chefsache erklärt, ist es für mich der Garant dafür, dass Olympia mit Berlin nichts wird. Und ich finde, wir müssen, und das erwarten die Berlinerinnen und Berliner auch von uns, wir müssen uns positionieren und wir müssen das mit auf den Weg geben. Und ich finde, das widerspricht nicht der Sache, dass wir sehr klar sagen, am Ende und auf der Strecke sollen die Berlinerinnen und Berliner mitentscheiden. Aber das nimmt uns doch nicht aus der Verantwortung, uns als Partei hier eine Position zu beziehen. Das erwarten die Berlinerinnen und Berliner auch von uns. Und am Ende möchte ich euch noch zwei Dinge mit auf den Weg geben. Erstens, die Bewerbungskosten pro Runde mindestens 50 Millionen. Das müssen wir bezahlen. Und da muss man sich die Frage stellen, hat Berlin dieses Geld? Und zweitens, wenn wir uns anschauen, die gescheiterte Olympia-Bewerbung 2000, da sind hervorgegangen die Max-Schmeling-Halle und das Velodrom. Die haben seit der gescheiterten Bewerbung den Berlinerinnen und Berliner 150 Millionen Euro gekostet. Mit diesem Geld könnten wir den kompletten Sanierungsstau der Berliner in den Bezirken für die Sportstätten aufheben. Und ich glaube, das wäre das, was eine Sportstadt Berlin gut tun würde. Vielen Dank, Klara. Als nächstes hat das Wort André Schulze. Für dich auch drei Minuten. Danach kommen noch mal zwei geloste Redezeit. Krakau, Stockholm und zuletzt Oslo. Warte mal ganz kurz. Noch mal. Jetzt. Noch mal. Liebe Freundinnen und Freunde, München, Krakau, Stockholm und zuletzt Oslo. Überall da, wo Bürgerinnen und Bürger befragt wurden, ob sie olympische Spiele wollen und die Bewerbung dafür, sind die Bewerberstädte für 2022 für die Winterspiele ausgestiegen. Übrig bleiben Almaty in Kasachstan und Peking. Dieses Verfahren ist symptomatisch für den momentanen Zustand der olympischen Spiele und das IOC. Das IOC drückt den Städten Knebelverträge auf, die ihnen ihre Souveränität in zentralen Bereichen wie der Steuererhebung und der inneren Sicherheit nehmen. Statt Sportfest und Volkerverständigung, was die olympischen Spiele eigentlich repräsentieren sollten, regiert für zwei Wochen das IOC in der Stadt und versucht seinen Gewinn zu maximieren. Wir haben vorhin gehört, wir sollen die Chancen sehen, wie nachhaltige Stadtentwicklung dadurch vorangetrieben werden kann. Dann frage ich aber auch, gebt ein Beispiel aus der Vergangenheit der olympischen Spiele, wo eine Stadt danach besser dastand aufgrund der Effekte, die durch die olympischen Spiele kamen und wo nachhaltige Stadtentwicklung damit vorangetrieben werden konnte. Dieses IOC ist auch das größte Hindernis auf dem Weg zu einer Olympiabewerbung. Denn auch wenn für Dezember Reformpläne angekündigt wurden, ja selbst wenn dort gute Reformideen vorgestellt werden, dann machen wir uns doch keine Illusionen. Eine solche Großorganisation entwickelt sich nicht von heute auf morgen zu einer wunderbaren, nachhaltigen, sozialen und ökologischen Vereinigung, die von ihrem Gewinnstreben ablassen wird. Wenn wir wirklich sehen wollen, ob das IOC reformfähig ist, dann müssen wir die nächsten vier Jahre mal verfolgen, wie dort die Bewerbungsprozesse ablaufen. Und dann könnten wir das wirklich beurteilen. Der Senat zeigt auf der anderen Seite, dass er bisher weder willens noch fähig ist, sein Finanzierungskonzept vorzulegen, Bürgerbeteiligung wie so oft zur Farce macht. Und auch daran gibt es wenig Hoffnung, dass sich dieser Umstand ändert, wenn wir uns die anderen Großprojekte des Senates angucken. Dazu ist heute schon viel gesagt worden, Stichwort Tempelhofer Feld, BER etc. Damit sind alle Voraussetzungen, die wir in unserem Leitantrag richtigerweise definieren, um olympische Spiele und eine Bewerbung zu ermöglichen, nicht erfüllt. Deshalb sagen wir, dann lasst uns auch der Stadt ganz klar eine Antwort geben, was wir von der Bewerbung halten und Position beziehen. Denn Bürgerbeteiligung ersetzt eben nicht den politischen Diskurs und die Tatsache, dass sich zivilgesellschaftliche Akteure und Parteien in einer Debatte positionieren müssen. Und wenn wir uns die selbst gesteckten Kriterien anschauen, die eben nicht erfüllt sind, da muss diese ehrliche Antwort lauten, liebe Berlinerinnen und Berliner, wir halten nichts von einer Bewerbung für die olympischen Spiele 2024 oder 2028 und lehnen diese daher ab. Daher unterstützen wir auch als Antragsgruppe den Antrag des KV Friedrichshain-Kreuzberg und würden uns freuen, wenn ihr dem folgt. Dankeschön. Vielen Dank, André. Als nächstes hat das Wort Antje Karpäck und danach kann sich bereit machen Michael Haberkorn aus der LAG Gesundheitssozialis. Liebe Freundinnen und Freunde, heute reden viele über Beteiligung und auch über Tempelhof und ich finde, wenn man Lehren aus Tempelhof ziehen kann, dann ist es ganz spannend, sich zum Beispiel den DGB in Berlin anzuschauen. Der DGB hat nämlich genau wie wir zur Frage einer potenziellen Olympia-Bewerbung eine ganze Reihe von guten Diskussionsfragen aufgeschrieben, sagt aber im gleichen Atemzug, wir werden uns nicht festlegen, wir nehmen keine Positionierung vor und wir werden uns diesmal, anders als bei Tempelhof, auch von keinem Bündnisverein nehmen lassen. Ich glaube, letztendlich spiegelt das, wenn man euch allen so zuhört, weitestgehend auch unsere, unsere grüne Position wieder. Wir bringen alle, egal welche Argumente wir in den Vordergrund stellen, trotz alledem vor allem Skepsis zum Ausdruck. Skepsis darüber, dass so eine Olympia-Bewerbung für Berlin richtig und gut sein kann. Und ich glaube, die Konstrukte, ob man jetzt nein, es sei denn, ja, aber, nur oder wie auch immer formuliert, die machen deutlich, lieber Senat, lieber DOSB, liebes IOC, wir als Bündnis 90 die Grünen, wir sind noch nicht überzeugt. Und wenn ihr uns überzeugen wollt, dann habt ihr eine Chance in den nächsten Monaten, in dem ihr Antworten auf unsere Diskussionsfragen liefert, genannt Beteiligungskonzept, genannt ist das Finanzierungskonzept, genannt ist aber auch die Konferenz des IOCs im Dezember in Monaco. Gibt es dort tatsächlich Reformbemühungen? Gibt es eine Reform vom IOC oder nicht? Ich glaube, wenn man diese Diskussionsfragen in den Vordergrund stellt, kommt man auch zu einer Versachlichung der Debatte, die am Ende uns in die Situation bringt, zu sagen, nein, wir lassen uns von niemandem vereinnahmen, wir heben uns aber so auch die Möglichkeit auf, mitzudiskutieren. Denn letztendlich geht es doch bei all den Redebeiträgen heute nur um die Frage der Verhandlungstaktik. Was ist schlauer? Ist es schlauer zu sagen, wir halten die Tür offen, um Olympia nicht auszuschließen, oder wir schließen es vollkommen aus, um kein Risiko einzugehen? Ich glaube, beides von beiden geht nicht auf. Wenn wir uns jetzt festlegen und den anderen an den Hals werfen, gibt es überhaupt keinen Druck auf das IOC, irgendeine Reform einzuleiten. Sagen wir aber, wir schließen uns No Olympia an, dann gibt es ebenfalls keinen Druck, irgendeine Reform einzuleiten. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns doch bitte die zwei Monate noch abwarten, um tatsächlich zu sehen, was passiert und dann tatsächlich auch zu bewerten, wie wir uns als Grüne dann final positionieren. Ich möchte aber mal eins sagen, weil darüber haben wir gerade auch noch diskutiert. Und ich finde, Olympia ist nach Tempelhof eigentlich ein beschämender Vorgang, wenn man sich das Agieren der SPD anschaut. Denn es wurde einzig und allein als Lehre aus Tempelhof gezogen, dass man jetzt auf mehr Beteiligung setzt. Und diese Mehrbeteiligung wird von Raelsallee ausformuliert als, wir machen den Weg frei für Regierungsreferenten. Sprich, wir wollen in Zukunft die verfassungsrechtliche Möglichkeit haben, unsere eigene Politik von euch, dem Volk, abnicken zu lassen. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist nicht mehr oder bessere Beteiligung, das ist eine Fortsetzung der Politik und Planung von oben. Und das hat schon bei Tempelhof nicht funktioniert. Das wird bei Olympischen Spielen erst recht nicht funktionieren. Vielen Dank, Antje. Als nächstes hat das Wort Michael Haberkorn. Liebe Leute, liebe Antragsteller, die heute keine Entscheidung herbeiführen wollen, sondern noch ein bisschen warten wollen. Was glaubt ihr eigentlich, welche Entscheidungen in zwei Monaten, in drei Monaten für diese Debatte für uns hilfreich sein können? Wer kann uns die Antwort in zwei, drei Monaten oder in einem Jahr geben, welche finanzpolitischen Auswirkungen die Ausrichtung, die Bewerbung Olympischer Spiele für Berlin haben wird? Überhaupt keiner. Wir sind in zwei Monaten genauso klug oder auch nicht klug wie in zwei Jahren wahrscheinlich. Und die Vision sozusagen 1926 oder 10 oder in 14 Jahren dann vielleicht klüger zu sein, so lange können wir gar nicht warten. Ich glaube, wir sollten die Entscheidung wirklich treffen, uns zu positionieren für eine Bürgerbeteiligung. Und die Entscheidung könnte aus meiner Sicht wirklich nur eine Ablehnung sein. Alles andere ist für mich ein bisschen Flüchten in eine Meinungslosigkeit, in eine eigene Meinungslosigkeit. Wir sind auch nicht gegen, ich bin jedenfalls nicht gegen, Olympische Spiele, darum geht es doch gar nicht. Ich bin sozusagen dafür, dass Olympische Spiele von den Grünen bundesweit weiter diskutiert werden auf ihre Wirkung und auf ihre Notwendigkeit und auch auf die Art und Weise, wie sie durchgeführt werden. Ich möchte nur an eins erinnern und zwar an die Ausaufgaben, die unsere Partei bisher überhaupt noch nicht geleistet hat. Wir haben, wenn man mal alles zusammenzählt, eine ganz lange Reihe von Forderungen, politischen Forderungen für diese Stadt, die alle auch von uns selbst noch nicht finanzpolitisch überhaupt durchdacht und abgesichert sind. Wenn man, wie vorhin schon ein Kollege gemacht hat, nur mal die Zeitung dieser Woche nimmt, die Inklusion ist nicht finanziert. Nicht finanziert sind sozusagen alle Modernisierungen und Neubauten, die im Schulbereich sind. Wir haben einen Personalmangel in den Krankenhäusern, in den Verwaltungen. Die gesamte öffentliche Verwaltung ist jetzt schon sozusagen völlig überfordert, bestehende Aufgaben zu lösen, was Ausschreibungen und Entscheidungen betrifft. So, in dieser Situation, diese Verwaltung, dann im Grunde auch noch zu beauftragen, sich zu bewerben für die Olympischen Spiele, heißt, dass die Potenz von Verwaltung, die jetzt schon nicht vorhanden ist, doch mal woanders hinweggezogen wird. Das kann doch nicht unser Wille sein. Darauf läuft es aber hinaus. Darauf läuft es hinaus. Und ich habe auch kein Interesse, sozusagen, diese ganzen, sozusagen, die Wolken, die Formulierungswolken, wie wichtig Olympische Spiele sind, darum geht es doch gar nicht. Berlin braucht erst mal sich selbst und Berlin braucht nicht die Olympischen Spiele und auch die Olympischen Spiele brauchen nicht Berlin. Da gibt es auch noch andere Städte. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank an alle Rednerinnen und Redner. Vielen Dank an euch alle für diese konzentrierte Debatte, für die Kontroversie dabei war. Wir sind jetzt am Schluss der Aussprache zur Olympia-Debatte. Ich habe, bevor ich Heiko für die Antragskommission das Wort geben will, noch einen kleinen Vorschlag, der uns das Verfahren am Ende des Tages etwas erleichtert. Dazu müssten wir aber eine Ausnahme machen von unseren Regeln. Nämlich gibt es noch einen offenen Antrag zu Olympia, der noch nicht zurückgezogen wurde. Das ist der Olympia-Antrag von Matthias Dittmar, der in der Aussprache eben nicht das Glück hatte, gelost zu werden und der darum gebeten hat, hier noch mal kurz in ein bis zwei Minuten zu sagen, weshalb er seinen Antrag zurückziehen würde. Das kostet uns, das macht, also der Vorteil ist, dass wir jetzt eine konzentrierte Debatte zu Olympia haben und nicht am Ende des Tages noch mal zu seinem V-Antrag Olympia aufrufen müssten. Deswegen würde ich euch fragen, seid ihr damit einverstanden, dass Matthias hier noch mal zwei Minuten kurz begründet, weshalb er seinen Antrag zurückzieht. Ist das okay so? Ja? Oder ist da irgendwer dagegen? Gut, also gut, dann lasse ich das kurz abstimmen. Wer ist dafür, dass Matthias Dittmar hier noch mal kurz reden kann zu seinem Olympia-Antrag? Ich bitte jetzt um das Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenprobe. Dankeschön. Enthaltungen? Okay, das war doch eine deutliche Mehrheit dafür, Matthias, dass wir hier diese Flexibilität in unserem Tagesablauf mitmachen. Du hast jetzt noch mal für zwei Minuten das Wort. Ja, vielen Dank dafür. Also es gab Kommunikationsprobleme und deshalb jetzt arm, aber Olympia. Also als ich das erste Mal in der Berliner Zeitung las, dass Berlin die Olympischen Spiele bekommen soll oder sich dafür bewerben will, dachte ich, mich beißt ein Hund. Wenn ein Todkranker den Wunsch äußert, zum Mond zu fliegen, diskutiere ich nicht das Für und Wider eines Mondfluges, sondern hole einen Arzt. Was freitet diesen Senat? Das Schloss kriegen sie nicht hin, weil die Mittel für die Fassade fehlen. In Schönefeld steht in Frage, ob dort jemals ein Passagier wird abgefertigt werden können. Und nun soll es eine noch größere Baustelle sein. Dem Senat reicht offenbar die schallende Ohrfeige noch nicht, die er sich für seine Bebauungspläne am Tempelhofer Feld geholt hat. Der nächste Luftballon muss aufgeblasen werden, noch größer, noch bunter und noch fantastischer, um die Bevölkerung Berlins und sich selbst zu betäuben. Das Ansehen des IOC ist an einem Tiefpunkt angelangt, der nicht mehr zu unterschreiten ist. Das Motto höher, schneller, stärker haben sie zu lang aufs Geldeinnehmen bezogen. Und das IOC ist auch nicht die katholische Kirche. Sie haben auch keinen Franziskus, sondern den FDP-Politiker Thomas Bach. Er hat tiefgreifende Reformen angekündigt, die er in der Vollversammlung des IOC im Dezember in Monte Carlo durchsetzen will. Ein schwaches Licht am Ende des Tunnels und der Reformbedarf ist gewaltig. Wir werden also sehr genau hinsehen müssen, ob es wirklich zu der Entwicklung kommt, wie wir uns alle wünschen. Ich habe also Zweifel, ob das IOC in so kurzer Zeit die notwendigen Veränderungen umsetzen kann. Ich habe auch Zweifel, und das hast du, Michael, eben sehr gut erläutert, dass Berlin in der Lage ist, Olympische Spiele zu stemmen. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, heute geht es um etwas anderes. Es geht darum, ob wir eine Hoffnung auf Veränderung, so gering sie auch ist, einen Platz lassen oder nicht. Es geht darum, dass wir die Tür nicht endgültig zunageln dürfen mit Nägeln, die man aus dieser Tür nur schwer wieder herausbekommt. Deswegen plädiere ich dafür, heute kein kategorisches Nein hinauszuschicken. Ich danke, und der Antrag von 14 ist zurückgezogen. Vielen Dank, Matthias. Jetzt kommen wir zur weiteren Behandlung des Olympiateils von unserem Leitantrag. Und dazu hat Heiko Thomas für die Antragskommission das Wort. Ja, vielen Dank auch vor allen Dingen zu dem Teil an die Antragstellerinnen und Antragsteller, die, wie ich finde, sehr, sehr konstruktiv waren. Also insbesondere auch Dank an V05 und V06, die sich schon vorab getroffen hatten und wirklich in einem, ich glaube, zwei-, dreistündiger Sitzung diesen Kompromiss ausgehandelt haben. Herzlichen Dank dafür. Das heißt, ich kann euch im Grunde genommen es ganz kurz machen. Wir haben im Grunde genommen nur noch eine einzige Abstimmung zu dem Block. Und das ist dann allerdings auch die entscheidende. Zum Thema, das ist der Änderungsantrag E 289-1, der eine Ersetzung des Teils, im Grunde genommen, der jetzt an anderer Stelle quasi erarbeitet worden ist, vorsieht. Durch halt eben den Antrag, den müsstet ihr jetzt bitte einmal selber lesen, weil der ist zu lange, wenn ich den hier vorlese. Aber ich denke, wird ja jetzt eh auch noch begründet. Deshalb vielen Dank und viel Glück bei der Abstimmung. Vielen Dank, Heiko, für die Antragskommission und vielen Dank allen Antragstellerinnen und Antragstellern, die hier auch so ein konzentriertes Verfahren ermöglicht haben. Ich lasse zuerst darüber abstimmen, ob ihr auch einverstanden seid mit dem Vorschlag, der Antragskommission das so zu fokussieren. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Vielen Dank, die Gegenprobe. Danke, Enthaltungen? Damit ist dem so vorgestellten Verfahren der Antragskommission zugestimmt worden von euch. Und wir kommen zur Abstimmung der Änderungsanträge. Hier ist, wie Heiko gesagt hat, nur noch einer übrig geblieben. Und dieser wird von Werner Graf vorgestellt, wenn es mir hier vorne richtig gemeldet worden ist. Und da ist auch schon, Werner, bitte, du hast das Wort mit zwei Minuten pro und contra haben wir hier vereinbart. Bitte. Liebe Freunde und Freunde, ich bin nicht nur skeptisch, ob Olympische Spiele Berlin nutzen. Nein, ich bin west davon überzeugt, dass sie Berlin schaden werden. Ich weiß, oft kommt der Vorwurf, wenn wir nicht mitmachen, dann sind wir für Stillstand. In Berlin sei nichts mehr möglich. Aber faktisch können sich die Berlinerinnen und Berliner doch gar nicht mehr schnell genug umdrehen, bis wieder irgendwo eine neue Großbaustelle eröffnet wird. Wir bauen einen Flughafen. Okay, okay, wir versuchen es. Berlin baut eine innerstädtische Autobahn. Und wir bauen ein Schloss. Wo gibt es denn sowas? Nein, Berlin braucht keine neue Großbaustellen. Was Berlin braucht? Berlin braucht eine Politik. Berlin braucht eine Politik, die sich wieder traut zu sagen, unsere Großprojekte sind die kleinen. Unsere Großprojekte sind die Sanierung der Spielplätze. Unser Großprojekt ist der Ausbau der Fahrradstraßen. Und unser Großprojekt ist die Schaffung von günstigem Wohnraum. Und das nicht erst in 15 Jahren, sondern heute, hier und jetzt. Lasst uns ehrlich sein. Geld, das weg ist, ist weg. Allein die Bewerbung wird schon 60 Millionen Euro verschlingen. Und im Schnitt kosten Olympische Spiele 252 Prozent mehr als veranschlagt. 252 Prozent. Und das alles, liebe Freundinnen und Freunde, das alles für einen undemokratischen und arroganten Dinosaurier-IOC. Einen Dinosaurier-IOC, der nicht gewillt ist, hier Steuern zu zahlen. Einen Dinosaurier, der uns vorschreibt, wer das Wort Olympia überhaupt benutzen darf. Und korrupt ist bis in die tiefsten Fasern seines Organismus. Dieser Dinosaurier wird sich nicht reformieren lassen. Seid doch da mal realpolitisch. Und deshalb... Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, ist das real existierende Olympia nicht das Olympia, das sich viele Grüne gerne ausmalen. Das real existierende Olympia, dies ist schlecht für Berlin. Und daher sollten wir uns auch nicht bewerben. Nicht für 2024 und auch nicht für 2025. Bitte, bitte stimmen für unseren Antrag. Sagen wir Nein zu Olympia und Ja zu unseren Großprojekten sind die kleinen. Danke. Vielen Dank, Werner Graf. Das Wort für eine Gegenrede hat jetzt Cola Kuhn. Liebe Leute, müssen wir heute Glaubensbekenntnisse ablegen für wie moralisch integer wir IUC-Mitglieder halten? Wie gut der olympische Geist uns gefällt, ob wir Berliner Spiele haben wollen, das steht nicht zur Entscheidung. Auch nicht die Frage, ob die Berliner Verwaltung von heute Spiele in 14 Jahren organisieren könnte. Haben wir Zweifel. Steht aber nicht zur Abstimmung. Was zur Abstimmung steht, ist die Frage, wie wir uns zu einem laufenden Diskussionsprozess verhalten über mögliche künftige olympische Spiele. Zu einer begonnenen Diskussion, ob künftige Spiele nach den Regeln von gestern, denen von heute laufen oder ob andere Spielregeln für olympische Spiele künftig vorstellbar sind. Darum geht es. In der Kritik am absolutistischen Herrschaftsanspruch der IUC-Granden oder an dem Größenwahn der internationalen Fachverbände, da sind wir uns doch alle einig. Diese Einigkeit reicht auch weit über die Grünen und die Olympia-Bewegung hinaus. Ich möchte euch mal einen Satz zitieren als Ergebnis der gescheiterten Bewerbung Berlins um 2000. Die vom Rechnungshof nachgewiesenen Verstöße gegen das Haushaltsrecht durch die Senatskanzlei und den Zuwendungsempfänger, aber noch viel mehr der grenzenlose Dilentantismus der Olympia-GmbH zum Schaden Berlins, lassen die Entscheidung des IUC, Sydney den Zuschlag zu geben, im Nachhinein als den größten Glücksfall für die Stadt Berlin erscheinen. Ja, das hat aber nicht Judy Demba gesagt, das hat Klaus Wobereit im Plenum des Abgeordnetenhauses 1996 gesagt. Und das zeigt, dass die Frage, also was man davon hielt, was bisher war, Einigkeit besteht. Der Rückzug Norwegens ist für das IUC eine Katastrophe und eine Beschädigung des Markenkerns. Und deswegen hat das IUC sehr wohl verstanden, dass es so nicht weitergehen wird. Jedenfalls ein Teil der Mitglieder will das nicht mehr so haben. Und der Leitantrag des LAFO enthält deswegen zwei wichtige Botschaften. Eine Berliner Bewerbung ist vorstellbar unter Bedingungen und die sind gegenwärtig alle nicht erfüllt. Da sind wir uns auch einig. Diese Position setzt aber auf einen ergebnisoffenen weiteren Diskussionsprozess. Und der Antrag aus Kreuzberg macht es sich ganz einfach. Die olympische Idee ist ruiniert. Der olympische Geist verflogen. Wiederbelebungsversuche sinnlos und das für Ewigkeit. Amen. Das ist zu schlicht. Das ist die Absage an die offenen Haltungen und Gestaltungen. Kola, vielen Dank. Letzter Satz. Deswegen stimmt gegen diesen Antrag und lasst uns im Januar die Debatte weiterführen. Da sind wir alle viel schlauer. Vielen Dank, Kola Kuhn. Und genau zu dieser Abstimmung kommen wir jetzt. Ich würde rein präventiv schon mal einen der Antragsteller oder am besten beide Seiten nach oben bringen, weil wir gleich versuchen, das per Kartenaufzeigen zu klären. Wer für den von Werner Graf vorgestellten Änderungsantrag ist, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Vielleicht kurz noch mal aufstehen und sehr deutlich heben. Wir müssen einmal durchzählen. Ich glaube, das ist nötig. Ich glaube, das ist nötig. Ich glaube, das ist nötig. Vielen Dank. Wir sind uns hier fast einig. Aber wir probieren es jetzt erst mal mit der Gegenprobe. Wer also gegen diesen Änderungsantrag ist, den bitten wir jetzt um das Kartenzeichen. Wir lassen uns auch hier möglichst deutlich und aufstehen und nicht winken und so, sondern richtig deutlich Taten erheben und erst fallen lassen, wenn wir jetzt. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist der Leitantrag mit ganz vielen Ja-Stimmen, wenigen Nein und wenigen Enthaltungen angenommen worden. Ja, damit sind wir auch schon fertig mit Top 3 und wir haben hier auf dem Zettel eine schöne Aktion stehen, die ihr auch alle schon mit der Einladung erhalten habt. Danke. Guck mal vorsichtig in Richtung Aktivistinnen und Aktivisten. Ja. Das ist sowieso auch eine schöne Aktion Satula. Okay, also Okay, das hat jetzt nichts mit mir zu tun Warte doch nochmal eine Minute Alles klar Alles klar, vielen Dank Und Leute bitte um Aufmerksamkeit nochmal Ja, ich würde gerne um eure Aufmerksamkeit bitten Um einen kleinen Themen-Switch zu machen Es geht um das Thema, das wichtige Thema Recycling und Wiederverwendung von Elektrogeräten Wir haben hier die letzten Wochen mit eurer Hilfe und Unterstützung der Landespartei gesammelt Und wir haben jetzt hier zwei Schubkarren voller Elektrogeräte Die bei euch zu Hause ungenutzt rumgelegen haben Und hinter der Bühne sind noch unzählige andere Und in diesen Elektrogeräten, da sind dutzende seltene Erden verbaut Da sind Metalle verbaut, da ist Rohöl verbaut Und man muss sich diesen Irrsinn vorstellen Nach nur kurzer Zeit lassen diese Geräte im Keller, auf dem Dachboden Oder vielleicht sogar im Müll Und das wollen wir ändern Und deswegen gibt es uns Grüne, das ist die Grüne Idee des Recyclings Liebe Leute in Berlin Da gibt es mehr als vier Millionen Althandys Die ungenutzt in den Schubladen rumliegen Und die Tendenz ist steigend Allein in diesen Althandys gibt es einen Schatz, der 2500 Kilogramm Silber, 96 Kilogramm Gold und 40 Kilogramm Palladium enthält Und ähnlich sieht die Situation bei Computern, Druckern und anderen IT-Geräten aus Liebe Leute, diese Rohstoffe, die sind am besten genutzt Wenn wir die Weiterverwendung unterstützen Und dann werden auch keine Rohstoffe unter ökologisch fragwürdigen und sozialkatastrophalen Bedingungen abgebaut Wir Grüne, wir wollen diesen Schatz heben Und dafür brauchen wir mehr Repair-Cafés Wir brauchen mehr Funktionstests bei allen gesammelten Elektrogeräten Und wir brauchen ein ökologisches Vorangehen der Berliner Verwaltung Und natürlich ist schon klar, wenn eine Weiternutzung Ich meine, manche Elektrogeräte sind dann halt so alt, dass es dann auch nicht mehr weitergeht Technisch nicht möglich ist Dann muss das Ganze einem hochwertigen Recycling zugeführt werden Bisher werden in Berlin aber nur 5% der gesammelten Elektrogeräte wiederverwendet Der ganze Rest wird verschrottet Wir wollen heute, Thomas Bürg und ich haben uns diese Aktion ausgedacht Ein Zeichen setzen, dass mehr Elektrogeräte, dass mehr Handys, dass mehr alte Computer länger genutzt werden Und mein Kollege Thomas Bürg bringt dazu am Montag einen Antrag ein ins Parlament Wo wir die Verwaltung auffordern, vor es ranzugehen Ich kann dazu noch mal kurz was sagen Das sind circa 15.000 PCs und einige tausend Server und Diensthandys und so weiter Die jedes Jahr ausgetauscht werden Und da sollte die öffentliche Verwaltung schon Vorbild sein Wir haben kleine Anfragen dazu gestellt und herausgefunden Dass da jede Verwaltung irgendwie so ihr eigenes Ding macht Die Innenverwaltung findet es eigentlich ganz sinnvoll Dass es da ein Gesamtkonzept, ein einheitliches standardisiertes Konzept geben sollte Und deswegen haben wir hier einen Vorschlag unterbreitet, der morgen zur Abstimmung kommt Darin ist erstmal vorgesehen, dass es auf jeden Fall eine Rücknahmeverpflichtung bei neuen Geräten geben sollte Wo dann natürlich die ökologischen und sozialen Standards klar sein sollte, was damit passiert Und für die, wo noch nicht so eine Vereinbarung getroffen ist Die Geräte, die also noch dann entsorgt werden oder nachgenutzt werden sollten Wollen wir ein abgestuftes Konzept Zum einen wollen wir natürlich die Schulen, aber auch freie Träger davon partizipieren lassen Aber eben auch, dass wenn tatsächlich recycelt wird, dass dann ökologische Standards bei zertifizierten Trägern eingehalten werden Wir wollen aber auch, dass die Reparaturfähigkeit von Geräten gleich beim Einkauf zum Standard gemacht wird Und wir wollen auch prüfen, ob es nicht ein landesweites Pfandsystem für elektronische IT-Geräte geben könnte Und wir hoffen, dass morgen dieser Antrag angenommen wird oder in modifizierter Form von der Koalition beschlossen wird Und diese Aktion heute soll da als Rückendeckung dienen Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die mitgesammelt haben Und wie gesagt auch an die Landespartei, die da unseren Aktionismus so toll unterstützt hat Und besonders möchte ich mich bei unseren Partnern bedanken, die wir dafür gefunden haben Denn es gibt natürlich in dieser Stadt auch Leute und Unternehmen und Organisationen Die sich mit der Wiederverwendung von Elektrogeräten und dem Recycling auseinandersetzen Und deswegen möchte ich euch um herzlichen Applaus für Reuse und den NABU bitten Die ich ganz kurz auf die Biene bitten würde, damit wir euch die Sachen übergeben können Denn ihr habt euch der Wiederverwendung und dem hochwertigen Recycling verpflichtet Und das ist die Richtung, in die wir gehen müssen Vielen Dank dafür Applaus Applaus Wir würden noch ganz kurz Reuse und dem NABU die Gelegenheit sagen, was mit den Geräten nun passiert Denn das ist ja die spannende Frage und Herr Ebel Ja, meine Damen und Herren Wir werden die Geräte jetzt in Empfang nehmen Und werden prüfen, ob die Geräte noch verwendbar sind Wenn sie verwendbar sind, werden sie gesäubert, aufgearbeitet, Komponenten vielleicht ausgetauscht Und dann wieder verkauft Wenn Geräte nicht mehr so gut aussehen Und wenn auch die Geräte oder Komponenten defekt sind, werden wir gucken, ob wir daraus einzelne Komponenten ausbauen können Und wenn dann gar nichts mehr geht, werden wir das auch leider verschrotten müssen Und natürlich einem zertifizierten Entsorger übergeben müssen Das ist der eine Teil, was wir als Reuse-Computer machen Der andere Teil ist, man kann solche gebrauchten, qualitativ hochwertigen Geräte auch kaufen Unsere Mitglieder verkaufen gebrauchte, hochwertige IT-Geräte Wir werden immer häufig angefragt, nehmt ihr was entgegen? Ja, das tun wir natürlich Aber man kann auch gebrauchte Geräte kaufen Schauen Sie einfach auf unsere Internetseite Danke Ja, Sabine Lemke vom NABU Wir sammeln seit 2006 Althandys Recyceln die Bei Geräten, die noch funktionieren Empfehlen wir, diese weiterzugeben Im bekannten Freundeskreis Oder auf inzwischen entsprechenden Portalen weiter zu verkaufen Sodass unsere im Prinzip in die stoffliche Verwertung gehen Und es könnten mehr Handys sein, die über uns den Weg zum Recycler finden Aber wir sind ganz optimistisch Weil im letzten Jahr haben wir die Quote verdoppeln können Auf 36.500 Althandys Und das Geld geht in ein Projekt Das wir seit 2005 aufgelegt haben Die Renaturierung der unteren Havel Wo wir von Pritz-Erbe unten bis Havelberg oben 70 Flusskilometer Havel renaturieren Und nächstes Jahr ist diese Havel Also dieses Gebiet auch Bugastandort Unten von Brandenburg-Havel Ein Buga-Ort bis oben Havelberg Und vielleicht Möchte ja irgendjemand von Ihnen Sich das dann auch vor Ort angucken Was da umgesetzt wird Ja, Dankeschön Danke und wer sich noch informieren will Oben ist ein Stand, da gibt es noch mehr Informationen Ja Während die Schubkarren jetzt gerade weggefahren werden Bedanken wir uns hiermit recht herzlich für die Aktion bei Silke Gebel und Thomas Bürg Nochmal herzlichen Applaus So wie auch bei den Vertreterinnen und Vertretern des NABU Als nächster Tagesordnungspunkt Das steht 2013 an Dieser wird durch Mark Urwatsch vorgestellt Also Wenn der Lärmpegel innerhalb einer Gruppe über ein bestimmtes Maß ansteigt Hebt der Gruppenleiter die Hand und zeigt den leise Koks Wir fühlen uns gerade zu solchen pädagogischen Maßnahmen gezwungen Und wir würden es sehr schade finden, wenn wir jetzt vielleicht sogar noch Personen einzeln ansprechen müssen Das ist wie in der Grundschule Das ist uncool Und wir bitten dahingehend auch die Leute auf der Empore dort oben etwas ruhiger zu sein Und bei Bedarf die Gespräche nach draußen zu verlagern Vielleicht bei einer Zigarette und einem Kaffee vor der Tür Herzlichen Dank Es besteht bei beiden die Möglichkeit Rückfragen zu stellen Und Klarheit zu geladen Okay, dann würde ich jetzt auch das Wort überhalten Liebe Freundinnen, liebe Freunde Ich werde euch jetzt versuchen so zu langweilen Dass es hier noch mucksmäuschenstill wird Ich gebe mir größte Mühe Drei Aspekte, die ich vorweg schicken möchte Um zu erklären vom Verfahren und die Tischvorlagen Von den Unterlagen, die ihr von mir erhalten habt Zum Ersten natürlich die Sonderbeiträge Die findet ihr in der Tischvorlage Verbunden mit dem besonderen Dank an die Bezahler Ohne das Engagement, auch das finanzielle Engagement Alle die Sonderbeitragsbezahler Hätten wir es finanziell mit unserer Partei viel schwerer Und ich hoffe, es ist euch einen Applaus wert Zweitens ist der Haushalt 2013, der nun vorliegt In einer endgültigen Version von den Wirtschaftsprüfern geprüft Ich habe da auf der letzten LDK schon relativ ausführlich Zur Stellung genommen Und würde es dabei belassen, auf das Ergebnis hinzuweisen Dort seht ihr, wir haben einen Überschuss von 74.000 60 Euro erzielt Entgegen einer Planung von 11.635 Und da kann man schon, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten Dass wir einen strukturellen Überschuss im Haushalt verborgen haben Fragen dazu gerne Wie gesagt, ich hatte auf der letzten LDK relativ ausführlich Dazu Stellung genommen Wenn jetzt wirklich noch Fragen draus sind, sehr gerne Ich würde das Ergebnis gerne in Zusammenhang mit der mittelfristigen Finanzplanung stellen Die ihr auch in der Tischvorlage findet Das ist Tischvorlage 2 Dort haben wir eine Planung bis 2016 gemacht Wir wollen es auch erstmal in Rücksprache mit dem Landesfinanzrat bei 2016 belassen Dort werden regulär Landtagswahlen oder Abgeordnetenhauswahlen Das hängt natürlich dann die Finanzierung in den nächsten Jahren sehr stark an dem Ergebnis Von daher waren wir uns mit dem Landesfinanzrat einig Dass Zahlen für 2017 lediglich der Blick in die Glaskugel ist Und das wollen wir vermeiden Was Was euch auffallen wird Und das geht dann auch aus der letzten Seite hervor Die ist natürlich und darauf habe ich Wert gelegt Nicht geschönt Deswegen haben wir auch in dem Gewinn- und Verlustprognose Für 2016 ein Minus von 30.000 Euro Das hängt ganz maßgeblich damit zusammen Dass wir derzeit ein Mitglied des Landesvorstands auch im Bundesvorstand haben Und das ist natürlich 2016 gehen wir jetzt erstmal konservativ von aus Dass das nicht mehr der Fall sein wird Und daher ergeben sich diese negative Zahl Wo natürlich noch genug Zeit ist Und dann dementsprechend zu handeln Das vielleicht mal als Erklärung Aber klar ist auch Ich möchte strategisch zeigen Wo die Probleme denn überhaupt liegen Und wo man in den nächsten Jahren darauf achten muss Des Weiteren Der Überschuss Den wir glaube ich auch substanziell im Haushalt haben Sieht sehr gut aus Aber wir dürfen auch davon ausgehen Dass er ja doch ein bisschen angeknabbert wird Auf der BdK in vier Wochen Wird es einen Antrag geben Vom Bundesvorstand Die Mitleidsbeiträge Oder das was an den Bundesverband fließt Zu erhöhen Dies würde in Berlin Aufgrund der speziellen Situationen Die wir hier im Land haben Oder der Landesverband in der Struktur hat Würde komplett der Landesverband übernehmen Sprich die Bezirke haben da nichts mit zu tun Aber da könnten natürlich Belastungen auf uns zukommen Auch schon von einigen 10.000 Euro Und was wir auch nicht aus dem Blick verlieren dürfen Ist die Grundfinanzierung In der mittelfristigen Finanzplanung Findet ihr jetzt noch eine Zahl von 435.000 Euro Gestern haben wir die aktuelle Prognose Für dieses Jahr bekommen Da sind wir nur noch bei 426 Also die Vielleicht etwas Die nicht so guten Wahlergebnisse In den letzten Jahren Schlagen sich natürlich auch dann Darin nieder Was wir bekommen Und wenn man vor Augen hat Dass wir vor wenigen Jahren Noch bei 465.000 Euro waren Sieht man schon Wie groß die Differenzen sind Und dass da natürlich auch Überschüsse Und strukturelle Überschüsse Die in Haushalten versteckt sind Oder sich substanziell ergeben Dass sie schnell auch dann aufgebraucht sind So viel von meiner Seite Danke euch Gibt es Rückfragen? Eine Rückfrage, ja Bitte ans Mikrofon, das ist in Ordnung Für weitere Rückfragen Kann sich gerne gemeldet werden Ja So, liebe Freunde Also wir haben uns jetzt mal angeguckt Diesen ganzen Planung Fanden das eigentlich im Großen und Ganzen Sehr einleuchtend Es waren nur verschiedene Punkte drin Und ich möchte gleich einknüpfen Bei diesem Bundeszuschuss Der eventuell erhöht werden sollte Dazu müsste man betrachten Die Zeiten 65 und 66 Da steht nämlich Zuschuss Bezirke Und Zuschuss Bundesverband Nun hat sich der Zuschuss Planmäßig erhöht Zum Bundesverband planmäßig erhöht Und der Zuschuss zu den Bezirken verringert Was, da kann man nun drüber schreiten Ob man das jetzt eins zu eins so machen sollte Da könnte man drüber reden Jedoch hat sich das Die Verringerung der Bezirke Ist fast doppelt so hoch Wie die Erhöhung zum Bundeszuschuss Und das ist doch ein großes Fragezeichen Dann ist uns aufgefallen In der Zeile 51 Das sind im Überschusstopf Da ist ein Überschuss bei 2014 Von 8000 Euro Die da ganz einsam auf der ganzen Zeile steht Das ist auch ein Fragezeichen Ja, das wäre es erstmal Danke für die Fragen Das ist relativ Auf jeden Fall erstmal Zeile 51 Das ergibt sich einfach daraus Dass der Überschusstopf Auf den Ergebnissen Aus dem letzten Jahr gespeist wird Und natürlich Wie gesagt Die schon eben zitierte Glaskugel Liegt uns natürlich Für die nächsten Jahre nicht vor Aber wenn wir dann die Überschüsse haben Wird sie einfach vorgetragen Und der Systematik halber Haben sie damit null gemacht Das ist jetzt ein bisschen irritierend Auf der anderen Seite Jetzt die Zahl rauszulassen Für das Jahr Bringt die gleichen Probleme mit sich Also das wird sofort geführt Und nur aus dem Grund Dass wir nicht wissen Wie hoch der Überschusstopf ist Steht dort die Zahl nicht Zu der anderen Frage Zeile 64, 65 Das ergibt sich aus dem Sachverhalt Dass wir 2013 Einfach eine Sonderausschüttung haben Guckt man die Jahre davor Die haben wir auch hier auf der LDK beschlossen Guckt man auf die Jahre davor Ergeben sich auch die Summen von 28.500 Also wir haben hier beschlossen Da der Landesverband genug Geld hatte Wir machen eine Sonderausschüttung Um einen guten Wahlkampf zu machen Das haben wir hier vor Ort beschlossen Und daraus ergibt sich die Erhöhung Also das war eine einmalige Sache Und deswegen sind wir halt Zu dem alten Betrag zurückgekehrt Und auch der Zuschuss zum Bundesverband Ergibt sich aus der besonderen Situation Dass wir halt ein Mitglied des Landesvorstands Im Bundesvorstand haben Wir haben dadurch auch Ersparnisse Aber der Bundesvorstand Wünscht schon eine gewisse Verrechnung Die ich auch nachvollziehen kann Und deswegen geht es einfach in die Höhe Deswegen geht es ihnen natürlich Für 2016 auch wieder runter Weil wie ich ja gesagt habe Dort haben wir wieder ohne gerechnet Also das ist die Systematik So ich habe eine Frage Zur Teile 40 Da geht es um ihr Mitgliederverwaltungsprogramm Und wir würden gerne wissen Warum Sherpa an dieser Stelle so teuer ist Soweit ich weiß Hat Berlin ein eigenes Modul dafür Was anscheinend hinten und vorne nicht klappt Und könnte das der Grund sein Beziehungsweise ist da angedacht Dieses Modul mal zu ändern Damit wir von den Kosten runterkommen Also A Warum ist Sherpa so teuer Und B Was wurde da gemacht Wie können wir das ändern Dankeschön Und Marc zur Beantwortung Und alle anderen bitte Nebengespräche noch etwas einstellen Also dass Berlin jetzt ein Modul hat Was extra nicht funktioniert Und dass die Troxenhochte hat Das wäre mir neu zugegebenerweise Klar ist Wir führen diese Sherpa-Frage Ist jetzt auch eine Frage Die über den Landesverband Berlin hinausgeht Diese Frage wird dauernd Im Bundesfinanzrat erörtert Und man natürlich da auch guckt Was sind die Probleme Und wie kann man die Kosten Im Griff behalten Aber klar Es ist eine riesen Mitgliedersoftware Die entwickelt wurde Die braucht Updates Ich bin kein Software-Experte Wir haben im Bundesfinanzrat Einige sitzen Die sagen Okay Das was an Maintenance-Kosten anfällt Das ist völlig normal Wenn man die Entwicklungskosten sieht Ja Also Da empfehle ich Berlin Keine Alleingang Ich denke Das ist gut Dass wir diese Software haben Über Datenbanken und so weiter Glaube ich Kann man lange debattieren Ist nicht mein Fachgebiet Aber das sind erfahrungsgemäß Und wir kommen ja schon mal Wir haben ja ein bisschen weniger angesetzt Aber das ist erfahrungsgemäß Was an Kosten anfällt Um im Endeffekt die Qualität Unserer Datenbank zu erhalten Mehr kann ich da leider Technisch nicht zu sagen Gut Vielen Dank Marc Gibt es noch weitere Rückfragen Zum Haushaltsabschluss 2013 Und der mittelfristigen Finanzplanung Das ist nicht der Fall Dann Doch Sieglinden Da bitte Noch mal vortreten So Rudolf hatte ja vorhin schon Zur Zeile 51 Eine Frage Was ich jetzt gerne noch nachfragen möchte Ich habe verstanden Was das gespeist wurde Aber mich würde interessieren Wer hat Eigentlich Oder beziehungsweise Wo sind eigentlich Diese 7.955 Euro Hingegangen Aus dem Überschuss Wer hat da eigentlich Was erhalten Danke Danke Sieglinde Und zur Beantwortung Marc Das Geld steht Selbstverständlich Den LAG zu Und wenn wir die letzten Jahre Angucken Ist da öfter auch Der Etat nicht Aufgebraucht werden Also gut Steht das Ihnen zur Verfügung Ich glaube Die Liste Wer jetzt was Bekommen hat Und so weiter Liegt mir nicht vor Kann ich gerne auch nachreichen Das haben wir natürlich Alles aufgeführt Da kann man gucken Aber das Geld Spielt natürlich Den LAGen zur Verfügung Und erhöht Und erhöht im Endeffekt Die Summe Und erhöht im Endeffekt die Summe Die dort angegeben ist Gibt jetzt noch einmal Die Möglichkeit Nachfragen zu stellen Das ist nicht der Fall Wie es von hier aus Zusehen ist Womit wir nun zum Bericht Der Rechnungsprüferinnen Und dann kommen Bitte Margit und Nordgar Hallo Fehler und Schwachstellen Also wir waren Sehr pingelig Mark wird Das beurteilen können Wir haben 160 Fragen Hast du ausgerechnet gestellt Das hat aber sehr gut funktioniert Wir sind wirklich sehr gut Informiert worden Diana hat das hervorragend Zusammengestellt Der Landesvorstand Hat uns Zur Verfügung gestanden Mark hat uns Zur Verfügung Mirko hat uns betreut Also da können wir uns Nicht beschweren Was Transparenz angeht Sind schon mal Alle unsere Kriterien erfüllt Wir hatten Einen Verbesserungsvorschlag Beziehungsweise Eine Anregung Und die möchten wir Heute auch an euch Insgesamt noch mal richten Es geht dabei Um Inventar Was in den einzelnen Bezirken In den Gliederungen In den Abteilungen Vorhanden ist Aber auch Im Landesverband Im Hinblick auf Die kommenden Jahre Wir stehen jedes Jahr Immer wieder vor Neuen Herausforderungen Unter anderem auch Wahlkämpfen Und wenn wir mitten In dem Wahlkampf stehen Wird es schwer sein Dort noch nachzusteuern Also somit Vorausblickend War unsere Idee Einmal Inventarlisten Anzufertigen Was für Eben nicht nur Den eigenen Bezirk Sondern darüber hinaus Für alle interessant sein könnte Was gibt es für Material Innerhalb des Landes Was kann weitergegeben werden Was muss nicht doppelt Und dreifach Und vierfach Angeschafft werden Weil das ist was Das spart Kosten Und Ressourcen Und abgesehen von dem physischen Material Also den Kickern Und dass es da auch Noch mehr Angebote gibt Die wir alle dann auch Wahrnehmen können Wir sind Den ausführlichen Bericht Habt ihr vorliegen Wenn ihr Nachfragen habt Sehr gerne Dann wäre jetzt der Moment Gibt es Nachfragen Letzte Chance Nicht Gut Ich stelle fest Dass es keine weiteren Nachfragen gibt Vielen Dank Wenn dem nicht so ist Dann würden wir Die Entlastung des Vorstands Für das Geschäftsjahr 2013 Wir haben jetzt die Möglichkeit Den Landesvorstand zu entlasten Haltet eure Stimmzettel Und eure Stimmkarten bereit Gut Wer möchte den Landesvorstand entlasten Den bitte ich hiermit um das Ja-Zeichen Wer möchte das nicht Und wer enthält sich Das Präsidium stellt fest Dass bei einer überwiegenden Mehrheit Der Landesvorstand entlastet ist Das Präsidium Das heute den Vormittag geleitet hat Verabschiedet sich nun Und begrüßt hiermit recht herzlich Den zweiten Teil des Präsidiums Vielen Dank euch Klatscht ruhig Ihr habt es verdient Aber ich kann Moment mal Ich kann noch nicht ganz alle Aus dem Präsidium entlassen Carola Du musst zumindest noch ganz kurz hierbleiben Es ist nämlich so Dass Carola Die ja auch Mitglied unseres Landesvorstands ist Sich leider leider entschlossen hat Dass sie zurücktritt Und zwar vorzeitig Einfach weil sie seit einigen Monaten In NRW Für Johannes Remmel arbeitet Und dieses geteilte Leben Doch auf die Dauer nicht machbar ist Ich muss sagen Carola ist es eher Wir haben uns erstaunlich weiterentwickelt In Sachen Wie nennt man das Virtuelle Kommunikation Carola hat also an einer Reihe Von Landesvorstandssitzungen Über ein Gerät auf dem Tisch Durch das sie zugeschaltet war Quasi telefonkonferenzmäßig Intensiv teilgenommen Und die Genauigkeit unserer Protokolle Aber auch die Aber auch die Beachtung der Interessen Und Anliegen der LRG Und unsere Kompetenz In Sachen Wirtschaft und Finanzen Und vieles andere mehr Haben deutlich gewonnen Durch Carolas Mitarbeit Im Landesvorstand Auch also Sie war immer extrem Hartnäckig Was uns Was die Wie soll ich sagen Was die Serviceorientierte Der beiden Landesvorsitzenden Richtung Restgremium angeht Womöglich wird das Leben Jetzt etwas leichter Aber es wird sicher nicht besser Und es ist auch nicht schön Es ist schade, dass du gehst Carola Ja ich will jetzt auch gar nicht viel sagen Es war eine total schöne Zeit Es fällt mir sehr schwer zu gehen Aber so ein Leben in zwei Städten Über so eine Entfernung Ist halt nicht ganz so einfach Und daher habe ich mich zu diesem schweren Schritt entschlossen Aber es war schön mit euch Und ich komme bestimmt irgendwann wieder Applaus 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 So Liebe Freundinnen, liebe Freunde Wir fahren mit unseren Mit unserer Tagesordnung fort Sobald ich sie gefunden habe Und es geht jetzt um Top 5 Und da haben wir einen Vorschlag zum Verfahren Damit wir gut, korrekt, aber auch zügig vorgehen können Wir haben jetzt zwei Wahlrunden Einmal geht es um die Bestätigung, um die Wahl von Rechnungsprüferinnen Und einmal um eine Person als Vertretung für die Diätenkommission Und wir schlagen folgendes Verfahren vor Es gibt einmal Die Vorstellung der beiden Kandidatinnen Für die Rechnungsprüferinnenkommission Wir fragen auch, ob es weitere Interessenten Dafür gibt Wenn es nicht gibt, dann gibt es ein bestimmtes Verfahren Was wir dann vorschlagen Aber erstmal Die Frage Gibt es Außer Diejenigen, die schon bekannt sind Man merkt, ich bin zum ersten Mal hier an dieser Stelle Aber das macht es ja ein bisschen lustiger Und abwechslungsreicher Wenn es keine Gegenkandidaturen gibt Oder zusätzlichen Kandidaturen gibt Dann werden wir abstimmen Und zwar in einem Wahlgang Für beide oder für alle drei Positionen Dafür haben wir vorbereitet Oder haben unsere Kollegen vorbereitet Diese Kärtchen, die sind unterschiedlicher Farbe Und unterschiedlich markiert In diesem Falle wird mit diesen Kärtchen auf einmal In einem Wahlgang abgestimmt Wenn alle mit diesem Verfahren einverstanden sind Bitte ich um ein Handzeichen Auch wenn nicht Wenn es nicht der Fall ist Dazu kommt, dass wir nach der jeweiligen Vorstellung der Kandidatinnen Das ist eine etwas geschachtelte Vorstellung des Verfahrens Jeweils zwei Fragen zulassen Also die Vorstellung der Kandidatinnen Fünf Minuten jeder Kandidat, jede Kandidatin Danach zwei Fragen Jeweils drei Minuten Und danach der andere Kandidat Also für das andere Amt Und dann wird gemeinsam für beide Ämter abgestimmt So, wer das jetzt verstanden hat Darf jetzt abstimmen Wer das nicht verstanden hat, kann sich ruhig melden Und wir erklären es vielleicht auf eine plastischere Art und Weise Ich sehe keine Meldungen Die Grünen sind klug Dann schlage ich vor, dass wir über das vorgeschlagene Verfahren abstimmen Wer für das Verfahren ist, bitte ich um ein Handzeichen Wer dagegen ist, bitte jetzt Enthaltungen Sehe ich keiner Doch, eine Enthaltung Vielen Dank Damit sind wir mitten in diesem Verfahren Und ich bitte Die Kandidaten Ich frage erstmal Wie viele Kandidaten Ob es noch weitere Kandidaten gibt Für die Ja, also für den Frauenplatz Als Rechnungsprüferin Wir haben eine Kandidatin Marget Rössner Die steht schon Als Kandidatin erstmal fest Und die Frage ist Gibt es noch weitere Ich sehe keine Wunschkandidatinnen Somit Stellen wir fest Dass Marget Rössner Die einzige Weibliche Kandidatin ist Jetzt ist dieselbe Frage Bezüglich Des männlichen Oder des offenen Platzes Für die Rechnungsprüfung Nach unserer Information Hat Nordka Schweighart Sich nochmal beworben Gibt es weitere Vorschläge Ich sehe keine Kandidaturen Somit stehen Zwei Kandidatinnen fest Marget Rössner Und Notka Schweighart Und ich bitte Marget Hier auf die Bühne Um sich Für diejenigen Die sie nicht wissen Nochmal vorzustellen Fünf Minuten Hast du Zeit Marget So, hallo Ich bin es nochmal Landesrechnungsprüfung Ich finde es gut Die Wahl zu haben Ich finde es gut Zwischen Kandidatinnen Entscheiden Und wählen zu können Jetzt stehe ich heute hier Und bin alleine Als Bewerberin Von daher Habe ich zumindest Die Möglichkeit Euch jetzt Mich vorzustellen Und ihr habt dann Anschließend die Wahl Landesrechnungsprüfung Ist spannend Spannend Kleinteilig Ist auch anstrengend Aber Auf jeden Fall Ist das ein Thema Was definitiv Auch ernst zu nehmen ist Es geht darum Zu prüfen Inwieweit Gelder Rechtmäßig Verwandt wurden Es geht darum Auch zu prüfen Ob Fehler Vorhanden sind Diese aufzudecken Es geht aber auch Darum zu prüfen Inwieweit Struktur und Organisation Funktioniert Wir sind da In Berlin gut Aufgestellt Finde ich Wir haben viele Verschiedene Prüfungsgremien Die da Durchaus auch Ein waches Auge Haben Wir haben Innerhalb der Landesgeschäftsstelle Den Vorstand Den Landesgeschäftsführer Zusätzlich zum Markt Dem Landesschatzmeister Und Diana Die Finanzreferentin Es ist immer gut Nach dem Vier Augen Prinzip zu arbeiten Es ist immer gut Wenn nicht nur Eine Person Alleine Sich mit Finanzen Auseinandersetzt Sondern es ist immer gut Dass eine zweite Dritte Oder vierte Auch Sich Da Noch mal Mit Beschäftigt Und wir Haben Zusätzlich Noch Den Landesfinanzrat Da der Sehr wohl Über die Finanzen Sehr Konstruktiv Und Aber auch Sehr Unterschiedlich Diskutiert Und diese Themen Aufgreift Und eben Auch Behandelt Respekt Gegenüber Der Kandidatin Ich komme Auch schon Zum Schluss Von daher Also Ich kriege Auch Warum Ich Ich habe Bisher In verschiedenen Arbeitsbereichen Mich mit Innenrevision Mit Audits Beschäftigt Das heißt Ich habe Reingeschaut In Finanzen Ich habe Aber auch In Organisationsstruktur Und Abläufe Geschaut Und von Daher Denke Ich Dass ich Da Durchaus Einen Ganz Guten Blick Habe Sofern Ihr Denn Wollt Würde Ich Das Für Die Nächsten Zwei Jahre Auch Nochmal Übernehmen Dankeschön Vielen Dank Vielen Dank Dafür Und jetzt Gehen wir Wir wissen Auch Sehr Konstruktive Nicht Despektierlich Ameisen Die Im Hintergrund Arbeiten Die Sehr Genau Sind Die Uns Super Unterstützen Da Sind Wir Ab Und Zu Dabei Da Sitzen Auch Die Arbeitskreise Drinnen Das Gremien Die Für Euch Da Sind Also Wie Gesagt Wenn Ihr Irgendwelche Fragen Habt Anregungen Habt Kommt Zu Vertretung In Diäten Diäten Kommission Wir Haben Auch Da Schon Einen Namen Johann Jensen Hat Sich Schon Beworben Und Die Frage Auch An Dieser Stelle Gibt Es Noch Weitere Kandidaten Und Kandidatinnen Ich Sehe Keine So Okay Somit Ist Johann Jensen Derjenige Der Sich Auch Vorstellen Dürfte Das Wird Er Aber Nicht Weil Er Leider Verhindert Ist Und Dieses Privileg Hat Jetzt Marc Obatsch Er Wird Johann Vorstellen Auch Marc Hat Theoretisch 5 Minuten Zeit Danach Werden Wir Auch Möglichkeit Für Fragen Einräumen Damit Es Protokollarisch Auch Richtig Ist Ob Marc Diese Fragen Beantworten Kann Oder Nicht Ist Dann Natürlich Angesichts Der Situation Eine Offene Frage Aber Wir Wollen Trotzdem Die Möglichkeit Es Für Alle Einräumen Dass Fragen Gestellt Werden Mark Bitte Die Vorstellung Von Jörn Jensen Liebe Freunde Liebe Freunde Primär Findet Ihr Jörns Kandidatur Mit Mit Sein Foto Was Aus Meiner Perspektive Auch Sehr Authentisch Abbildet Die Müsste In der Tisch Vorlage gewesen Sein Und Jörn Meinte Auch Mit E-Mail Er Schätze So Ein Ich kann Mich Dem Nur Anschließen Dass Er Im Landesverband Ausreichend Bekannt Ist Und Da Es So Eine Gute Vorstellung Behaupte Ich Von Ihm Gibt Dass Viele Worte Auch Nicht Notwendig Sind Ich Würde Mich Dem Ratschlag Von Jörn Anschließen Ich Kann Nur So Viel Sagen Dass Es Bisher Sehr Konstruktiv Mit Ihm Gefunden Habe In Die Diäten Kommission Zusammen Zu Arbeiten Es Sind Ja Wenn Fragen Kommen Die Jetzt Nicht Immens Sind Aber Meistern Auch Sehr Persönliche Fragen Und Neben Bene Der Von der Fraktion Benannt Wurde Und Mir Ist Es Ganz Gut Wenn Jemand Der Noch Kurz Und Knapp Fragen Jetzt An Marc Stellvertretend Für Jörn Keine Fragen Vielen Dank Damit Gehen Wir Jetzt In Die In Den Wahl Gang Hinein Nochmal Die Erinnerung Wir Haben Diese Zwei Zettel Sie Haben Unterschiedliche Farben Die Orangene Farbe Ist Für Die Diäten Kommission Hier Da Wir Nur Einen Kandidaten Haben Reicht Auch Ein Ja Oder Nein Oder Ein Name Ist Da Auch Ausreichend Ein entsprechender Name Möglichst Oder Enthaltung Natürlich Auf dem Gelben Zettel Brauchen Wir Die Namen Weil Wir Eben Zwei Kandidatinnen Haben Also Somit Ist Dieser Wahlgang Die Den Namen Muss Ich Wiederholen Danke Absolut Also Für Die Rechnungs Für Die Vertretung Der Diäten Kommission Kandidiert Jörn Jensen Und Für Das Amt Der Rechnungsprüferinnen Haben Wir Zwei Kandidatinnen Marget Rossner Und Nordgar Schweighart Die Wahlkommission Darf Jetzt Hiermit Ist Der Wahlgang Eröffnet Die Wahlkommission Mit Den Schönen Kästchen Die Wahlkommission Ist Start Bereit Und Die Schönen Grünen Kästchen Gehen Jetzt Durch Die Reihen Liebe Wahlkommission Alles gut Ich habe Nicht Eine Aber Ja Der Wahlgang Ist Eröffnet Ja 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 Genau Also Wir machen Wir machen Noch Top 10 Wir Beide Und Danach Wechsel Das Auf Die Andere Seite Alles Alles gut, alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer hat die Stimmen noch nicht, die Zettel noch nicht abgegeben, damit wir sehen, wo noch Bedarf für die Kästchen besteht. Da wird auch schon bedient. Nochmal die Frage in die ganze Runde. Gibt es noch Mitglieder, die nach einem Kästchen suchen, die die Zettel haben, aber nicht das grüne Kästchen bekommen haben? Ich sehe keine Beschwerden. Also wenn sich jetzt keiner mehr meldet und keine, dann schließen wir. Da noch nicht, noch nicht so weit. Okay. Okay, oben keine, die noch nicht abgestimmt haben. Unten haben alle abgestimmt. Wenn nicht, noch schnell melden. Ich sehe keine Meldungen. Somit ist der Beigang geschlossen. Und die Wahlkommission geht in die Aufzählungsrunde, sozusagen zur Aufzählung über. Wir nutzen diese Zeit und Katrin sagt noch ein paar Worte. Meine Lieben, ich weiß, die Zeit ist schon vorangeschritten, aber ich würde euch trotzdem noch mal bitte um ein bisschen Ruhe bitten. Und zwar haben wir leider einen Trauerfall in der Partei. Das habt ihr ja sicher alle schon mitbekommen. Genau, danke. Joachim Eul ist leider von uns gegangen am 22. September. Und die LAG Drogen hat draußen einmal eine Kondolenzkarte ausgelegt, ein Buch, wo ihr euch eintragen könnt. Und es gibt auch noch, darauf will ich verweisen, einen Nachruf der LAG Drogen auf die unzähligen Verdienste von Joachim Eul, besonders für eine liberale, humane Drogenpolitik, die ihr auch auf der Seite des Landesverbandes nachlesen könnt. Und wer Interesse hat, zur Trauerfeier zu kommen, da liegt draußen auch ein Infozettel. Die Trauerfeier für Joachim findet am 2. November um 16 Uhr in der Begegnungsstätte in der Falkensteinstraße 6 in Kreuzberg statt. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Die nächsten Schritte. Also es gab zu Recht eine Bemerkung, dass es unterschiedliche Wege gibt, auch Trauer zu bekunden. Und ich glaube, wir haben es einfach zur Kenntnis genommen, bzw. wir müssen auch akzeptieren, dass für manche Menschen auch das Klatschen dazugehört. Das ist eben unterschiedlich für andere, ist eine Schweigeminute. Ich glaube, wichtig war, dass wir hier einfach gemeinsam das Andenken des verstorbenen Kollegen hier gedacht haben. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht nochmal zu klatschen. Wichtig ist, dass wir nochmal uns erinnern an die Personen, an den Menschen. Es ist auch sehr schwierig, jetzt mit dem normalen Prozedere weiterzugehen. Nicht desto weniger müssen wir sozusagen zu Tagesordnung übergehen, auch wenn es schwer ist. Wir haben einen wichtigen Antrag, den Antrag Aufbruch 2016, die nächsten Schritte. Wir stellen auch hier das Verfahren erstmal vor, das ist ein Antrag, der einer der besonderen Anträge sind bei dieser LDK. Deswegen wird Bettina Jarasch diesen Antrag einbringen. Sie hätte dann drei Minuten Zeit für die Vorstellung des Antrags. Danach hätten wir ein Pro und zwei Kontrameldungen, jeweils zwei Minuten. Und davon dürfen bis zu zwei Männer sprechen. Auf diese Art und Weise ist dann die Quotierung gewährleistet. Wir müssen jetzt über dieses Verfahren erstmal abstimmen, ob alle damit einverstanden sind. Wer mit dem Prozedere einverstanden ist, bitte ich um ein Handzeichen. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Somit können wir so vorgehen. Und das Wort hat Bettina Jarasch, drei Minuten für die Einbringung des Vorschachs. Wer jetzt die Pro- und Kontrameldungen hat, bitte sich einwerfen. Unten Kontra, oben Pro, also in den Kästchen links. Aber jetzt, Bettina. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, damit es diesmal keine Missverständnisse gibt, ist dieser Antrag, das LAFO gleichwohl, ein V-Antrag. Denn es ist ein Antrag, der im Wesentlichen einen Auftrag an uns selber richtet, der im Wesentlichen eine Selbstverpflichtung ist. Es geht darum, die nächsten Schritte in dem Programmprozess zu tun, den wir gemeinsam im März schon begonnen haben. Wenn ihr euch erinnert, im März haben wir ein längeres Papier verabschiedet, wo wir uns selber bestimmte Schritte vorgegeben haben, für einen Prozess, der diesmal versucht, frühzeitig nicht nur alle Gliederungen mitzunehmen, sondern frühzeitig sich auf den Weg macht, die besten Ideen und Projekte einzusammeln. Wir wollen nicht, ich sage mal, nicht nur das vorhandene Fachwissen, das es schon gibt, sondern ganz konkret die Projekte, die die Menschen in Berlin brauchen, die Projekte, das ist das Ziel davon, die am Wahlkampfstand jeder aufzählen kann, in ein paar Minuten erklären können, warum Grün den Unterschied macht für die Menschen in dieser Stadt. Und dafür wollen wir den Prozess frühzeitig beginnen. Wir haben einiges getan. Wir sind in Klausur gegangen mit unserem Landesparteirat, um über Strategie zu reden. Wir hatten zwei Klausuren an dieser Stelle auch nochmal Dank an unsere Fraktion und an den Fraktionsvorstand, dass sie uns das ermöglicht hatten, wo wir auch diskutiert haben über solche Dinge mit unseren Abgeordneten. Wir haben mit den Kreisverbänden in den Außenbezirken gesprochen. Wir wollen alle Kreisverbände sprechen. Wir wollen vor allem mit denen in den Außenbezirken darüber sprechen, wie wir sie noch stärker unterstützen können, die sie ja oft mit sehr viel weniger Mitgliedern, sehr viel im großen Bereich bespielen müssen, anders als unsere großen Kreisverbände im Innenstadtbereich. So, wir haben mit unseren LAG auch über die Idee, Konzepte zu liefern gesprochen. Und ich mache jetzt eine Kunstpause, bis ihr still seid und sage euch dann, wozu ihr euch verpflichtet oder wozu ihr uns verpflichtet, wenn ihr diesem Antrag zustimmt. Wir wollen euch nämlich bitten, euer Okay für die nächsten Schritte zu geben und wollen, dass ihr uns bitten, euch uns zu beauftragen. Unsere nächsten Schritte wären, wir wollen mit allen unseren fachpolitisch Aktiven grüne Konzepte in dem Sinn, in dem ich es gerade eben beschrieben habe, die also wirklich Alternativen sind, die nicht Detailkritik sind und die auch nicht nur Überschriften sind, erarbeiten. Und wir wollen dann daraus auf Grundlage dieser Konzepte bis zum Herbst eine Art Rohentwurf für ein Wahlprogramm machen. Da wollen wir lernen vom Prozess für das Europawahlprogramm. Wir haben nämlich viel überlegt, wie wir eure Beteiligung, der gesamten Aktiv im Landesverband am besten gewährleisten. Und wir dachten, das Beste ist es, wir legen frühzeitig eine Art Rohentwurf vor, den dann alle kommentieren können, Verbesserungsvorschläge machen können, den man auch vorher schon im Prozess immer mit Vertretern aus der Stadtgesellschaft diskutieren kann und so weiter. Und auf dieser Grundlage erarbeiten wir dann erst den üblichen Programmentwurf, über den natürlich dann eine LDK Anfang 2016 zu entscheiden haben wird. Ich bitte euch dafür, uns diesen Arbeitsauftrag zu geben. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt losen wir die zwei. Wir haben, wie schon angekündigt, drei Wortmeldungen. Wir dürfen bis zu zwei Männern sprechen und wir haben eine Pro- und eine Kontra-Stellungnahme. Ich habe hier Clemens Grisop aus KV Pankow. Clemens, du hast zwei Minuten Zeit, inklusive der Gang zur Bühne. Mein lieber Kreisverbandsvorsitzender, danke. Lieber LAFO, es geht mir gar nicht so sehr darauf, jetzt eine Kontra-Rede zu halten, sondern einige kritische Anmerkungen zu machen zum letzten Wahlkampf. Wir hatten beim letzten Wahlkampf auch einen sehr, sehr breiten Beteiligungsprozess. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass wir uns ganz breit beteiligt haben in dem Wahlkampfprozess mit der Erstellung des Wahlprogramms und so weiter. Wir haben uns mit vielen Ideen angebracht. Aber es ging dann so, ich erinnere mich noch sehr gut an eine Diskussion im Kreisverband Pankow. Dort lief dann die Schreibgruppe auf. Diese Schreibgruppe hat uns dann erzählt, dass wir ja 30 Prozent erreichen wollen in Berlin, die Bürgermeisterin stellen wollen und so weiter. Und deswegen müsste unser Wahlprogramm anschlussfähig sein. Deswegen wurde von der Schreibgruppe vieles gecancelt, was Schönes drin stand. Und den Rest hat dann noch die Werbeagentur erledigt. Also im Grunde genommen, ich habe mich jedenfalls nicht so breit wiedergefunden in diesem letztlichen Wahlkampf, muss ich sagen. Tut mir leid. Das zweite Problem im Wahlkampf war dann, dass wir hier in Berlin im Wahlkampf auch relativ häufig noch nach rechts zur CDU geblinkt haben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang einfach sagen, liebe Realos, liebe Schwarz-Grün-Anhänger, Irgendwas wird da falsch verstanden mit der Eigenständigkeit bei den Grünen. Lasst uns nicht ständig nach rechts blinken und schon gar nicht im Wahlkampf. Als Beispiel sollte euch dazu Sachsen dienen. Wir werden dort nur verlieren. Letzter Punkt. In der Fraktionsklausur wurde jetzt eine Wahlanalyse von Grünen-Wählerinnen vorgestellt. Und da wurde klar gesagt, dass wir nach rechts keinen Blumentopf gewinnen können. Letzter Punkt. Liebe Realos, wenn ihr schon Pizza essen geht mit den Schwarzen, könnt ihr das meinetwegen gerne machen. Aber ihr müsst nicht jede Pizza, die ihr da verdrückt, in die Zeitung setzen. Das wäre ganz gut. Danke. Vielen Dank. Wir haben bisher keine weiteren Meldungen. Also alle bitte, die pro oder contra den Antrag, die Bettina eingebracht hat, reden wollen, können Frauen, Männer... Nee? Ja? Doch. Dann einfach... Einfach ran. Zwei Minuten. Zwei Minuten? So lange brauche ich gar nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, ich denke, und das sollten wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Wie bitte? Ach so, sorry. Es ist quotiert. Ich wollte hier gerade einfach sofort hochgewitten. Darf ich, darf ich nicht? Danke. Also, nochmal zurück. Wir haben zweifelsohne im Jahre 2010 dieses oder jenes gemacht. Doch jetzt ist doch genau das vorhanden, was wir alle wollen. Wir wollen einen Verfahrensprozess, wir wollen einen mehrstufigen Verfahrensprozess, wir wollen die Einbindung aller Beteiligten. Und genau das passiert. Und irgendwelche hanebüchenen Erklärungen, entschuldige bitte, lieber Clemens, dass ich es mal in deine Richtung sage. Darüber, ob wir irgendwie irgendwas irgendwo ist, das ist doch alles Unsinn. Lasst uns in die Sachdebatte gehen, lasst uns darüber diskutieren, wie wir diese Stadt nach vorne bringen wollen und nicht irgendwelche kleinteiligen Fragen aufbauen, wer wann wo wie steht. Clemens, das kann es nicht sein. Leute, stimmt der Sache zu. Ich selber bin viel auch für die LAG unterwegs und ich sage, ich freue mich auf diesen Prozess. Danke. Wunderbar, noch weitere Meldungen, Frauen, jetzt müsste es eine Frauenmeldung geben. Ich sehe leider keine dagegen, keine Kontrarrede von weiblichen Kandidatinnen. Somit haben wir die Diskussion dazu erstmal abgeschlossen. Jetzt bitte ich die Antragskommission, die Änderungsanträge vorzustellen bzw. darüber zu berichten, wie das da mit Änderungsanträgen aussieht. Es liegt ein Änderungsantrag vor zu dem Verfahrensantrag des Landesvorstands und zwar ist das der E11-1 von Steff Ulbrich, der die Anliegen der Berlinerinnen und Berliner in dem Antrag berücksichtigt werden sehen möchte. Und da beim Antragsteller-Treffen gestern keine Einigung erzielt werden konnte, steht dieser Antrag zur Abstimmung. Vielen Dank. Jetzt stimmen wir über das Verfahren bei Änderungsanträgen ab. Es gibt eine Pro- und eine Kontra-Meldung. A, zwei Minuten. Wer ist für dieses Verfahren? Bitte um eine Meldung. Wer ist dagegen? Enthaltungen sehe ich nicht. Enthaltungen sehe ich eine. Somit geht das Wort an den Änderungsantragsteller. Bitte, Steff, du hast das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ihr seht schon, es gibt zu diesem Antrag außer meinem keinen weiteren Änderungsantrag und es gibt auch keine richtige Diskussion zu diesem Antrag. Das liegt einfach daran, dass dieser Antrag völlig unstrittig ist, weil er keinerlei Inhalte enthält. Und ich habe mich jetzt bemüht, mit meinem Antrag Inhalte reinzubringen und beim Antragsteller-Treffen hat mich Daniel darauf hingewiesen, dass das Diskutieren jeglicher Inhalte in diesem Antrag zu Streit und politischer Diskussion führen würde. Und das wollen wir doch alle nicht. Deshalb ziehe ich meinen Antrag zurück und erspare euch die weitere Diskussion. Vielen Dank. Und somit erübrigt sich auch die Gegenrede, erübrigt sich die nicht. Die Klarstellungsrede. Zwei Minuten. Lieber Steff, das musst du jetzt leider kurz ertragen und ihr alle, weil du mich da, glaube ich, falsch wiedergegeben hast. Ich glaube, ich habe dir gegenüber meine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht im Antragsteller-Treffen, dass du etwas versuchst, was auf der Hand liegt. Wir beschreiben in diesem Antrag in der Tat nur ein Verfahren, ein Prozess. Und wir wollen uns, das gebe ich ganz offen zu, auch absichern als Landesvorstand bei der Partei, dass so, wie wir uns diesen Wahlprogrammprozess vorstellen, das auch eure Vorstellungen trifft. Und auch uns ist aufgefallen, Steff, da stehen keine Schwerpunkte, da stehen keine Prioritäten drin, da stehen keine politischen Botschaften drin. Insofern Chapeau. Völlig richtig. Das Problem ist nur, der Versuch, den auch wir ursprünglich unternommen haben, der muss scheitern. Denn man kann nicht einen Prozess beschreiben und sagen, und ganz am Ende reden wir darüber, wie unser Wahlprogramm aussieht und welche Themen vorne stehen und dann hier aber schon Themen nennen. Ich finde, du hast es gut gemacht. Ich hätte noch ein paar andere gesetzt. Hier sitzen 150 Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, die gesagt hätten, unsere hätten auch noch reingekommen. Das meinte ich da mit dem Streit. Was ist mit der Wissenschaft? Was ist mit der Wirtschaft? Was ist mit der Haushaltspolitik? Und so weiter und so fort. Deswegen vielen Dank, dass du es zurückgezogen hast. Und ich glaube, wir haben uns jetzt verstanden. Danke. Vielen Dank. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Abstimmung über den Änderungsantrag sich erübrigt hat. Da der Antrag sowohl der Änderungsantragsteller als auch der Gegensprechende eben diesen Antrag für erledigt erklärt haben. Somit müssen wir nicht formell für diesen Änderungsantrag oder gegen abstimmen. Somit gehen wir zur Verabschiedung des Antrages selbst. Auch hier eine Abstimmung per Handzeichen. Wer ist für den Antrag in der von Bettina eingebrachten Fassung, Aufbruch 2016, die nächsten Schritte? Ich sehe bitte bitte ein Handzeichen. Wer ist dagegen? Ich sehe, wer ist dagegen? Nochmal. Okay. Und Enthaltungen? Dann ist das, soviel ich gesehen habe, einstimmig beschlossen. Gut, ihr Lieben, wir gehen weiter zu Top 8. Da kommen wir zu den anderen V-Anträgen, ab 2 sozusagen. Und ich bitte jetzt um ein bisschen Konzentration. Ich versuche euch jetzt möglichst klar das Verfahren darzustellen. Und zwar, erst mal geht es um die Reihenfolge der Anträge. Es ist so, dass wir als erstes mit dem V02 beginnen werden, mit dem Thema Antisemitismus. Findet ihr in Tischvorlage 1. Danach kommen wir zu V07. Findet ihr auch in Tischvorlage 01, Neue Wege in der Flüchtlingspolitik. Danach wird es ein V08 neu geben. V08 und V09 sind sozusagen in den V08 neu eingegangen. Deswegen sind die beiden anderen zurückgezogen. Und zu diesem Antrag V08 neu stelle ich euch gleich nochmal ein gesondertes Verfahren vor. Möchte euch aber zunächst darauf aufmerksam machen, dass die fünfte Seite in dem V08 neu fehlt. Und deshalb wurde der jetzt nochmal verteilt. Also diese letzte fehlende Seite wurde verteilt. Ich hoffe, ihr habt die alle bekommen. Gibt es jemanden, der das noch nicht hat? Okay, es werden gerade neue Kopien erstellt. Die Landesgeschäftsstelle läuft auf Hochtouren. Und ihr bekommt gleich die fehlende Seite des V08 neu. Ihr habt ja auch noch ein bisschen Zeit. Nach V08 neu werden wir zu V10 neu kommen. Den findet ihr auch in der Tischvorlage 3. Ne, 1. Ne, 3. Entschuldigung. Danach kommen wir zu V11. Findet ihr in Tischvorlage 1. Anschließend gehen wir weiter mit V03. Baden im Rummelsburger See. Findet ihr auch in Tischvorlage 1. Anschließend kommt dann V12 ebenfalls in Tischvorlage 1. V13 und V14 befinden sich ebenfalls in der Tischvorlage 1. Und weil ihr vorhin der Dringlichkeit von D02 zugestimmt habt, werden wir dann als letzten Punkt sozusagen den Dringlichkeitsantrag zur Flüchtlingspolitik behandeln. Den findet ihr wiederum in der Tischvorlage 3. So, erstmal jetzt hier der Punkt zu den Reihenfolgen. Ich möchte euch gerne, beziehungsweise wir als Präsidium möchten euch gerne folgendes Verfahren vorschlagen. Und zwar schlagen wir vor, dass es zunächst eine Antragseinbringung, also eine Vorstellung des Antrages von jeweils drei Minuten geben soll. Anschließend möchten wir euch dann vorschlagen, dass es noch eine Pro und zwei Kontrareden geben soll. A, zwei Minuten. Es ist nämlich so, dass sozusagen die Einbringung des Antrags bereits als Pro-Rede gilt. Und bei den Änderungsanträgen wollen wir euch vorschlagen, wie vorher jetzt auch schon üblich, dass es eine Pro- und eine Kontrarede gibt. A, zwei Minuten. Wer konnte jetzt diesem Verfahren nicht folgen? Das ist schon mal super. Und jetzt bitte ich euch um euer Handzeichen, beziehungsweise Karten, wer diesem Verfahren so zustimmen möchte. Dankeschön. Wer ist gegen dieses Verfahren? War das jetzt eine Gegenstimme? Okay. Alles klar. Und wer enthält sich? Bei zwei Enthaltungen ist das Verfahren somit, oh Entschuldigung, bei drei Enthaltungen ist das Verfahren somit beschlossen. Und ich danke euch erstmal und bevor wir jetzt in die Antragsbefassung von V02 eintreten, kann ich hier verkünden, dass die Auszählung fertig ist. Und Daniel Gollasch von der, ne, Entschuldige, ich weiß seinen Namen nicht, tut mir leid. Der Thorsten von der, ähm, von der Wahlkommission wird euch jetzt das Ergebnis vorstellen. Ja, war ganz einfach das Ergebnis. Wir haben auch mit runden Zahlen arbeiten können. Wir haben bei beiden Wahlgängen 100 abgegebene Stimmen gehabt. Und die Ergebnisse sind sehr eindeutig. Die Rechnungsprüferinnen und Prüfer sind Margit und Nodgar gewählt worden. Margit hat 93 Ja-Stimmen bekommen von 100, Nodgar 96. Bei Margit gab es sechs Enthaltungen und eine Nein-Stimmung. Bei Nodgar gab es eine Nein und drei Enthaltungen. Dann, vielen Dank für eure Arbeit. Ich würde jetzt, ich weiß, aber ich würde erstmal die beiden Kandidaten fragen, ob sie denn die Wahl annehmen. Nehmt ihr die Wahl an? Okay, dann wunderbar. Viel Erfolg für eure Arbeit. Die Diätenkommission. Genau, da haben wir noch die Diätenkommission mit Jörn Jensen. Auch da waren es, wie gesagt, 100 abgegebene Stimmen. Und Jörn hat 91 Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen gehabt. Und es gab noch eine ungültige Stimme. Vielen Dank für eure Arbeit. Dann frage ich mal stellvertretend, Marc, nimmt denn der Jörn die Wahl an? Okay, danke Mirko. Dann auch herzlichen Glückwunsch an Jörn von der LDK. Und vielen Dank auch an ihn für die Arbeit. Das ist ja immer kein leichter Job, gerade für die Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer. Deswegen euch viel Erfolg in Zukunft. So, dann können wir jetzt aber auch wirklich zu den V-Anträgen kommen. Und zwar fangen wir, wie gesagt, an mit dem Antrag V02. Und der hat den schönen Titel Antisemitismus überall entschieden bekämpfen. Und Daniel Gollasch aus dem Kreisverband Mitte wird ihn jetzt vorstellen. Lieber Daniel, du hast drei Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, knapp 70 Jahre ist es her, als es noch nicht einmal ein durchschnittliches Menschenleben lang, dessen Berlin der Massenmord an Millionen von Jüdinnen und Juden organisiert und durchgeführt wurde. Und von der Normalität von jüdischem Leben in Berlin kann leider noch immer keine Rede sein. Antisemitismus ist trauriger Alltag in unserer Stadt. Noch immer erkennt man das zum Beispiel ganz alltäglich daran, dass man die jüdischen Einrichtungen in Berlin, Synagogen oder sogar Kindergärten an der Polizeiwache vor der Tür erkennt. Ich bin erschüttert, wenn sich in den letzten Wochen und Monaten antisemitische Übergriffe häufen. Es macht mich wütend, wenn Menschen, die offenbar als Jüdinnen oder Juden erkennbar sind, Angst vor Gewalt und Beleidigungen haben müssen. Ich finde es unfassbar, dass am sogenannten Al-Quds-Tag eine Querfront aus Nazis, antisemitischen Teilen der Linken, Befürwortern der Hamas und der Hezbollah durch Berlin marschieren und es dabei zu Sprech hören, wie Israel in Vergasen kommt. Liebe Freundinnen und Freunde, das dürfen wir in dieser Stadt nicht zulassen. Selbstverständlich ist es legitim, die Politik israelischer Regierungen zu kritisieren und selbstverständlich sollte man dafür auch das Demonstrationsrecht in Anspruch nehmen dürfen. Wir sagen aber ganz klar, wer Israel das Existenzrecht abspricht, egal aus welchen Gründen auch immer, oder sich Organisationen anschließt, die Israel als Staat beseitigen wollen, der überschreitet eine rote Linie und kommt für uns als Bündnispartner nicht in Frage. Antisemitismus trifft nicht nur Jüdinnen und Juden. Es ist ein Angriff auf uns alle, auf unsere Demokratie und unsere Vorstellungen von einem Zusammenleben in einem Klima der Akzeptanz und des gegenseitigen Respekts. Deswegen muss für uns alle klar sein, antisemitischen Übergriffen werden wir uns überall und entschieden entgegenstellen. Denn Antisemitismus ist bei weitem kein Problem von extremen Fanatisten. Im Gegenteil, er reicht weit in die Mitte unserer Gesellschaft hinein. Das belegen wissenschaftliche Studien, die wir im Antrag auch zitiert haben. Daraus hat folgend, hat jeder Zehnte in Deutschland ein geschlossen antisemitisches Weltbild. Der These, Juden haben zu viel Kontrolle und Einfluss an der Wall Street, stimmen erschreckende 25 Prozent der Beteiligten zu. Das zeigt uns, der Kampf gegen Antisemitismus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir uns jeden Tag neu stellen müssen. In Berlin gibt es viele zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich gegen Antisemitismus und andere Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit wie Anti-Islamismus oder Homophobie einsetzen. Darüber sind wir froh und sehr stolz. Doch immer wieder werden Berlinerinnen und Berliner, die sich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus einsetzen, Opfer von Bedrohungen und Angriffen. Das verurteilen wir ganz eindeutig und sagen, wir Grüne stehen an der Seite von all den Initiativen und Personen, die sich in unserer Stadt gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus engagieren. In dem gleichen Maß, wie wir uns gegen Antisemitismus stellen, verurteilen wir alle Formen der Ausgrätzungen, wie die zunehmende Islamfeindlichkeit. Wie das Judentum, so gehört auch der Islam zu Berlin. Wir sind froh, den Großteil der hier lebenden Muslime im Kampf gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit an unserer Seite zu wissen. Wir sagen aber auch, Strömung im Islam, in der das Existenzrecht Israels bekämpft wird, hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns von dieser LDK ein geschlossenes Signal senden. Staat und Zivilgesellschaft dürfen nicht nachlassen, sich entschlossen gegen Antisemitismus zu wehren. Der ist Angriff auf die Würde aller und die Freiheit von uns allen. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Der Hinweis an euch, ihr könnt euch noch einwerfen. Ich glaube, bisher hat sich niemand eingeworfen. Genau, es ist quasi eine Pro- und zwei Kontrareden sind theoretisch noch möglich, aber bisher hat sich niemand von euch eingeworfen. Dann würde ich die Antragskommission jetzt bitten, kurz uns zu berichten, welche Änderungsanträge es noch gibt und wie wir da verfahren. Also in der Antragskommission haben wir gestern acht verschiedene Änderungsanträge zu diesem Antrag besprochen. Die findet ihr hier alle in der Tischvorlage. Der erste ist der E30, der ist von Klara Herrmann und anderen vom Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg. Da empfehlen wir euch die Übernahme. Der zweite ist der E31.1 von Klara Herrmann und anderen. Da gab es auch keine großen Diskussionen. Da empfehlen wir ebenfalls die Übernahme. Dann kommt der Antrag E42.1, der stammt von Felix Pahl und anderen von der LAG Frieden und Internationales. Da haben wir in der Antragskommission eine modifizierte Änderungsnahme als Kompromiss gefunden, die wir euch empfehlen. Dann kommt als nächstes der Antrag E43.1 von Norbert selbst, der sich aber erledigt hatte. Dann kommt der Antrag E48.1 von Klara Herrmann und anderen. Da seht ihr in eurer Tischvorlage wiederum die modifizierte Übernahme. Dann kommt der Antrag E51.1 von Felix Pahl und anderen. Da hatten wir auch eine modifizierte Übernahme als Kompromiss gefunden. Dann kommt schließlich ein längerer Antrag, auch wieder von Klara Herrmann und anderen. Das ist der Antrag E67.1. Da haben wir in der Antragskommission länger drüber geredet, dann aber auch einen Kompromiss in Form einer modifizierten Übernahme gefunden. Schließlich als letzten Antrag, den Antrag E68.1 von Klara Herrmann und anderen. Da empfehlen wir euch die Übernahme. Alles in allem geht es bei den modifizierten Übernahmen um verschiedene Gewichtungen zu den Themen Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und so weiter. Oft waren es auch nur kleinere Formulierungsvorschläge, auf die wir uns in der Antragskommission verständigt haben. Es gibt jetzt keine streitige Abstimmung zu diesem Antrag. Danke. Dann herzlichen Dank an die Antragskommission. Ich würde euch jetzt um Zustimmung bitten, wer diesem Verfahren so zustimmen möchte. Na, ein bisschen schneller, Leute. Hallo, wach werden. Dankeschön. Wer ist dagegen? Und wer enthält sich? Damit ist das Verfahren bei wenigen Nein-Stimmen so angenommen. Und damit kommen wir jetzt in die Schlussabstimmung zum Antrag. V02, Antisemitismus überall entschieden bekämpfen. Wer möchte für diesen Antrag stimmen? Den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Wunderbar, damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Vielen Dank. Weil ich es vorhin verpeilt habe, sage ich euch noch mal ganz kurz was zu den zurückgezogenen Anträgen. Die hatten wir etwas vernachlässigt. Entschuldigt bitte. Und zwar für alle noch mal zur Information. Der V04, Freiheit für das Wegbier, ist zurückgezogen. Das können wir dann ja heute alle praktisch machen, wenn wir zurückfahren. Der V05, Olympia in Berlin ohne uns, ist ebenfalls zurückgezogen. Der V06, neu, Olympische Spiele in Berlin, ökologisch ausgerichtet, transparent geplant und nachhaltig finanziert, ist ebenfalls zurückgezogen. Und last but not least gibt es den V14, arm aber Olympia, der ebenfalls zurückgezogen ist. So. Dann können wir jetzt gleich mal weitermachen. Und zwar, ja schön wäre es, ein bisschen müsst ihr noch, aber es sieht gut aus. Leute, wir sind gut in der Zeit. Wir kommen gleich zum V07. Und zwar das Thema, der Titel ist Neue Wege in der Flüchtlingspolitik. Und ich bitte jetzt Heiko Thomas vom KV Pankow auf die Bühne, um uns den Antrag vorzustellen. Ach ja, genau. Und bitte, Leute, ihr könnt euch einwerfen. Eine Pro, eine Pro und zwei Kontrareden sind möglich. Unten Kontra, oben Pro. Liebe Freundinnen und Freunde. Der Spiegel hat gestern zur Friedensnobelpreisverleihung geschrieben, dieses Jahr hat eigentlich keinen Preis verdient. Und angesichts der Bilder, die wir über die weltpolitische Lage, die wir in den letzten Monaten sehen, wer mag da widersprechen? Auch deshalb haben sich viele von uns in den letzten Monaten engagiert und demonstriert. Ihr habt in euren Bezirken eine Wildkommenskultur praktisch vorgelebt, die mich wieder einmal daran erinnert hat, warum ich grüner bin. Ihr habt zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern die Menschen, die oft jahrelang mit ihren Familien auf der Flucht waren, nicht nur einfach begrüßt. Wir haben uns oft schützend vor sie gestellt, wenn ihnen Dumpfsinn und Hass entgegengeschlagen sind. Wir haben versucht, ihnen ihre Ängste und Sorgen zu nehmen, haben uns um echte Aufnahme und Integration gebührt. So, wie es sich für Berlin gehört. Und, liebe Freundinnen und Freunde, von genau dieser grünen Grundhaltung war und ist die Politik von Monika, Hans, Tschannan und all die anderen gegenüber den Geflohenen am Oranienplatz und in der Gerhard-Hauptmann-Schule motiviert. Hinter dieser Haltung dürfen wir niemals zurückfallen. In Berlin tragen wir Verantwortung. Hier müssen wir zeigen, was wir können, aber auch deutlich machen, dass wir die Grenzen verschieben, aber auch die Möglichkeiten erkennen, was ein Bezirk oder auch das Bundesland kann. Aber eines ist klar, es ist bei weitem nicht genug, was der Senat für die Gepflichteten tut. Aber wir haben auch unsere eigenen Hausaufgaben. Wir müssen die konkreten anfallenden Aufgaben meistern, aber auch ganz konkrete Vorschläge machen, was wir innerhalb der Bundesgesetze in Berlin verbessern können. Etwa die Frage der Unterbringung von Geflohenen, uns Container als Heilmittel zu verkaufen, grenzt an Verdummung. Bettina, Tschannan und ich haben einen ersten Vorschlag vorgelegt, wie man eine sinnvolle Lösung aussehen könnte. Oder die medizinische Versorgung. Oder schaut euch die Schul- und Beschäftigungsfragen an, wo sich Steffi und Sabine engagieren. Oder die Verbesserung der Situation der Roma, wo sich Susanna stark macht. Von all dem brauchen wir noch viel, viel mehr und vor allen Dingen ganz konkrete Handlungsvorschläge. Deshalb werbe ich um eure Zustimmung zu dem Antrag. Aber all das hätte ich auch ohne diesen Antrag machen können. Ich habe diesen Antrag deshalb vorangebracht, weil ich sehr viele nachdenkliche Gespräche in den letzten Monaten zu dieser Frage geführt habe. Logischerweise vor allem mit Menschen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, also meinem Politikfeld. Glaubt mir, die Bereitschaft zu helfen ist gerade dort riesig. Aber sie sind auch irritiert von uns. Sie verstehen oft nicht mehr, was wir tun. Sie erwarten ein Signal, dass sie verstehen, dass ihre Arbeit nicht in einem luftleeren Raum stattfindet. Und ich stehe heute hier, weil es mir ein Herzensanliegen ist, dass wir in dieser schwierigen Frage wieder gemeinsam sprechfähig werden. Das meint für mich einen Kompromiss zu erarbeiten, der klar ist, aber auch nach vorne weist. Deshalb danke ich allen Unterzeichnerinnen für ihre Mitarbeit an diesem Antrag. Und euch wünsche ich den Mut, diesen Kompromiss als einen solchen zu verstehen und ab morgen etwas geeinter für eine bessere Versorgung der uns anvertrauten Personen zu ringen. Sie alle brauchen unsere klare Stimme. Sehr dringend. Danke. Vielen Dank, Heiko. Und ich habe gerade gesehen, dass sich eine Person eingeworfen hat. Und ich bitte, Henning, bist du so lieb? Ziehst du mal? Super. Genau, wir wissen alle noch nicht, wer es ist. Erstmal Contra. Oh, Lea. Überraschung. Und jetzt? Also nochmal für alle, oben Pro, unten Contra. Es gibt noch eine Pro-Rede und die ist von Deden, Janan, Bayram aus Rösheim-Kreuzberg. Du hast zwei Minuten. Oh, oh. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Vielen Dank, lieber Heiko. Das Thema Flüchtlinge hat mich auch die letzten Tage beschäftigt. Wir waren mit dem Ausschuss in Rom und haben uns die Situation dort vor Ort angeschaut. Und es ist wirklich, kann ich nochmal bestätigen, unsere Perspektive, die wir hier darauf haben, es ist wirklich schrecklich zu sehen, wie es dort den Menschen geht. Also alle, die sich hier über die Situation bei uns aufregen, müssten sich das dort mal anschauen. Und die Antworten Europas, also richtige Antworten lösen, Lösungen meine ich, die gibt es nicht. Das ist auch diese Woche leider wieder entschieden worden. Daher wird uns das Thema weiterhin begleiten. Wir werden uns weiterhin mit diesen Themen und damit natürlich auch untereinander darüber auseinandersetzen müssen und auch mal streiten müssen, welche Antworten wir darauf finden. Heiko und ich haben uns die Mühe gemacht, mal praktisch zu schauen. Wir müssen jetzt ziemlich viel auch finanzielle Mittel aufwenden, um Flüchtlinge unterzubringen. Aber dabei dürfen wir nicht Standards vergessen. Dabei dürfen wir auch die Zukunft nicht vergessen und müssen das Geld, was wir nur einmal ausgeben können, so sinnvoll einsetzen. Und da sagen Heiko und ich, es muss kiezorientiert sein, es muss menschenwürdig sein und es muss auch eine grüne Handschrift haben. Wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht, aber natürlich wollen wir mit euch und auch mit den anderen Fraktionen im Abgeordnetenhaus darüber reden. Dafür sollte der Antrag ein erster Schritt sein. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Janan. Dann bitte ich jetzt die Antragskommission nach vorne zu kommen und uns einen Bericht zu geben, wie es aussieht mit den Änderungsanträgen. Danke, Andreas. Wir saßen auch zu dem Antrag gestern länger zusammen. Und ich kann euch die gute Botschaft erstmal überbringen, dass wir auch bei diesem Heiko-Thema sehr konstruktiv das Ganze hingekriegt haben und das Allermeiste tatsächlich im Konsens gelöst kriegen. Es gibt jetzt drei Punkte, an denen es tatsächlich noch eine Abstimmung geben wird. Und wenn ihr mal durchgeht, ich sage jetzt nichts mehr zu den Punkten, die im Konsens gelöst wurden. Das würde, glaube ich, jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber wenn ihr mal durchguckt und auf die dritte Seite quasi weitergeht, dann ist da der V07, E24-2. Bei dem steht die erste Abstimmung an, die wir jetzt hier noch durchführen müssen. Dabei geht es um die Frage nach möglichen Grenzen auf Bezirks- und Landesebene. Dann direkt drunter ist der E30-1. Auch da gibt es noch eine Abstimmung. Ein Teil wird modifiziert übernommen, aber eine Abstimmung bleibt. Im Kern geht es um die Frage, ob wir uns von einigen Unterstützern distanzieren oder nicht. Und wir haben eine dritte Abstimmung. Wenn ihr noch einmal umblättert, ganz am Ende, das ist dann der E46-1-9. Und hier geht es im Kern um das Thema Wohnsitzauflage. Diese drei Punkte müssen wir hier noch abstimmen. Und ansonsten wird alles modifiziert oder übernommen. Alles klar. Vielen Dank, Andreas. Das Verfahren ist ja schon beschlossen. Genau, aber ich möchte euch noch mal abstimmen. Ihr seht, es gibt drei Änderungsanträge, zu denen wir gleich kommen. Solltet ihr jetzt gleich eure Karte heben. Darum bitte ich um euer Kartenzeichen für dieses Verfahren. Sorry, das war etwas kompliziert. Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Somit ist das Verfahren einstimmig angenommen. Und wir kommen gleich zu den drei Abstimmungen direkt. Es gibt, wie gerade beschrieben, den V07E242 von Tim Büdemann. Ich würde dich bitten, auf die Bühne zu kommen und deinen Änderungsantrag vorzustellen. noch mal den Hinweis. Ihr habt, wie gesagt, es gibt eine Pro- und eine Kontra-Rede. Also wer sozusagen... Kontra? Achso. Ja, ja, okay. Deswegen bitte ich Tim jetzt auf die Bühne. Tim, du hast noch junge Beine. Hopps. Echt? Ja, ja, geht hier so. Du hast zwei Minuten. Danke. Liebe Freunde und Freundinnen, worin geht der Refugee-Protest? Schafft er es vom Sprung am linken Rand hin zu einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit? Oder bleibt er in alleiniger Gestaltung der Refugees nur in der Unterstützung von außerparlamentarischen, emanzipatorischen Kräften? Als Partei, die den Protesten noch mit am nächsten steht, haben wir einen enormen Einfluss darauf, wie sehr sich der Protest mit in die Gesellschaft tragen lässt. Finden wir, dass der Refugee-Protest zwar gerechtfertigt, aber mittlerweile langsam beendet werden sollte, wie von einigen in den letzten Wochen gefordert? Sind wir, sind für uns politische Verhältnisse feststehende Grenzen, die wir akzeptieren und ernst nehmen, wie es im Ursprungstext heißt, und tasten die sonst nicht weiter an? Oder stehen wir weiter für die Refugees ein? Machen wir uns für eine Vision stark und formulieren das auch klar und deutlich so? Lasst uns aus, die letzten Monate haben uns die Grenzen dessen gezeigt, was auf Bezirks- und Landesebene möglich ist, ein, wir werden weiter dafür streiten, dass sich diese Verhältnisse ändern und Flüchtlinge eine Stimme im politischen Prozess zukommens machen. Mit dem vorherigen Satz erkennen wir die bisherige Realität an, aber machen auch deutlich, dass wir das nicht akzeptieren. Ich bin dafür, dass wir Grüne dafür kämpfen, die Stimme der Refugees in die Bevölkerung zu tragen und eine breite Gesellschaft dafür zu mobilisieren. Ich möchte im Text stehen haben, dass die derzeitigen Verhältnisse keine feststehenden, nicht zu veränderbaren Grenzen sind und wir weiter dafür kämpfen, dass sich das ändert. Und deshalb bitte ich euch inständig, diesem Änderungsantrag zuzustimmen. Zur zweiten ist die Formulierung im Antrag. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass es nicht reicht, die Flüchtlinge sich selbst zu überlassen. Die Refugees wurden nicht sich selbst überlassen, sondern sie haben sich freiwillig und selbstbestimmt zusammengeschlossen gegen staatliche Bevormundungen und gegen die Beschneidung ihrer Rechte. Wenn wir jetzt beschließen, dass wir genau das für falsch halten, schlagen wir dem Ziel der Bewegung die Nase zu. Vor der Tür die Nase zu. Die Refugees brauchen und brauchen Unterstützung. Und ich lade euch alle ganz herzlich dazu ein, das auch praktisch zu tun. Aber nicht in Form einer Bevormundung oder eines klaren Rahmens zu dem Antrag, sondern in Form einer solidarischen Unterstützung, gleichberechtigt und gleichgestellt. Deshalb stimmt mit dem Änderungsantrag und setze ein Zeichen, um die Stimme der Refugees breit in Gesellschaft tragen zu können. Danke. Vielen Dank, Tim. Dann möchte ich jetzt gerne Monika Herrmann auf die Bühne bitten für eine Gegenrede. Auch du hast zwei Minuten, Monika. Liebe Freundinnen und Freunde, vor zwei LDK haben wir hier im Landesverband Berlin gesagt, wir stehen solidarisch zu den Forderungen der Flüchtlinge. Und das haben wir gemacht. Und wir Grüne und auch wir Grüne in Friedrichshain-Kreuzberg müssen uns nicht in den Dreck werfen und mehr Kulpa schreien. Weil das, was wir gemacht haben, heißt, dass wir auch eine Menge erreicht haben. Ein kleiner Bezirk, mitten im Herzen Berlins, hat die gesamte Bewegung unterstützt, hat es tatsächlich geschafft, dass der Senat seine Verantwortung übernimmt, 570 Menschen unterbringt und leider sein Versprechen, was sie gemacht haben, was nicht wir gemacht haben, gebrochen hat. Aber in der Allgemeinheit, wie Tim es gerade beschrieben hat, stehen wir selbstverständlich weiterhin zu den Forderungen und kämpfen. Im Text aber ist deutlich gemacht worden, dass wir sehr wohl auch schauen müssen, wo wir unsere Grenzen haben. Und dieses ewige Versprechen und dieses ewige Sagen, ihr müsst nur ganz lange durchhalten und ihr müsst noch eine Kirche besetzen und ihr müsst noch eine Gewerkschaft besetzen und ihr müsst noch ein Rathaus besetzen und dann wird es schon werden. Das ist unredlich. Das, was wir alle und viele von uns, von der Grünen Jugend bis zum Abgeordnetenhaus bis zur Bezirksregierung, wir haben uns wirklich aufgeraucht, letztendlich in den letzten zwei Jahren. Das, was wir erreicht haben, wie gesagt, ist viel. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass die Landesregierung es anders sieht als wir. Herr Henkel wird sich nicht revidieren. Es wird kein Paragraf 23 geben. Es wird keine Gruppenlösungen geben. Er wird die Verfahren nicht nach Berlin holen. Und ehrlich gesagt, ich habe Respekt vor dem Widerstand. Ich habe Respekt davor, was die Gruppen tatsächlich geleistet haben. Aber wir müssen auch redlich sein und sagen, wo wir alle eine Grenze haben, als Bezirk, wie als Partei und sicherlich im Land Berlin. Wobei, da ist noch ein bisschen mehr Luft. Ich danke euch. Vielen Dank, Monika. Jetzt, wo die Argumente ausgetauscht sind, können wir zur Abstimmung kommen über den Antrag, also Änderungsantrag V07E24A. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Tim, falls du Bedarf hast, kannst du gerne auch übrigens hochkommen, um ein bisschen mitzugucken. Ich wollte dem jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber du hast es gesagt. Dankeschön. Wer ist gegen den Änderungsantrag? Dankeschön. Und wer enthält sich? Alles klar, bei wenigen Zustimmungen und wenigen Enthaltungen ist der Änderungsantrag abgelehnt. Dann kommen wir zum nächsten Änderungsantrag. Das ist der V07E301 von Martin Rehns. Auch da seht ihr in der Antragsübersicht, dass es zwar eine modifizierte Übernahme gab, aber ihm jetzt auch über ein paar Sätze sozusagen abgestimmt werden muss. Lieber, ach so, Martin macht das nicht. Lieber Volkmar, dann bitte ich dich, hochzukommen und den Änderungsantrag vorzustellen. Und auch du hast zwei Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Martin ist leider verhindert und er hat mich gebeten, seine Aufgabe hier zu übernehmen. Wir haben auch unsere Änderungsanträge gemeinsam gestellt und gestern verhandelt. Und diesen einzigen haben wir nicht durchgekriegt. Deswegen wollen wir den hier noch mal zur Abstimmung stellen. Wenn ich wir sage, wir sind einige Mitglieder der AG Bauern, der LRM Migration, die uns zu einem Arbeitskreis Stadt und Migration zusammengeschlossen haben und Fragen der Geflüchteten diskutieren, eben Geflüchtete nicht als Problem zu begreifen, sondern auch die Potenziale globaler Mobilität zu sehen. Und wir sehen die Geflüchteten als Teil der Zuwanderung nach Deutschland. Ich sage das, um auch diesen Aspekt aufzuzeigen. Wir schlagen, wir finden diesen Antrag sehr gut, aber wir schlagen trotzdem vor, diese eine Passage zu streichen. Wir sehen, wir können das sehr gut nachvollziehen, dass ein Bedürfnis besteht, sich von diesem Personenkreis zu distanzieren, weil sie ja wichtige Prozesse erschweren oder blockieren. Trotzdem würden wir gerne diese Passage streichen. Warum? Es gibt uns drei Gründe. Erstens, in dem Zusammenhang mit dem Thema Willkommenskultur setzt es den falschen Fokus. Es lenkt nach unserer Meinung etwas davon ab, wie wir eigentlich handeln wollen. Zweitens ist es eine sehr kleine Gruppe, auf die sich diese Passage bezieht. Und wir finden, damit gibt man dieser Gruppe zu viel Aufmerksamkeit. Weil wir wollen uns mit den Argumenten der Leute auseinandersetzen. Und ich glaube, wir haben die besseren Argumente. Und schließlich, und da sehen wir das eigentliche Problem, ist uns diese Passage etwas zu diffus. Wir befürchten, dass sich viele Unterstützerinnen und Unterstützer angesprochen fühlen, die wir gar nicht meinen. Und das würden wir als unnötige Polarisierung und kontraproduktiv empfinden, weil wir brauchen viele Unterstützer und viele Unterstützerinnen. Deswegen wollen wir euch vorschlagen, diese Passage zu streichen. Vielen Dank. Danke, Volkmar. Dann bitte ich an der Antragsteller, ach so, Bettina für die Kontra-Rede. Lieber Volkmar, da möchte ich aus voller Überzeugung dagegen reden, so sehr ich deine Arbeit für Flüchtlinge sonst auch schätze. Es ist, glaube ich, Monika hat schon darauf verwiesen, dass wir redlich bleiben müssen. Und ich halte das für ganz dringlich, denn ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Geflüchteten zum Teil von einigen dieser Unterstützer auch schlichtweg falsch beraten werden in der letzten Zeit. Monika hat darauf hingewiesen. Und ich glaube, man muss in der Politik sehr genau immer unterscheiden, worauf kommt es wirklich an. Kommt es auf einen konkreten Menschen an, im Zweifelsfall, oder kommt es einem im Zweifelsfall auf abstrakte Prinzipien an. Und in unserem Grundsatzprogramm heißt es, für uns steht der Mensch in seiner Freiheit und Würde im Mittelpunkt. Und das bedeutet im Zweifelsfall, ich halte mich an das, was konkret den Menschen hilft. Und es gibt unter den Unterstützern ganz, ganz viele, die da ganz viel Geld und Freizeit geopfert haben und versucht haben, was für die Leute zu tun, ihnen im Winter Quartier zu geben und alles, was ich sehr respektiere. Aber es gibt einfach auch einige, die tatsächlich auf dem Rücken der Geflüchteten und der Protestierenden ihre eigene Politik vorantreiben, für Prinzipien, die man ja auch für gut halten kann, die aber den Geflüchteten selber nichts helfen, sondern wo sie einfach vor den Karren gespannt werden. Und ich halte das für höchst überfällig, dass wir das sagen. Und ich glaube, ein solcher Parteitag ist schon auch eine Gelegenheit, uns in der Hinsicht zu positionieren. Ich bin gerne bereit, mit denen auch weiter Argumente auszutauschen an anderer Stelle, aber ich bitte euch hier sehr um ein klares Zeichen in der Sache. Dankeschön. Danke. Okay, es gibt jetzt einen Geschäftsordnungsantrag von Tim. Ich würde mir gerne wünschen, da nochmal ein Vor- und Kontra die Rede zuzulassen, weil ich genau, wie du es gerade gesagt hast, wenn wir die Menschen im Mittelpunkt stehen haben lassen wollen, dann dürfen wir das nicht da drin haben, weil das macht einen Konflikt auf, der genau davon ablenkt, Es ist eine Geschäftsordnung, es muss eine Geschäftsordnung vortragen. Lass uns das bitte nochmal ansprechen. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du jetzt gerne eine weitere Pro- und eine weitere Kontra-Rede. Ich würde mal sagen, die Gegenrede ist formal und wir kommen jetzt gleich in die Abstimmung. Wer ist dafür, dass sozusagen die Debatte nochmal geöffnet wird mit jeweils einem Pro- und einem Kontra? Entscheiden Sie sich jetzt, bitte. Dankeschön. Wer ist dagegen? Und wer enthält sich? Dankeschön. Das muss ich jetzt mal ganz kurz hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen beraten. Okay, Leute, tut mir leid, aber wir müssen jetzt eine kleine Sportübung einlegen und zwar bitte ich euch jetzt, damit wir das nochmal genauer nachvollziehen können, weil das sehr knapp erscheint, dass ihr aufsteht. Ich frage jetzt deswegen nochmal, wer ist dafür? Ja, weil Sport so viel Spaß macht und wir ja auch so sportbegeistert sind, machen wir das jetzt. Wer ist dafür, die Redeliste sozusagen nochmal zu öffnen, also eine Pro- und eine Kontra-Rede weiter zuzulassen? Der steht bitte jetzt auf. Dankeschön. Okay, sorry, ihr müsst nochmal aufstehen, tut mir leid. Na, ihr sagt doch immer, ihr seid so sportbegeistert. Gut, das waren laut Rechnung ungefähr 48. Dann bitte ich jetzt, dass alle aufstehen, die dagegen sind. Tief- und eine Tief- und eine Tief- und eine Tief- und eine Tief-und-at mode Die Tief-undat dieser Tief-undat this. Die Tief-undat posición. uk- und zu spiel-undat. Okay, wir schwanken hier gerade zwischen 56 und 58. Das ist somit bisher die Mehrheit. Und jetzt bitte ich noch mal, trotzdem der Form halber, die Enthaltungen, die können auch sitzen bleiben. Das sage ich ja erst jetzt. Es sollte keine Motivation sein. Okay, das sind 13. Damit ist dann der GO-Antrag von Tim abgelehnt. Und wir kommen jetzt wirklich zur Abstimmung. Und ich bitte alle, die dem Änderungsantrag E3001 zustimmen wollen, um das Kartenzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Okay, damit ist der Antrag bei wenigen Großstimmen abgelehnt. Und wir kommen jetzt zum dritten Änderungsantrag, der folgendermaßen heißt L461 neu. Und der wird vorgestellt von André Schulze. Lieber André, auch du hast zwei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, die Forderung nach der Abschaffung der Residenzpflicht ist seit Jahren eine unserer zentralen Forderungen in der Asylpolitik. Die Kriminalisierung von Geflüchteten, die sich einzig außerhalb ihres Landkreises beziehungsweise Bundesland bewegen, wollen wir beenden. Aber genauso war es immer Hintergrund unserer Forderung, dass wir die Zusammenführung von Familien und die Arbeitsaufnahme dadurch erleichtern wollen, dass Flüchtlinge und Geflüchtete Freizügigkeit bekommen. Das impliziert natürlich direkt auch die Abschaffung der Wohnsitzauflage. Denn was für Folgen hat es denn, wenn eine Wohnsitzauflage mich bei der Wohnungssuche einem oberbayerischen Landkreis zuordnet? Wenn meine Familie zeitgleich in Schleswig-Holstein untergebracht ist und der mögliche Arbeitsplatz in Stuttgart liegt. Beide Ziele werden verfehlt, denn auch ein regelmäßiger Besuch dieser Orte ist ob der finanziellen Möglichkeiten nicht gegeben. Ja, es ist richtig und wichtig, auch ein Konzept für die Verteilung der Kosten zu haben, um auch ländliche Gebiete hier in die Pflicht zu nehmen und nicht einseitige Belastungen bei den Großstädten zu haben. Aber dann lasst uns doch genau das gemeinsam erarbeiten und nicht die Wohnsitzauflage in heutiger Form dauerhaft zementieren. Denn nichts anderes tut der Antrag, wenn er so tut, als wenn die Einschränkung der Freizügigkeit politisch wichtig und von uns auch gewollt ist. Lasst uns die Abschaffung der Residenzpflicht nicht zur Farce machen, indem wir sie durch die Beibehaltung der Wohnsitzauflage die Freizügigkeit weiterhin massiv behindern, Familienteilen und Arbeitsaufnahme bedeutend erschweren. So kann uns keine Integration von Geflüchteten gelingen, wie er zu Recht im Antrag angemahnt wird. Daher bitte ich um Unterstützung für den Änderungsantrag. Vielen Dank, André. Von den Antragstellern wird jetzt Renate Künast die Gegenrede halten. Liebe Renate, auch du hast zwei Minuten. Ich will euch sagen, was mich bewegt, was uns bewegt, diesen Änderungsantrag abzulehnen. Nämlich die Tatsache, dass wir viel mehr Flüchtlinge aufnehmen wollen, als wir heute haben. Unsere Forderung ist EU-weit 500.000 neue Flüchtlinge. Wir haben gerade mit einigen für die BDK Ende November einen Antrag formuliert, ein Kontingentflüchtlingspaket zu entwickeln. 5000 Roma aus den Westbalkanländern jedes Jahr. Wir sagen, der Bund muss mehr an finanzieller Unterstützung für die Unterbringung der Flüchtlinge und so übernehmen. Das ist unser Ziel. Und auf der Basis beurteile ich diesen Änderungsantrag. Und dann sage ich, dass wir die Residenzpflicht abschaffen wollten. Also das ist richtig. Bundesweit. Warum? Weil das heißt, dass jemand, der hier wohnt, die Tante, den Onkel oder die Kirche oder irgendwelche Feste oder eine Buchmesse und ein Filmfestival irgendwo besuchen kann, ohne von der Gnade der Ausländerbehörde abhängig zu sein. Deshalb ja zur Abschaffung der Residenzpflicht. Aber weshalb habe ich von den 500.000 an den 5.000 geredet? Wir wollen die Wohnsitzauflage beibehalten. Und das heißt, dass jemand, der hier als Flüchtling hinkommt, als Asylbewerber, einen Wohnsitz zugeordnet bekommt. Das kann Nürnberg sein, Halle, Berlin, Rostock, Kiel. Und ich sage euch mal, ich stehe dazu, dass wir das beibehalten. Warum? Weil noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen heißt, noch mehr gut zu organisieren. Welcher grüne Sozialstaatrat, Sozialstaatrin oder Bürgermeisterin könnte es denn organisieren, wenn es keine Wohnsitzauflage gäbe, wo Geld ausgezahlt wird, wo Beratung da ist, wo Kontakte zu Jobs und, und, und stattfindet? Wer könnte das denn von uns organisieren, wenn du nicht weißt, ob morgen 500 mehr oder 500 weniger hier sind? Das würde niemand hinkriegen. Und ich lasse an der Stelle nicht gelten, dass man sagt, die brauchen das unbedingt. Nein, ich möchte ein Flüchtlingsrecht erhalten. Das heißt, die Leute können aus den Orten, in denen jetzt, ob in Afrika oder im Nahen Osten ihr Leben gefährdet ist, hierher nach Deutschland kommen, weil sie sind in Deutschland sicher. Und deshalb Wohnsitzauflage organisatorisch beibehalten, Residenzpflicht abschaffen und dafür kämpfen, dass mehr Roma hierher kommen dürfen und dass wir aus Nahen Osten 500.000 neue Flüchtlinge in Europa aufnehmen können. Die brauchen die Sicherheit. Da liegt das Problem und nicht bei der Wohnsitzauflage. Die ist ein Management, damit wir es für alle, die schon hier sind und für die, die kommen, gut und friedlich mit guter Bildung und Therapie organisieren können. Vielen Dank. Dann können wir jetzt schon wieder einen GO-Antrag. Okay, bitteschön, dann stell uns den vor. Also mein GO-Antrag geht dahin, dass ich zwei weitere Redebeiträge zulassen möchte, einen Pro, einen Contra, weil ich finde, das ist eine Frage, die, es geht hier um Menschenrechte. Das können wir nicht mit einem Pro und einem Contra-Beitrag abhandeln. Auch da würde ich vorschlagen, machen wir die Gegenrede wieder formal. Da das wie vorher auch ein, wie bei Tim auch gerade, ein Rückholantrag ist, braucht es hierfür eine Zweidrittelmehrheit. Ich will jetzt fragen, wer ist für den Antrag des GO-Antragstellers? Okay, vielen Dank. Wer ist dagegen? Okay, da, wie gesagt, man eh eine Zweidrittelmehrheit braucht, ist hiermit der Antrag abgelehnt. Achso, Entschuldigung, Enthaltungen? Alles klar, vielen Dank. Wie gesagt, der GO-Antrag ist abgelehnt und wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Änderungsantrag. Und zwar, wie gesagt, diskutieren wir gerade über V07E 4619. Wer möchte für diesen Änderungsantrag stimmen, der hebt bitte jetzt seine Karte. Dankeschön. Wer ist dagegen? Und wer enthält sich? Damit ist dieser Änderungsantrag auch abgelehnt. Und wir kommen jetzt zur Schlussabstimmung über den Antrag V07. Wer möchte? Also, Tim hat wieder einen GO-Antrag, deswegen... Tut mir leid, ich hoffe, dass meine GO-Anträge auch wertvoll hier angenommen werden. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir in der Debatte noch einmal einen Pro- und einen Kontra-Beitrag zulassen würden, weil ich finde, das ist ein sehr großer Antrag, den wir thematisch hier haben. Und deswegen sollten wir auch da noch mal was zu hören bekommen haben. Gerade mit den Änderungsanträgen, die gerade abgestimmt wurden. Und auch, wenn es euch nervt, dieses Thema ist wichtig. Also bitte. Tim, ich muss dich darauf hinweisen, dass wir gerade jetzt ja schon in einem Abstimmungsverfahren waren. Und außerdem gerade ja schon abgestimmt wurde, ob sozusagen die Debatte verlängert wird. Das heißt, du würdest ja quasi noch mal einen Rückholantrag zum Rückholantrag oder so stellen. Du meintest... Ja, aber auch da gab es ja schon eine Abstimmung. Und deswegen sind wir der Meinung, dass das jetzt leider zu spät ist. Und das sage ich übrigens als eine, die auch sich wünschen würde, die Debatte zu verlängern. Aber tut mir leid, wir sind nur mal die Formalia. Und deswegen bitte ich euch jetzt, dass wir in die Endabstimmung gehen können. Deshalb frage ich noch mal, wer möchte diesem Antrag jetzt in der geänderten Form zustimmen? V07. Dankeschön. Wer ist gegen den Antrag? Okay. Und wer enthält sich? Bei zwei Nein-Stimmen und wenigen Enthaltungen ist dieser Antrag somit angenommen. Und bevor wir jetzt zu V08 neu kommen und ich euch da auch dieses gesonderte Verfahren, das ich vorher schon angekündigt habe, vorstelle, habe ich einen wunderbaren, kurzen Zwischeneinschub. Und zwar wollte ich gerne mal in die Runde fragen, wer von euch ist heute mit dem Auto da? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Okay, da sehe ich schon ein paar... Wer ist mit einem blauen Auto da? Trau... Ah ja, zum Beispiel, okay. Also an eine Autofahrerin oder einen Autofahrer habe ich jetzt eine traurige Nachricht, du musst ganz tapfer sein. Und zwar ein blauer Renault Twingo mit einem Berliner Kennzeichen wurde vor ein paar Minuten abgeschleppt. Das nur zur Info. Ich erspare mir da jeglichen Kommentar. Und nach dem kleinen lustigen Einschub würde ich euch jetzt bitten, euch nochmal zu konzentrieren. Ihr könnt das ja heute Abend beim Wegbier in der U-Bahn nochmal diskutieren. Und zwar kommen wir jetzt zu dem Antrag V089. Wir haben es bald geschafft, ihr Lieben. Ihr seid sehr tapfer und es ist wirklich großartig. Aber bitte lasst uns jetzt bei diesem Top nochmal sehr konzentriert arbeiten. Und ich bitte wirklich um Ruhe. Es ist sehr schwer, bei all dem Gemummel und Geflüster sich zu konzentrieren. Wir kommen jetzt zu V089 mit dem Titel Berlin muss in den Klimaschutz investieren, aber richtig. Und wie schon angekündigt, möchten wir da gerne ein anderes Verfahren als bei den anderen V-Anträgen zulassen und euch vorschlagen. Und zwar, weil es soll eben eine Debatte sein. Und zwar ist es so, dass es bei diesem Antrag auch mehrere Antragsteller gab. Und auch die LAG Energie und die LAG Wirtschaft sozusagen da aktiv geworden sind. Und deswegen gibt es zwei Antragsteller in der ganzen Geschichte. Plus, habe ich ja vorhin schon gesagt, V08 und V09 standen gegeneinander, wurden jetzt beide zurückgezogen und fließen in den V089 ein. Und deswegen wollen wir euch vorschlagen, dass es drei gesetzte Redebeiträge gibt und eine Einbringung und danach nochmal zwei gesetzte Redebeiträge, also drei gibt. Das sind auch drei Männer. Und deswegen schlagen wir euch vor, dass wir dann nochmal dreimal losen, also drei Frauen sich einwerfen können. Aber eben nicht Männer, weil es schon drei sind. Hat das jemand nicht verstanden? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich euch jetzt um das Kartenzeichen, um dieses Verfahren zu bestätigen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Und wer enthält sich? Bei wenigen Enthaltungen ist dieses Verfahren dann angenommen. Und ich bitte euch jetzt nochmal ganz herzlich, die Nebengespräche einzustellen, beziehungsweise draußen weiterzuführen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir jetzt hier diskutieren. Gerade für uns als grüne Partei. Okay, wunderbar. Und ich würde vorschlagen, dass jetzt Michael Schäfer als einer der Antragsteller den Antrag vorstellt. Und wie gesagt, liebe Frauen hier im Saal, ihr seid herzlich eingeladen und aufgefordert, euch zu dieser Debatte einzuwerfen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich über diesen Kompromiss, weil er kein Formelkompromiss ist, sondern eine echte Einigung. Und ich danke ganz herzlich Stefan Taschner und Georg Köstler für die stundenlangen Verhandlungen, die sehr hart waren, aber immer fair. Applaus Ja, und jetzt fehlt der zweite Zettel, genau. Worin genau besteht die Einigung? Das Erste, wo wir uns ganz schnell klar waren, ist, während die CDU Rekommunalisierung verteufelt und die SPD in Berlin Rekommunalisierung zum Selbstzweck gemacht hat, wir Grüne sind die Partei, die jede einzelne Rekommunalisierung prüft, ob sie finanzierbar ist, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt und ob sie soziale und ökologische Verbesserungen bringt. Das ist Punkt eins. Applaus Punkt zwei ist, wir haben festgestellt, dass heute diese Voraussetzungen bei der Gasnetz-Rekommunalisierung nicht erfüllt sind. Punkt drei ist, und das ist jetzt neu, dass wir sagen, in Aussicht stellen im Senat, wir können, wir wollen und können einer Rekommunalisierung des Gasnetzes zustimmen. Wenn vier sehr harte Bedingungen erfüllt sind. Und diese Bedingungen kann ich leider jetzt nicht alle vorstellen. Eine exemplarisch, wir sagen zum Beispiel, dass der Kaufpreis für das Gasnetz den Ertragswert nicht übersteigen darf, dem das Gasnetz im Falle einer konsequenten Klimapolitik hätte, die Berlin bis 2040 klimaneutral macht. Wir wissen, dass es so eine Kaufpreisermittlung grundesweit bis heute nicht gegeben hat. Das ist aber eine radikale ökologische Forderung, die wir aufstellen müssen. Denn das Gasnetz als fossile Infrastruktur dürfte an Wert verlieren, wenn wir 100 Prozent Erneuerbare durchsetzen. Deshalb macht diese Forderung Sinn. Unseren Streit ums Gasnetz beenden wir heute durch eine Einigung auf dieser harten Voraussetzung. Ihr findet sie alle zusammengefasst in den letzten beiden Abschnitten des Antrags. Und jetzt schaut euch mal im Vergleich den Streit beim Senat an. Und wie die es nicht schaffen, in der Sache überhaupt zu diskutieren. Der Senat liefert Berlin beim Gasnetz ein Spektakel. Der eine Senator wirft dem anderen Befangenheit vor. Der andere Senator schickt dem einen Senator eine Unterlassungserklärung per Anwalt. Vertrauliche Unterlagen werden durchgestochen. Und dann gab es noch einen Einbruch in ein Senatorenbüro, von dem die anderen dann munkeln. Das könnte doch Absicht gewesen sein. Und alles nur vorgetäuscht. Als Fernsehserie wäre das amüsant. Aber für die Berliner Klimapolitik ist es verheerend, wenn wir so in eine Gasnetz-Rekriminalisierung stolpern. Darum sagen wir ganz klar zum Schluss, jetzt, Senatoren, macht endlich eure Arbeit. Und legt eine energiepolitische Strategie für die Energienetze vor. Legt endlich ein seriöses Finanzierungskonzept vor für das Gasnetz. Und eine Risikoanalyse. Nicht, weil wir Grüne es brauchen, um uns am Ende entscheiden zu können. Sondern, weil Berlin das braucht, um am Ende sinnvoll entscheiden zu können. Vielen Dank, Micha. Und gelost haben wir jetzt Silke Gebel aus dem Kreisverband Berlin-Mitte. Liebe Silke, du hast zwei Minuten. Ich bin so langsam. Du warst gerade einer der Schnellsten. Sehr gut. Liebe Freunde und Freunde, wenn man Gas als Energieträger einsetzt, dann spart man 25 Prozent CO2 im Vergleich zu Heizöl. Das ist der Grund, warum Gas als Brückentechnologie angewendet wird. Aber man kann es drehen und wenden, wie man will. Klimafreundlichkeit sieht anders aus. Ich will, dass wir unsere ganze Kraft und Energie dafür einsetzen, darauf zu konzentrieren, wie die richtigen Alternativen zum Mainstream werden. Und ich bin im Berliner Abgeordnetenhaus Mitglied der Enquete-Kommission für neue Energie für Berlin. Und ich muss sagen, die anderen Parteien, SPD und CDU, aber auch Pirat und Linke, die denken nicht in Alternativen. Die denken nur nach dem Schema F. Und liebe Leute, genau deshalb glaube ich nämlich nicht, dass eine SPD sich für Alternativen zum Gas einsetzt, wenn sie mit dem Gasnetz Kohle machen kann. Das macht sie schon heute nicht. Und das wird sie, wenn der Stadt das Gasnetz gehört, dreimal nicht machen. Dann wird nämlich ihr erklärtes Ziel sein, so viele Kunden am Gasnetz zu halten und so viel Gas wie möglich an die Berliner zu verkaufen. Und da muss man sich mal die Energiesicherheit bei Gas anschauen. Die Top 5 der größten Gasreserven weltweit, und wir sind Top 2 Nettoimporteur von Gas weltweit, liegen in Russland, Iran, Katar, Turkmenistan und Saudi-Arabien. Wenn man sich dann anschaut, was man in Berlin machen kann, Gas aus Bioabfällen, das sind Tropfen auf dem heißen Stand. Ein Promille macht es aus. Echte Energiesicherheit gibt es nur mit schlauen Alternativen wie Abwärme oder Solarthermie. Und wie gesagt, wir sind die Einzigen, die sich darüber Gedanken machen. Liebe Leute, wenn ich mir die weltpolitische Lage aktuell so anschaue, dann sind die Regionen, die ich eben aufgezählt habe, tiefer als in einer tiefen Krise. Und verlässliche Partner sehen ganz anders aus. Und ganz im Ernst, da kann mir keiner garantieren, dass wir in Berlin nicht in ein, zwei, drei Jahren über Fracking aus Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen sprechen. Aber da sage ich nicht mit uns. Ich habe die Bilder aus den USA gesehen, wo das Grundwasser durch Gas und Chemikalien verunreinigt wurde und die Stichflammen aus den Wasserhähnen schossen. Da wird aus einer Brückentechnologie schnell eine Sackgasse. Liebe Leute, wir sind die Partei des ökologischen Wandels. Lasst uns nicht nur in zwei, drei Jahren denken, sondern auch an kommende Generationen. Deshalb finde ich gut, dass dieser Antrag extrem harte ökologische Bedingungen für eine Gasnetzübernahme benennt. Wir dürfen uns keine rückwärtsgewandte Technologie ans Bein winden. Deswegen bitte ich euch, stimmt dem Antrag zu. Vielen Dank, Silke. Jetzt ist der nächste gesetzte Redner, Bola Ola-Lowu. Und gelost, bevor, sorry, Bola, gelost wird jetzt auch gleich nochmal live. Marion Hasper von der LAG Energie. Lieber Bola, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will aus dem, was Silke gerade gesagt hat, einen Punkt herausgreifen, der mir besonders wichtig erscheint. Wir sind die Partei der Energiewende. Und wenn ihr euch anschaut, was Rot-Rot da in Brandenburg gerade macht, wo die ja sogar bereit sind, jetzt die Dörfer abzubaggern, nach dem Wattenfall das nicht mehr tun soll oder darf, dann ist klar, nur wir können Energiewende machen. Aber dafür brauchen wir Partner. Und die Energiewirtschaft in Deutschland wird von vier großen Unternehmen dominiert. Wattenfall, RWE, E.ON, E.N.B.W. Und wenn ihr euch das mal anschaut, Wattenfall klagt gegen die Energiewende. Das ist nicht unser Partner in dieser Energiewende. Mit dem können wir da nichts machen. E.ON klagt gegen die Energiewende. Auch das ist nicht unser Partner. RWE, die klagen gegen die Energiewende. Die E.N.B.W. klagt nicht. Und warum klagen die nicht? Die E.N.B.W. gehört. Und zwar gegen das ausdrückliche Bestreben der Union, dem Land Baden-Württemberg und den schwäbischen Kommunen. Solch ein Landesunternehmen unterstützt die... Bitte? Die wollten es verkaufen. Solch ein Landesunternehmen unterstützt an der Stelle genau die Energiewende. In Stuttgart hat Fritz Kuhn die Energieversorgung rekommunalisiert. Damit gehört die gute alte TWS jetzt wieder der Stadt Stuttgart. Und davon können wir lernen. Und auch das Gasnetz, das mit seiner 160-jährigen Geschichte 140 Jahre lang dem Land Berlin gehört hat, wieder in den Landesbesitz zurückholen. Wir brauchen hier in Berlin für die Rekommunalisierung die Energienetze. Wir müssen diese Netze den internationalen Konzernen Vattenfall und E.ON und auch der Gas de France wegnehmen. Mit dem Beschluss, den wir heute fällen, sprechen wir uns für eine Rekommunalisierung des Berliner Gasnetzes aus. Wenn dann sichergestellt ist, dass es für die Energiewende genutzt werden kann. Und auch, dass die Rahmenbedingungen, so wie Micha sie gerade dargestellt hat, hergestellt werden. Besonders danken möchte ich für den Kompromiss, der hier erzielt wurde, wo wir sozusagen die Antagonisten waren, der LAG Energie mit insbesondere Stefan Taschner und Georg Kößler, die das hergestellt haben. Danke. Vielen Dank, Bola. Dann hat jetzt Marion Hasper von der Abteilung Ökologie das Wort. Ja, vielen Dank. Als Sprecherin der LAG Energie war für mich dieser Prozess besonders wichtig, weil man daran erkennt, wie wichtig auch unsere Fachabteilungen für die Debatte, für die Fachdebatten sind. Das ist der interne Ort, wo wir uns eben auch über strittige Punkte auseinandersetzen können. Und ich bin auch, danke auch Georg und natürlich Michael und auch Stefan für die Vorstellung dieses Kompromisses, denn es ist in der ganzen gesamten Diskussion nicht einfach gewesen. Aber wir als LAG Energie und die Fachleute bei uns sehen eben das Gasnetz nicht zukünftig für die Verteilung von fossilem Erdgas, sondern wir wollen und wir brauchen das Netz zukünftig stärker auch als Speicher, um Einspeisenetz zu für den Partner als Sonne und für Wind. Und dafür brauchen wir das Netz, nicht für die fossilen und auch nicht für Frackinggas, liebe Silke und lieber Michael. Und daher würde ich mir auch wünschen, dass ihr das bitte unterstützt, denn für diesen Fall haben wir auch 2016, wenn wir in den Wahlkampf gehen, eine gute Voraussetzung als ökologisch und soziale Partei aufzutreten und eben auch die wichtigen Initiativen in dieser Stadt nicht völlig von uns abzukoppeln, sondern weiterhin auch an unserer Seite zu wissen und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und ich möchte auch noch mal kurz darauf eingehen, dass natürlich die Anteilseigner der GASA, der jetzigen, eben klang schon an, eben die GDF, Suez, Beteiligungs-GmbH, Vattenfall und E.ON eben natürlich nicht diejenigen sind, die in unserem Sinne unsere Ziele für eine neue ökologische Politik hier in Berlin, Energiepolitik, dann auch umsetzen werden. Sondern das sind eben unsere Modelle mit der Beteiligung der breiten Bevölkerung und eben Beteiligungsgesellschaften. Vielen Dank. Vielen Dank, Marion. Bevor Stefan Taschner als dritter gesetzter Redner das Wort hat, würde ich sagen, wir losen jetzt noch mal live die dritte Rednerin. Übrigens kann man schon mal sagen, es ist super, dass sich so viele Frauen eingeworfen haben. Das ist ja manchmal auch nicht selbstverständlich. Deshalb vielen Dank für eure tolle Beteiligung. Und die dritte, drittgeloste ist sozusagen Ramona Popp aus dem Kreisverband Mitte. Und lieber Stefan, du hast jetzt auch zwei Minuten das Wort. Ja, danke. Liebe Freundinnen und Freundinnen, die Diskussion rund um die Gasnetze hat definitiv die energiepolitische Debatte in den letzten Wochen bei uns in der Partei deutlich bestimmt. Und ich sage es erst mal kein Fehler, dass man sich bei so einem wichtigen Thema in der Sache auseinandersetzt. Weil schließlich geht es um eine wichtige Entscheidung. Wir müssen jetzt entscheiden, wie wir die Weichen für die nächsten 20 Jahre so stellen wollen, dass die Energiewende auch bei uns in Berlin endlich ankommt. Sicher. Die Debatte hätte man schon zu einem früheren Zeitpunkt führen können, vielleicht auch müssen. Wie dem auch sei, uns ist es trotz gelungen, trotz der unterschiedlichen Auffassungen in den Sachargumenten, gemeinsam zu diesem Antrag zu kommen und ihn hier so einzureichen. Aber was auch klar ist und was auch in diesem Antrag steht, was ich das Gefühl habe, das fällt gerade immer so ein bisschen herunter. Was in dem Antrag steht, ist eben, wo wir Grüne uns bereits ganz deutlich für eine Rekommunalisierung der Energieversorgung ausgesprochen haben. Wir sagen ja zu einem echten Klimaschutzstadtwerk und wir sagen auch ja zu einem Stromnetz in der Hand der Berlinerinnen und Berliner. Dafür haben wir Plakerte geklebt, dafür haben wir Unterschriften gesammelt, dafür haben wir uns eingesetzt. Wir Grüne sind aber auch nicht die Partei, die nur Hurra schreien, sobald dieser rot-schwarze Senat das Wort Rekommunalisierung auch nur in den Mund nimmt und trotzdem weiter ohne Kopf, ohne Konzept und ohne Strategie agiert. Nein, wir sind die Partei, die eben genau hinschaut. Das haben wir beim Stadtwerk gemacht, das machen wir bei den Stromnetzen und das passiert eben jetzt auch bei den Gasnetzen. Auch wenn das in der Sache vielleicht etwas schwieriger ist als bei den anderen beiden. Wir stellen deswegen Kriterien auf und nach diesen Kriterien entscheiden wir. Wir Grüne stehen für eine Rekommunalisierung, die ein Mehr an Energiewende für die Stadt bringt, die ein Mehr für Klimaschutz für unsere Stadt ergibt. Wir sind eben die Partei der Grünen-Rekommunalisierung und ich denke, genau für diese Grüne-Rekommunalisierung sollten wir in den nächsten Wochen und Monaten auch gemeinsam und geschlossen eintreten. Dann geht es endlich vorwärts mit Klimaschutz und Energiewende, auch in dieser Stadt. Dankeschön, Stefan. Bevor wir sozusagen in die Abstimmung eintreten, hat Ramona das Wort. Ja, liebe Freunde, liebe Freunde, wer in unserem Wahlprogramm guckt zu 2011 wird feststellen, dass wir da sehr klare Prioritäten benannt haben zum Thema Rekommunalisierung. Wir haben sehr deutlich aufgeschrieben, was unsere Inhalte und unsere Zwecke sind. Wir sagen zum einen, wir wollen, dass die S-Bahn zum Laufen gebracht ist und deswegen der S-Bahn-Fuhrpark aus Landesmitteln bereitgestellt werden soll. Wir sagen Priorität für Wohnungsbau und zwar mehr, als es zurzeit Müller, Nussbaum und Konsorten tun. Und wir sagen drittens, wir wollen die Energiewende in kommunaler Hand umsetzen. Wir wollen das Klimastadtwerk, Stefan hat das gesagt, mit 500 Millionen Euro ausstatten. Wir wollen das Stromnetz rekommunalisieren und mit in Bürgerhand geben, damit hier die Energiewende dezentral von unten in Berlin auch möglich ist. Und wir sagen aber eben zum Thema Gasnetz, dass wir das prüfen wollen. Und das ist der Kompromiss, der heute auf dem Tisch liegt. Und ich glaube, genau, und ich glaube, da ist ein echter Kompromiss erreicht worden. Man darf aber auch nicht vernebeln, was da in der Sache auch beschlossen werden soll von euch hier. Und ich glaube, diese Klarheit über das, was zur Abstimmung steht, muss man nochmal herstellen. Stefan hat das gerade sehr deutlich gesagt. Wir gucken genau hin, was da passiert. Und wir stellen Bedingungen auf. Die erste Bedingung heißt, es muss eine energiepolitische Strategie dieses Senats geben. Gibt es bis heute nicht, die diesen Konflikt auflöst zwischen der Wirtschaftlichkeit, also zwischen dem, was man aus dem Gasnetz, platt gesagt, rausholen will, und dem, was man energiepolitisch erreichen will. Diesen Zielkonflikt muss der Senat auflösen. Es muss eine Lösung geben für die Frage, dass der Ertragswert des Gasnetzes selbstverständlich mit dem Kaufpreis im Zusammenhang steht. Und vor allem ein letztes Argument, und das bitte ich euch wirklich mitzuwägen, für die Frage, die uns als Fraktion beschäftigt, die Rechtssicherheit der ganzen Veranstaltung. Wenn diese Konzessionsvergabe schiefläuft rechtlich und wenn wir dem zustimmen, dass es sozusagen rechtlich auf die schiefe Bahn gerät wird, dass wir das Stromnetz Auswirkungen haben, die ich nicht haben möchte und die ich vor allem nicht verantworten möchte. Und ich glaube, dass man zumindest bei diesem Thema Bundeskartellamt, sage ich nur als Stichwort, man jetzt im Klammerbeutel gepudert wäre, zu sagen, man macht da mit, aus der Opposition heraus, bei einer Sache, die hinterher noch kassiert wird. Ich glaube, dass man uns das nicht antun sollte. Aus heutiger Sicht kann man nur sagen, dass vernünftige Bedingungen, die sind heute nicht erfüllt. Wenn sich dann noch was dran ändern sollte, geht die Fraktion in die Prüfung dieser Bedingungen. Aber ich wollte für diese Klarheit schon sorgen, dass wir alle klar sind, worüber hier abgestimmt wird. Wir stimmen Bedingungen ab, die sinnvoll sind, die notwendig sind. Und unter diesen Bedingungen werden wir es als Fraktion prüfen, selbstverständlich, wenn sich die Sachlage ändert. Aus heutiger Sicht ist das so, wie es auf dem Papier steht. Die Rekriminalisierung ist kein Selbstzweck. Und in dieser Sache Gasnetz sind wir vom Senat noch nicht überzeugt. Danke, Ramona. Nachdem wir jetzt eine wunderbar lebendige Debatte geführt haben, können wir sozusagen weitergehen. Und ich bitte an dieser Stelle die Antragskommission nach oben. Oder war es das jetzt? Es gibt gar keine Änderungsanträge. Okay, super. Na, umso besser. Dann sind wir gleich durch, ihr Lieben. Da es keine Änderungsanträge zu V08 neu gibt, können wir gleich zur Schlussabstimmung kommen, zu dem vielbesagten Kompromiss. Wer ist für den Antrag V08 neu? Und wer lehnt ihn ab? Wer enthält sich in dieser Frage? Damit ist der Antrag V08 neu einstimmig angenommen. Vielen Dank. Und wir wechseln jetzt. Ah ja, okay, jetzt ist es an. Das Mikro, danke schön. Ja, vielen Dank, eh an der Stelle an die Technik. Ja, genau, einmal klatschen vielleicht für die Technik. Vielen Dank. Wir machen dann weiter mit V10 neu. Es wäre schön, wenn ihr leise sein könntet, langsam wieder euch hinsetzen, aufpassen. Dann machen wir weiter. V10 neu für eine demokratisierte europäische Handelspolitik. Nein zu CETA und TTIP von Anja Schillhannig und Lisa Paus. Und Lisa bringt ihn ein. Du hast drei Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Daniel hat ja heute schon darauf hingewiesen, bei der Eröffnung der Veranstaltung hier. Heute ist eben nicht nur Landesparteitag in Berlin, sondern europaweit an über 3.500 Orten werden Unterschriften gesammelt von über 250 Organisationen. Und wer es von euch noch nicht getan hat, bitte direkt hier nach oder bevor ihr geht, aufstehen nochmal. Draußen ist eine große Liste. Bitte unterschreiben. Es ist sehr, sehr wichtig. Und es ist auch schon ein ganz guter Erfolg. Über 150.000 Unterschriften sind bereits am ersten Tag zusammengekommen. Ihr wisst, für eine europäische Bürgerinitiative nach EU-Recht braucht man insgesamt... Lisa, die Abgeordneten Moritz und Otto bitte auch hinsetzen, die Gespräche einstellen. Vielen Dank. Danke, Andreas. Danke, Moritz. Herr Harald, um Gottes Willen. So, es sind 150.000 Unterschriften gleich am ersten Tag zusammengekommen. Inzwischen sind es schon über 250.000. Ihr wisst aber, dass die Europäische Kommission sich formal entschieden hat, das nicht zu akzeptieren. Sie hat formale Gründe vorgebracht, die vor keinem Gericht standhalten werden. Aber sie hat damit geschafft, dass es erstmal kein ordentlich formales Verfahren geben kann, von den Bürgern aus gegen CETA und TTIP, sondern sie müssen dann eben klagen vom Europäischen Gerichtshof. Die Europäische Kommission hofft damit, das Ganze weiter zu verschleppen und unsere Unterschriften, unsere Aktionen und die von ganz vielen Wittbürgerinnen in Deutschland und Europa, die müssen eben jetzt nochmal ran, um ihnen klarzumachen, dass CETA und TTIP tatsächlich gestoppt werden müssen und dass wir es schaffen können, CETA und TTIP in der derzeitigen Form zu stoppen. Warum muss es gestoppt werden? Ihr alle habt dafür schon auf der Straße gestanden beim Europawahlkampf, aber es ist eben noch nicht vorbei, sondern es kommt jetzt noch weitere härtere Phasen. CETA ist jetzt entverhandelt, sagt die Kommission, muss nochmal wieder sozusagen runter von der Endabstimmung. Und es ist eben nach wie vor so, Lobbygruppen dominieren die Verhandlungen, auch die ökonomischen Effekte werden selbst von den Befürwortern als sehr gering eingeschätzt. Das, was da jetzt verhandelt wird, braucht man so nicht. Und vor allen Dingen, und deswegen sind wir Grünen ja auch deswegen auf der Straße, es geht darum, dass dort verhandelt wird, dass grüne Standards Handelshemmnisse sind. Und das kann es eben mit uns nicht geben, liebe Freundinnen und Freunde. Ein Beispiel, was ihr auch schon alle kennt, der Anteil von gentechnisch verändertem Soja, Mais und Zuckerrüben, der ist in den USA eben bereits bei über 90 Prozent. Und wenn es eben dabei bleibt, dass wir Zulastungsverfahren gegenseitig anerkennen, dann werden wir eben genau die Situation, gegen die wir in Europa seit über 10, 15 Jahren erfolgreich gekämpft haben, dann werden wir über ein solches Abkommen genau solche Dinge hier haben, die wir nicht haben wollen. Und deswegen darf es dieses Abkommen so nicht geben, liebe Freundinnen und Freunde. Und auch das Thema Fracking wurde ja heute schon von Birke Gebel angesprochen. Auch das wird, wenn sich nichts ändert, über CETA und über TTIP wieder nach Deutschland schwappen. Die geplanten Teilverbote, die bisher noch geplant sind in Deutschland, könnten eben dann auch im Nachhinein ausgehebelt werden. Stichwort Daseinsvorsorge, die Rekommunalisierungsmöglichkeiten, über die wir gerade hier gesprochen haben, die wir wollen, die wir brauchen, die könnten durch so ein Abkommen ad absurdum geführt werden. Und last but not least ist natürlich dieses Schiedsgerichtsverfahren eine absurde Veranstaltung. Ihr wisst, dass es jetzt schon so ist, dass Vattenfall gegen die Bundesregierung Deutschland klagt und sagt, 3,7 Milliarden Euro wollen wir haben von dir Deutschland und nicht an deutschen Gerichten, sondern ein vermeintliches internationales Schiedsgericht, wo sich sieben Anwaltskanzleien immer miteinander abwechseln, wer Richter, wer Anwalt der einen Seite, wer Anwalt der anderen Seite ist. Und die dürfen darüber entscheiden, ob Staaten in Milliardenhöhe Entschädigungen zahlen müssen. Das ist absurd. Das muss weg. Ich finde, an diesem Punkt hat mal Barbara Hendricks ein wahres Wort gesprochen. Sie hat gesagt, was hier zur Abstimmung steht, das sind 150 Jahre Arbeiterbewegung, 100 Jahre Frauenbewegung und 50 Jahre Umweltbewegung. Und das darf nicht zugelassen werden. Sie hat recht. Ihre Partei hat es noch nicht vollständig verstanden. Wir müssen aktiv kämpfen, die weiteren Wochen und Monate, damit es eben dazu nicht kommt, CETA und TTIP müssen beide gestoppt werden. Applaus Danke, Lisa. Wir konnten keine Zettel in den Boxen finden. Das heißt, es gibt keine weiteren Redebeiträge. Jetzt bitte ich die Antragskommission nach vorne. Antragskommissionen. Gibt es keine Änderungsanträge? Kann sich mal jemand äußern, bitte? Andreas Audritsch vielleicht? Wollt ihr da was zu sagen? Entschuldigung, ich habe ein bisschen geschlafen. Zu diesem Antrag, nein zu CETA und TTIP für eine demokratisierte Handelspolitik liegen keine Änderungsanträge vor. Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt direkt über zur Abstimmung über den Antrag. Wer für den Antrag ist, hebt bitte seine Stimmkarte. Dankeschön. Wer ist gegen den Antrag? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Jetzt passiert hier was. Ihr könnt klatschen. Ich könnte mal das Plakat nicht mehr sagen, die werden nämlich so geblendet. So ist gut. So ist perfekt. Ich gucke zu stehen bleiben. Ja. Ich gucke. Die echten Listen zum Unterschreiben liegen übrigens draußen aus. Ihr könnt aber auch auf dem Plakat unterschreiben. Oder auf beiden. So, dann machen wir weiter und zwar mit dem Antrag V11, Mobilität neu erfinden, Zeit und Raum für ökologische Mobilität von Stefanie Emanuela Turba, Sergej Lagodinski und anderen. Und Sergej wird den Antrag einbringen. Auch du hast zwei Minuten Zeit dafür und wir haben wieder die Möglichkeit. Ich habe drei Minuten Zeit. Drei Minuten Zeit. Genau, du hast drei Minuten Zeit. Aber wir haben hier noch die Möglichkeit, sich für weitere Pro- und Kontra-Redebeiträge einzuwerfen. Die Boxen stehen hier nicht nur zur Ziertel. So, Sergej. Du hast drei Minuten Zeit. Vielen Dank, liebes Präsidium. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wenn letzte Jahre und die letzten paar Monate etwas gezeigt haben, dann war das dies. Im Punkto ökologischer, zukunftsgerichteter, verantwortungsbewusster Verkehr sind die Berlinerinnen und Berliner viel weiter als ihre Landesregierung. Warum ich das sage, jeder zweite Haushalt kommt hier in Berlin ohne Auto aus. Das Netz des öffentlichen Verkehrs, der öffentlichen Anbieter ist eins der besten in unserem Lande. Fast 90 Prozent der Haushalte erreichen die nächste Station der öffentlichen Anbieter innerhalb von fünf Minuten. Und Carsharing-Netze sind hier auch am besten. Das kommt ja auch dadurch, dass die Nachfrage nach Carsharing groß ist. Berliner Bürgerinnen und Bürger sind viel weiter als ihre Regierung. Und gerade deswegen brauchen wir eine Politik, die dieses Denken mitdenkt und mitgestaltet. Nicht die Bürgerinnen und Bürger müssen sich an den Senat anpassen. Der Senat muss die Zeichen der Zeit richtig erkennen und die Trends, die in der Bevölkerung längst verbreitet sind, annehmen. Und daher sagen wir und wir ist KV Schöneberg-Tempelhof und KV Pankow. Das ist ja ein Antrag nicht nur von Individuen, wie angekündigt wurde, sondern auch die Vorstände und zum Teil auch Mitgliederversammlungen der beiden Bezirke. Wir bieten mit diesem Antrag die erste kleine Vision dessen, was wir unter einem ökologischen Verkehr, unter diesen zukunftsgerichteten Konzepten verstehen. Wir plädieren dafür, dass diese Vision für ein vernetztes, für ein integriertes Konzept des öffentlichen Verkehrs, dass diese Vision auch ausprobiert werden kann in ausgewählten, zeitlich limitierten Räumen. Dass der Senat und die Bezirke dafür auch Räume schaffen sollen, sie sollen unterstützen und dadurch eine informierte Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger fördern. Denn zur Freiheit gehört eine informierte Entscheidung und für diese informierte Entscheidung muss man eben die Freiheit des Ausprobierens auch kennen. Die konkreten Vorschläge stehen in unserem Antrag. Wir wollen die Planung und Schaffen von Testräumen. Wir wollen das Miteinander von Bürgern, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik in diesem Bereich eben vorantreiben. Wir erkennen an, dass wir da gute, zuverlässige Partnerinnen und Partner haben. Und wir wollen, dass dieses Thema zu einem zentralen Baustein für die Abgeordnetenwahl in 2016 wird. Das ist wahrscheinlich für uns alle hier die wichtigste Folge dieses Antrags. Wir fordern Senat auf, an den Wandeln zu denken, diesen Wandel mitzudenken und keine bürokratischen Hürden und keine politischen Blockaden da veranstalten. Insofern plädiere ich dafür, diesen Antrag von zwei Bezirksverbänden und LAGs, die das auch mit unterstützt haben oder Vertreter der LAGs, dem zuzustimmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Sergej. Es sind jetzt keine weiteren Redebeiträge eingeworfen worden, sodass wir, wenn ich jetzt hier nichts weiteres sehe, auch hier zum Antragsverfahren reinsteigen können. Und ich würde auch hier die Antragskommission bitten, das weitere Verfahren vorzustellen. Zu dem Antrag lagen keine Änderungsanträge vor und liegen bis jetzt keine vor und daher kann man ihn abstimmen. Dann kommen wir jetzt zur Schlussabstimmung des Antrags V11 Mobilität neu erfinden, Zeit und Raum für ökologische Mobilität. Wer möchte diesem Antrag zustimmen? Den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Heinz, Umlauf, seid ihr dagegen oder habt ihr den Arm noch oben gehabt? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag einstimmig angenommen worden. Vielen Dank. Weiter geht's mit V03. Baden- und Rummelsburger See möglich machen von Kamilla Schuler, Silke Gebel, Paula Riester und anderen. Wer bringt den ein? Ich nehme an Silke. Du hast drei Minuten, wie immer. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, stellt euch vor, ihr seid am Ostkreuz und dann lauft ihr fünf Minuten, springt ins Wasser, schwimmt eine Runde, schaut zum Fernsehturm und dann denkt ihr, Berlin, das ist einfach eine coole Stadt. Und auch wenn es noch ein langer Weg dahin ist, wir brauchen in dieser Stadt Vision. Das Baden im Rummelsburger See, das gehört dazu. Und wenn es heute so weit weg erscheint, wie das Baden im Rhein in den 80er Jahren, als Klaus Töpfer da reingesprungen ist, Ich sage, lasst uns so mutig sein, uns dafür einzusetzen, um den Badespaß Realität werden zu lassen. Viele von euch waren bestimmt schon einmal beim jährlichen Solaren Sonnabend, den unsere Lichtenberger Grünen so toll organisieren. Danke für euer kontinuierliches Engagement. Und ihr habt euch da bestimmt gefragt, wieso findet so ein Fest eigentlich an einem See statt, die Sonne scheint und niemand springt ins Wasser. Das liegt daran, dass in dem friedlichen Wasser zahlreiche Altlasten schlummern. Der See war mal 14 Meter tief, heute ist er nur noch zwei Meter. Es gibt eine sechs Meter tiefe Schlammschicht aus giftigen Sedimenten. Das ist das Erbe des alten Industriestandortes. Aktuell gibt es Gewässerentwicklungsplanungen vom Senat für den Rummelsburger See. Und unser Ziel muss es sein, oder das Ziel des Senats muss es sein, dass es hier ein langfristiges Konzept gibt, welche Schritte wir brauchen, um im See wieder baden zu können. Es wird ein langer, steiniger Weg, da muss man auch ausbaggern, aber ich bin überzeugt, es ist es wert, für diese Vision zu kämpfen. Liebe Leute, das eine Problem sind die massiven Altlasten, die noch dazu durch den zunehmenden Schiffsverkehr tagtäglich aufgewühlt werden. Das andere Problem ist, dass auch heute noch Tag für Tag kiloweise Phosphat und Schwebstoffe in die Rummelsburger See eingeleitet werden dürfen. Kilometerlange Wasserleitungen spüren das schmutzige Regenwasser mit Straßenabheb, Hundekot und Co. aus Marzahn, Friedrichsfelde und Lichtenberg ungefiltert in den See. Und was ist der Plan von Senat und Bezirk gegen so eine Umweltverschmutzung? Sie wollen den einzigen Fußballplatz, den es da in der Ecke gibt, zukünftig überschwemmen, um das Wasser dann vorzureinigen, ohne zu wissen, ob die Fläche reicht. Und nicht beim nächsten Start kriegen die braune Brühe doch direkt in den See fließt. Das ist keine nachhaltige Umweltpolitik, sondern wieder mal der übliche zentrale Irrsinn unseres rot-schwarzen Senats. Wir Grüne, wir wollen einen anderen Weg gehen. Wir wollen an die Verursacher heran. Das heißt, statt kilometerlange Leitungen zu bauen, wollen wir das Regenwasser dort reinigen, wo es niederkommt. Das Verursacherprinzip. Wir wollen den Rummelsburger See nicht länger als Abwasserbecken missbrauchen. Liebe Leute, der Rummelsburger See, er liegt mitten in Berlin. Hier treffen sich Leute aus vielen Kiezen. Das Thema geht uns alle an. Mit einer schlauen ökologischen Lösung kann man hier echt was bewegen. Deshalb bitte ich euch, stimmt unserem Antrag zu. Lasst uns daran arbeiten und dafür kämpfen, damit man wieder im Rummelsburger See baden kann. Das ist nachhaltige Umweltpolitik. Und es ist eine Vision für mehr Lebensqualität, die allen in unserer Stadt zugute kommt. Das hat sich niemand eingeworfen, darum kommen wir zur Antragskommission. Liegt ein Änderungsantrag vor? Es lagen zwei Änderungsanträge vor von Silke Gebel selber und die Antragstellerinnen haben diese übernommen. Okay, Silke, du hast deine Anträge übernommen, das ist doch gut. Dann stimmen wir jetzt ab. Wer ist dafür, diesen Antrag so anzunehmen? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Drei Enthaltungen, damit ist der Antrag angenommen. Vielen Dank. Ja, da kann man auch klatschen an der Stelle. Nicht, dass hier noch alle einschlafen. Wir kommen zum nächsten Antrag und das ist jetzt V12, freies WLAN für Berlin, Vorreiterrolle für öffentliche Verkehrsmittel von Matthias Ohm, KV Schalottenburg-Wilmersdorf und anderen. Ich nehme an, Matthias, du bringst den Antrag selbst ein. Er ist zumindest auf dem Weg, er versucht es. Auch hier nochmal der Hinweis, wir haben unsere Boxen aufgestellt. Es ist noch eine weitere Pro und zwei Contrareden möglich, wenn ihr das wünscht. Matthias, auch du hast drei Minuten zur Einbringung. Und vielleicht wieder etwas Ruhe und vielleicht Gespräche draußen führen und nicht direkt vorne. Im Gang. Matthias. Nicht der Matthias Ohm, sondern Matthias Dietmar. Okay, Matthias, bitte. Gut. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Berlin hat ein ganz interessantes Eigenbild. Berlin präsentiert sich gerne als Smart City, als Start-up City, als attraktiver Wirtschaftsstandort, als gastfreundlich und so weiter. Das ist das Eigenbild. Und wenn man dann mal ins Detail guckt, dann sieht man, dass in manchen Bereichen Berlin die letzten zehn Jahre völlig verschlafen hat. Das ist auch in diesem Bereich der Fall. Das ist der Fall, wenn es darum geht, wie gastfreundlich ist eigentlich das WLAN in Berlin. In Berlin gibt es da eine Kultur der freien Nutzbarkeit. Die gibt es in Berlin nicht. Ja, da fällt Berlin im Vergleich zu anderen Städten deutlich hin zurück. Das heißt, es gibt da eine verpennte Entwicklung. Und das Kuriose an der ganzen Geschichte ist, dass die Technik eigentlich vorhanden ist. Es fahren in Berlin heute schon Vielzahl von Fahrzeugen durch die Gegend, die eigentlich WLAN-Empfang und ein WLAN-Netz tatsächlich zur Verfügung stellen könnten. Aber weil das nicht mitbestellt wurde, hat es der Hersteller deaktiviert, weil man eben den Gewährleistungsfall nicht möchte. Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Die gleichen Fahrzeuge, die in anderen Städten durch die Gegend fahren, fahren in Berlin ohne WLAN durch die Gegend. Das heißt also, diese Sache, dass man zukünftig auch in Berlin wie in anderen Städten auch ein kostenloses WLAN zur Verfügung stellt, wäre in Berlin fast kostenneutral zu verwirklichen. Das heißt, es gibt einen ganz enormen Mehrwert bei ganz geringen Kosten. Die Fahrzeuge, insbesondere die Neufahrzeuge, haben diese Technik. Die meisten Haltestellen sind bereits an Datenströme angebunden. Das ist bereits da. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, zukünftig in Ausschreibungen und bei Neuinstallationen auch, wie gesagt, WLAN-Technik zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet dann ganz klar, dass wir dann zukünftig mit anderen Städten mithalten können. Berlin ist im Moment eher auf dem Datenfeldweg. Wir Grüne sollten Berlin auf die Datenautobahn holen. Und dieser Antrag zeigt, wie das beginnen könnte. Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Auch hier gab es keine weiteren Redebeiträge, die eingeworfen wurden. Und ich fange an zu fiepen. Gab es? Also ich weiß nicht, wo der Redebeitrag, wenn vielleicht eingeworfen wurde, zumindest nicht in den für vorgesehenen Kisten. Deswegen gehen wir davon aus, dass es keinen weiteren Redebedarf dazu gibt. Und auch hier bitten wir die Antragskommission, das weitere Verfahren vorzuschlagen. Zu diesem Antrag lagen eine ganze Reihe Änderungsanträge vor. Das Bearbeitungsverfahren der Anträge gestern in der Antragskommission war sehr konstruktiv. Alle Anträge, die Stefan Gelbhaar gestellt hat, das waren fünf oder sechs, wurden übernommen. Ebenso der von Alexander Koch. Einer, der von Pascal Striebel, ist durch die Übernahme in den Änderungsantrag 46.1 erledigt. Und übrig bleibt eine Abstimmung. Und zwar ist das der Antrag, ein WLAN-kritischer Antrag von Clemens Grisehopp, der E 47.1. Gut, wer diesem Verfahren, also diesen modifizierten Übernahmen oder Übernahmen und der Erledigung durch Übernahme und der einen Abstimmung so zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist gegen das Verfahren? Da sehe ich niemanden. Wer enthält sich? Da sehe ich eine Karte. Dann ist das Verfahren so beschlossen. Und wir kommen zum Änderungsantrag. Clemens stellt den Antrag selbst vor, wie ich sehe. Du hast zwei Minuten Zeit, den zu begründen. Und danach wird es die Möglichkeit zu einer Gegenrede von zwei Minuten geben. Clemens, du hast zwei Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich musste gestern leider so lange arbeiten an der Schule. Deswegen konnte ich nicht an der Antragskommission teilnehmen. Aber es gibt ja auch keinen modifizierten Vorschlag. Also hier, ja, leider muss ich hier so ein bisschen auf die Spaßbremse drücken bezüglich der WLAN-Euphorie. Also es ist so, dass viele Ärzte und auch in Schweden und so weiter eine zunehmende Elektrosensibilität bei vielen Menschen feststellen. In Schweden sind es zum Beispiel schon bis zu 30 Prozent. Man rechnet bis zu 50 Prozent bis zum Jahr 2050. Ich selber bin zwar nicht betroffen, aber in meinem Mietshaus kenne ich ja auch einige Menschen, die davon betroffen sind. Und wenn ihr mal euren Rechner zu Hause anmacht und WLAN anstellt, das habe ich dann auch gemacht, mich da näher mit beschäftigt, dann hat man bis zu 30 WLANs und dann wahrscheinlich auf dem Dach auch noch so einen Funkmasten. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das noch eine Menge Strahlung ist, was so auf den Menschen einströmt. Es gibt natürlich Menschen mit einer besseren Konstitution, aber es gibt natürlich auch Menschen, die gesundheitlich nicht so gut konstruiert sind. Vor allem Kinder natürlich, die weniger Körpermesser haben. Ihr wisst ja auch, dass die MRK-Werte, die Grenzwerte für Kinder nicht gemacht sind, wenn die bei Autoabgasen rumlaufen. Ja, es gilt ja die Unverlässlichkeit der Wohnung. Und hier ist es ja so, dass fremde Menschen mit ihrem WLAN letztlich in die Wohnung abstrahlen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man dafür natürlich keinen Schlüssel braucht. Wir haben in unserem Haus die Mitbewohner aufgefordert, zumindest nachts ihr WLAN abzuschalten. Hier, ja wir sind ja für Nachhaltigkeit und Umweltschutz und dort ist natürlich auch die Strahlenbelastung ein Thema. Europarat, Ärzteorganisationen und andere warnen davor. Auch die Krebsforschung der WHO, ich möchte nur darauf hinweisen. Und ich bin dafür, dass wir WLAN-freie Bereiche auch im ÖPNV eingeprächtigen, zumindest einzelne Abteile, wo Menschen sich frei entscheiden können, ob sie sich belassen lassen. Und ich werde dafür, auch bevor wir das Berlin weit einführen, letzter Satz, hier dafür sorgen, dass das umfassend geprüft wird und auch zumindest eine Debatte darüber geführt wird, in dieser Stadt, ob das sinnvoll ist. Danke. Herzlichen Dank, Clemens. Gibt es eine Gegenrede, anscheinend von Matthias? Bitte, auch du hast zwei Minuten Zeit für die Gegenrede. Ach, und es wäre freundlich, wenn ihr wirklich noch ein bisschen Disziplin aufbringt, es ist nicht mehr lang, ihr habt es bald geschafft. Und wenn ihr miteinander sprechen wollt, draußen ist dann der richtige Ort hier drin, bitte Ruhe, aus Respekt vor den Leuten, die hier vorne noch reden. Auch zu später Stunde sind es wichtige Themen. Vielen Dank. Ja, lieber Clemens, ich hätte gestern deinen Antrag auch nicht übernommen, wenn du da gewesen wärst, ganz einfach deswegen, weil dein Antrag, den Gesamtantrag irgendwie ad absurdum führt. Ich nehme deine Bedenken ernst, ganz klar. Ich habe auch vor vielerlei Sachen, die ich nicht irgendwie realisieren kann, meine Ängste. Aber was ich nicht tatsächlich ernst nehme, sind deine Argumente. Es ist natürlich so, dass es zu diesem Thema eine Vielzahl von Studien gibt. Ich habe mal geguckt, wie viele ich da finde. Ich habe über 17.000 gefunden. Das heißt, es wird immer eine Studie geben, die von einem gewissen Extrempunkt ausgeht. Aber wir sollten die Lebenswirklichkeit in dieser Stadt wahrnehmen und wir sollten sie auch ernst nehmen. Hier in dieser Zahl befinden sich jetzt gerade fünf WLAN-Netze. Bei mir zu Hause in der Wohnung befinden sich 29 WLAN-Netze. Natürlich kann man darüber nachdenken, aber gerade im öffentlichen Raum, wo Menschen zusammenkommen, einen Schutzraum zu fordern, stellt die Lebenswirklichkeit der Menschen auf den Kopf. Und insbesondere dann, wenn man bedenkt, dass durch ein funktionierendes WLAN tatsächlich die Handynutzung, also LTE-Nutzung, UMTS-Nutzung usw. zurückgeht, Da muss ich ganz klar sagen, wenn ich schon Angst vor Strahlung hätte, da wäre mir ein funktionierendes WLAN deutlich lieber als ein unsicher funktionierendes Handynetz. Deswegen spreche ich mich ganz klar gegen diesen Änderungsantrag aus. Wir müssen die Lebenswirklichkeit der Menschen akzeptieren und nicht anfangen darüber nachzudenken, wie wir einen LAN im Bus oder so installieren können. Das wird dann ein weltweites Nomum. Das ist, glaube ich, kein Weg, den wir gehen sollten. Vielen Dank. Vielen Dank auch dir, Matthias. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag. Wer dem Antrag von Clemens seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Das sind einige wenige. Wer ist gegen diesen Antrag? Das sind deutlich mehr. Wer enthält sich? Dann ist dieser Antrag mit einer überwältigenden Mehrheit abgelehnt worden. Damit kommen wir zur Schlussabstimmung über diesen Antrag von V12. Wer möchte diesem Antrag so seine Zustimmung geben? Den bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist gegen diesen Antrag? Den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Da sehe ich eine Stimme. Wer enthält sich? Das sind einige Stimmen. Dann ist er bei einigen Enthaltungen und einer Gegenstimme angenommen. Vielen Dank. Weiter geht's mit V13 neu. Wie weiter mit dem BER von Theresa Teune. Wer bringt diesen Antrag ein? Du machst das. Alles klar. Du hast drei Minuten. Nach vielem Hin und Her, glaube ich, muss ich euch den Antrag, wie er jetzt lautet, nämlich in der Fassung des Änderungsantrags von Andreas, erst mal vorlesen. Er heißt jetzt, Die LDK beauftragt den Landesvorstand der Berliner Bündnisgrün, sich mit der Zukunft des Flughafenstandortes BER öffentlichkeitswirksam zu befassen. Der Grundgedanke war eigentlich von so einer kleinen Gruppe aus Pankow, dass wir der Meinung sind, vielleicht sollten auch bestimmte Gedanken, die sich im Moment immer in den Gremien, in denen unsere Abgeordneten auch vertreten sind, vielleicht sollten wir diese Gedanken auch mal öffentlichkeitswirksam darstellen. Wir sollten vielleicht eine kleine Konferenz, eine kleine Zusammenkunft, ich kann auch ein bisschen lauter sprechen, soll ich sie überschreien? Ja, bitte. Das ist kein Problem. Vielleicht sollten wir uns einfach ein bisschen öffentlichkeitswirksamer mal mit vielen Argumenten rund um den BER beschäftigen, die da vielleicht auch lauten könnten, das Ding wird nie fertig gebaut. Zumindest müssen wir uns da eine Position zu erarbeiten. Wir bitten also den Landesvorstand jetzt in dieser hier vorgeschlagenen Form, sich darum zu kümmern. Wir bitten den Landesvorstand aber auch in aller Form, das nicht alleine zu machen, sondern uns einzubeziehen. Das heißt uns, sowohl die Fachpolitiker als dem Abgeordnetenhaus, als auch eine kleine Gruppe, die der Landesvorstand bitte zusammenstellt. Das ist im Wesentlichen unser Antrag. Und wir bitten um eure Zustimmung. Es haben sich Menschen eingeworfen. Das dauert einen Moment, bis wir das jetzt gelost haben. Henning, wie sieht es aus? Wir haben eine Kontra-Rede, die ist von Ilma. Bitte komm nach vorne. Du hast drei Minuten. Zwei Minuten, Entschuldigung, du hast zwei Minuten. Ja, ich möchte das eigentlich klarstellen. Es ist eigentlich keine Kontra-Rede zu dem, was Theresa gerade gesagt hat, sondern es ist eine Kontra-Rede zu dem ursprünglichen Antrag, der ja nun sehr viel für Verwirrung sorgt, denke ich mal. Grundsätzlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass sich diese Partei schon lange mit diesem Thema leider auseinandersetzen muss, was diese Stadt beschäftigt und was diese Stadt eigentlich nicht verdient hat. Es hat von der Abgeordnetenhaus eine Veranstaltung gegeben und lieber Matthias Dittmar, wenn du das nicht weißt, hier gibt es ein großes Exemplar davon, kann ich dir gerne geben. Es hat diese Veranstaltung gegeben, es gibt die Analyse der wirtschaftlichen Situation, es gibt ja auch dieses wirklich gute Buch jetzt von der Abgeordnetenhaus-Fraktion, das müsste ja schief gehen. Das heißt im Grunde genommen, hier passiert von der Partei, sowohl von der Parteiführung, von Landesvorstand als auch in der Fraktion schon eine ganze Menge und ich stelle fest, dass sowohl die Fraktion als auch der Landesvorstand die jetzige Regierung treibt und übrigens die vorhergehende auch. Es gibt mit den Grünen und den Piraten nur zwei Parteien, die in diesem Bereich, was den BER betrifft, wirklich keinen Dreck am Stecken haben und nie etwas verheimlicht haben. Aber alle anderen sind darin involviert. Susanne Mertens und ich koordinieren schon seit 2012 einen Arbeitskreis, bundesweit übrigens, von Grünen, Fachpolitikerinnen und Interessierten zum Thema Flugverkehr. Das geht weit über Berlin hinaus. Es hätte diesen Antrags nicht bedurft, aber ich bin froh, wenn es tatsächlich jetzt noch dazu führt, dass noch mehr Initiative von Partei und von Fraktion kommt. Es gibt eine weitere Rede, eine Pro-Rede von Matthias Dittmar. Zwei Minuten. Ja, liebe Irma, vielen Dank. Ich habe das auch schon zu Hause. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen die Hintergründe sagen. Natürlich arbeitet die Partei schon länger auf diesem Themenfeld. Das ist auch gut so. Es geht darum, dass wir als Landesverband, wenn wir 2016 in eine politische Auseinandersetzung zur Wahl gehen, dass wir da Positionen brauchen, auch für den Fall, dass es auf dem BER gar nicht weitergeht. Wir müssen beide Fälle denken, für alle Fälle müssen wir Szenarien jetzt denken, um dann, wenn auch der Wahlkampf damit befasst wird, politisch die Ersten zu sein. Eigentlich ist dieses Bedürfnis entstanden von der Gruppe, die diesen Antrag gestellt hat. Ist das das Bedürfnis, dass, überlegen wir doch mal, wo, in welchen politischen Feldern haben wir die Meinungsführerschaft? Wir möchten gerne in diesem Punkt der Aufklärung ganz vorneweg sein. Und deswegen ist diese Veranstaltung wichtig. Und man kann auch mit Fragestellungen politisch wertvolle Veranstaltungen machen, die uns Punkte bringen. Ja, das war es eigentlich. Ich bitte um Zustimmung und danke. Es gibt keine weiteren Redebeiträge. Dann bitte ich die Antragskommission, noch mal was zum Verfahren zu sagen. Also der Begriff V13-Neu hat eben ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass über den von Matthias Graz eingereichten Änderungsantrag 202 gesprochen wurde. Die Antragstellerinnen haben diesen Antrag übernommen und insofern entfällt die Abstimmung, wie sie euch in der Synopse vorliegt. Und man würde über den durch den Änderungsantrag geänderten Antrag jetzt abstimmen. Okay, also wir stimmen jetzt über V13 ab. Ist das richtig? Ja. Okay, erstmal stimmen wir das Verfahren ab. Erstmal sagt Daniel was. Wir stimmen ab über V13, in dem der Änderungsantrag 2-2 von Matthias Graz übernommen wurde. Okay, dann stimmen wir jetzt darüber ab, dass wir so verfahren. Wer ist dafür? Bitte die Karte heben. Wer ist gegen dieses Verfahren? Wer enthält sich? Bei wenigen Enthaltungen ist das Verfahren angenommen. Ja, bitte. Jetzt stimmen wir über den Antrag ab. Achso, es war die Technik. Wer ist für diesen Antrag in der so vorliegenden Form? Wer ist gegen diesen Antrag? Wer enthält sich? Möchten die Antragsteller bitte mal kurz nach vorne kommen, um nochmal selber zu gucken. Das ist jetzt nicht ganz eindeutig gewesen. Antragsteller, möchtest du nach vorne kommen und nochmal gucken, ob du eine Mehrheit hast oder nicht? Ja? Ja. Das ist ein bisschen knapp. Ja, du kommst bitte nach vorne. Es ist egal, ob du voll zu vertrauen hast. Wir müssen jetzt aufstehen. Also bitte nochmal die Karte heben, wer für diesen Antrag ist. Auch. Ja. 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 Wir zählen 34 Stimmen. Jetzt bitte die Neinstimmen nach oben. Bitte oben mal halten die Hände. Könnt ihr bitte aufstehen? Ja, bitte aufstehen. Die Neinstimmen bitte aufstehen. Die Neinstimmen bitte aufstehen. Die Enthaltung bitte? Nach unserer Zählung gibt es 34 Ja-Stimmen und 36 Nein-Stimmen. Elf Enthaltungen? Damit ist der Antrag abgelehnt. Knapp. Wir bitten noch einmal jetzt um Ruhe und Disziplin. Wir kommen jetzt zum letzten Antrag in dem Bereich V-Anträge, der der Dringlichkeitsantrag ist von vorhin. Hier möchten wir jetzt noch einmal aufgrund der Debatte vorhin zum V07 ein Vorschlag, das Verfahren noch einmal kurzfristig umstellen, um mehr Redebeiträge möglich zu machen. Wir liegen sehr gut in der Zeit und würden deswegen vorschlagen, dass wir neben der Einbringung noch zwei weitere Pro-Reden zulassen und drei Contra-Reden zulassen und so das Verfahren da noch einmal dahingehend ändern, dass mehr Redebeiträge möglich sind. Gibt es dazu Widerspruch, so zu Verfahren? Wer stimmt dem Verfahren so zu? Da sehe ich jetzt viele. Wer ist gegen das so geänderte Verfahren? Wer enthält sich? Damit ist auch dieses Verfahren so mit einer Zweidrittelmehrheit genehmigt. Und ich würde dann Chanan bitten, den Antrag einzubringen mit drei Minuten. Und hier, kurz bevor du anfängst, hier vorne stehen die Boxen. Unten wie gehabt Contra, oben wie gehabt Pro, jeweils mit Geschlecht sortiert, damit wir hier die Quotierung sicherstellen können. Und vielleicht die Zwiegespräche kurz einstellen. Es ist jetzt noch dieser eine Antrag. Bitte etwas Konzentration, damit wir das auch alles geordnet noch über die Bühne bekommen. Chanan, du hast drei Minuten Zeit. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Da steht es, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Und unser Antrag ist deswegen überschrieben mit Verantwortung übernehmen, Flüchtlinge schützen. Wir haben die Situation gehabt vor einigen Wochen, dass eine Situation im Bundesrat war, wo tatsächlich gegen die anders rot-grün organisierten Bundesländer das einzige grün regierte Bundesland sich in einer Entscheidung gemeinsam mit der schwarz-roten Koalition sozusagen für eine Situation entschieden hat, die, glaube ich, vielen von uns wirklich wehgetan hat. Denn es ist schwer vorstellbar, dass man in eine Situation gerät, wo man tatsächlich darüber entscheidet, dass Menschen das Asylrecht in Teilen genommen wird. Klar bin ich auch fair und sage, die Menschen können weiterhin Asylanträge stellen. Aber leider führt es dazu, dass die zumeist offensichtlich unbegründet sind. Und damit wir wahrscheinlich demnächst viele Fälle haben werden aus diesen Staaten, in denen insbesondere Roma verfolgt werden, denen wir nicht mehr den Rechtsschutz geben können, wie ich ihn mir gewünscht hätte, liebe Freundinnen und Freunde. Und so sehr es mich geärgert hat und ich zum Glück auch ein bisschen Zeit hatte, in Ruhe den Antrag zu formulieren, so sehr muss ich auch sagen, es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot, also auf Landes- und auf Bundesebene, gibt es weiterhin Bestrebungen, Rechte von Flüchtlingen, von Geflüchteten, von Asylbewerbern einzuschränken. Und das zwingt uns alle auch in eine Disziplin. Wir können es uns nicht leisten, uns jetzt in Konflikten, in Gräben, in Streitigkeiten auseinanderdividieren zu lassen. Wir müssen zusammenhalten und wir müssen unsere ganze Kraft in der Flüchtlingspolitik jetzt dafür einsetzen, die schrecklichen Gesetze, die entweder gerade als Referentenentwurf in der Diskussion sind oder demnächst im Bundesrat abgestimmt werden, die müssen wir aufhalten, liebe Freundinnen und Freunde. Und da brauche ich jeden von euch. Und jeder weiß, wie gerne und oft ich an den Protesten mich beteilige und wie wichtig diese auch sind. Aber wir müssen bei diesen Protesten unsere Rolle nicht vergessen. Wir sind eben auch in Regierungen, wir sind in Verantwortung und wir können uns mit Protesten nicht begnügen. Wir müssen Antworten und Konzepte haben, wie wir es besser machen, liebe Freundinnen und Freunde. Und dazu soll dieser Antrag eine Aufforderung sein. Dankeschön. Es wurde bis jetzt erst ein weiterer Redebeitrag eingeworfen, ein Kontrabeitrag von Jochen Esser aus Charlottenburg-Wilmersdorf. So, liebe Delegierte zur später Stunde. In dem Antrag stehen, glaube ich, zu 99 Prozent das unstrittige Forderungspaket aller grünen Landesverbände für die nächsten Dinge, die im Bundestag und im Bundesrat in der Asylpolitik anstehen. Dieser Antrag ist aber, wäre ja fast überflüssig, ihn einzubringen. Er ist aber eingebracht worden, offensichtlich, weil dieses Paket um einen einzigen Satz gestrickt ist. Und in dem Satz wird dem einzigen grünen Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann, dafür die Schuld gegeben, dass wir uns auf der Bundesebene bei der letzten Bundesratsentscheidung auf eine höchst unglückliche Weise in dem Widerspruch zwischen der Regierungs- und der Oppositionslogik verstrickt haben. Und ich sehe keinen Sinn darin, liebe Canan, wenn du sagst, wir surfen uns eben in diesen Fragen nicht weiter streiten und zerlegen, wird jetzt hier auf dieser LDK mit diesem Antrag fortzusetzen. Ich sage dir aber auch, dass ich den Kretschmannschen grünen Kompromiss auch aus der Berliner Sicht richtig finde. Jedenfalls nicht einfach ablehne. Ja, warum? Wir haben erstens bekommen, das ist ja wohl eine Tatsache, dass die Residenzpflicht ab dem vierten Monat abgeschafft worden ist. Und da frage ich alle, die da rufen, wollt ihr das nicht? Wir haben zweitens die Forderung erfolgt bekommen, dass es kein dauerhaftes Arbeitsverbot mehr gibt. Und die Frage ist, gibt es hier irgendeinen im Raum, der darauf verzichten möchte? Und die dritte Sache ist... Jochen, die zwei Minuten wären eigentlich um. Das Nachleistungsprinzip ist aufgehoben worden. Da könnte ich jetzt vieles aus den 80er Jahren erzählen, aber ich sage mal als Partei der Freiheit. Ein freier Mensch ist nur der, der Geld hat und dann selber über seine Käufe bestimmen. Jochen, komm bitte zum Schluss. Und nicht ein Mensch, der von Sachspenden abhängt. Und niemand hier im Saal wird glauben, dass bei den harten Verhandlungen auf der Bundesebene man diese Dinge bekommt ohne Gegenleistung. Ich bitte jetzt einfach mal... Und die Jochen-Verhältnisse war das doch ganz gut. Ja, ich bitte auch. Es ist jetzt eine weitere weibliche Progene gelost. Rea Nigermann. Auch du hast zwei Minuten und die zwei Minuten gelten auch. Bitte. Liebe Leute, ich bin gar nicht vorbereitet. Ich hoffe, es wird nicht super polemisch. Aber ich bin wahnsinnig böse gerade. Ich finde es wirklich, wirklich traurig, dass diese Resolution, die zu diesem Zeitpunkt finde ich für den Berliner Landesverband so wahnsinnig wichtig ist, dass wir es zumindest schaffen, das hier zu verabschieden und insofern mit den Refugee-Protesten zu solidarisieren, dass das hier jetzt in so einem Klima untergehen muss, das finde ich total bedauerlich. Ich muss wirklich sagen, ich habe viel auch bei außerparlamentarischen Refugee-Protesten mitgemacht und das sind Leute, die Hilfe brauchen. Und das Recht auf Asyl ist nicht verhandelbar. Den Kompromiss, der da geschlossen wurde, den kann man nicht mal Kompromiss nennen. Und auch wenn es ein Kompromiss wäre, Menschenrechte verhandelt man nicht und da schließt man auch keine Kompromisse und beschränkt sie dadurch. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und ich finde, wir sollten uns trauen, das hier zu sagen. Ich bin wirklich noch nicht lange Mitglied dieser Partei, aber ich möchte bitte heute hier nicht das Signal mitbekommen, dass ich hier total fehl am Platz bin, wenn ich mich weiter für Menschen einsetzen möchte, die hier nach Deutschland kommen und eigentlich unsere Solidarität brauchen. Und nicht brauchen, dass wir Debatten hier so führen, wie sie gerade geführt werden. Das finde ich wirklich, wirklich schade. Vielen Dank, Reha. Es hat sich jetzt niemand weiteres bei Contra eingeworfen, allerdings noch zwei weitere Pro-Beiträge. Es gibt noch einen Contra-Beitrag. Auch du hast zwei Minuten, Norbert. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir haben uns ja gerade über einen Flüchtlingsantrag verständigt gehabt, wo wir am Ende in großer Einigkeit auseinandergegangen sind. Und ich finde es jetzt falsch, hier an dieser Stelle so zu tun, als wären wir uns in Asylrechtsfragen, in Menschenrechtsfragen, uneinig. Das ist nicht der Fall. Wir haben als Landesverband 1993, als ich Landesgeschäftsführer war und dieser komische Asylkompromiss mit der sicheren Drittstaatenregelung beschlossen wurde, mit einem breiten Bündnis, massiven Demonstrationen dagegen gehalten. Winfried Kretschmer hat als Christ, als katholischer Christ in Baden-Württemberg ein breites Bündnis gestrickt, um gegen diesen Asylkompromiss zu protestieren. Und er ist glaubwürdig, wenn er sagt, dass er auch heute noch dagegen ist. Darum geht es hier nicht. Sondern es geht darum, ob ein grüner Ministerpräsident in Regierungsverantwortung bei der Abwägung feststellen kann, dass er konkrete Verbesserungen für tausende von Menschen, und wir haben eben gehört, dass da noch viele tausende dazukommen werden, die hier in Deutschland als Asylbewerber leben werden, für diese Menschen konkrete Verbesserungen holt, die wir in Jahren rot-grüner Regierungsbeteiligung selber nie haben durchsetzen können. Und dafür werbe ich. Man kann in dieser Sache unterschiedliche Meinungen haben. Man kann sagen, okay, das war es wert oder das war es nicht wert. Aber wir können uns jetzt nicht hier hinstellen und sagen, der Ministerpräsident Kretschmann, der als Grüner eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen hat, ist hier von uns zu verurteilen. Das ist er nicht. Vielen Dank, Norbert. Ich werde jetzt den letzten Probeitrag ziehen. Der Beitrag kommt von Clemens Griesehopp und danach wird Renate den letzten Kontrabeitrag, Renate Künast, geben. Ja, lieber Jochen, das, was du eben gesagt hast, sind nach meiner Einschätzung Selbstverständlichkeiten in einer humanen Flüchtlingspolitik. Aber das gibt uns, aber das gibt uns und auch den Flüchtlingskretschmann nicht das Recht, auf Kosten der Sinti und Roma diesen Asylkompromiss zu erkaufen. Ihr wisst ganz genau, wir stehen zur Verantwortungsethik und Verantwortungsethik heißt für mich historisch, dass dieses Land dafür verantwortlich ist in seiner Geschichte, dass was mit den Sinti und Roma passiert ist. Und da haben wir auch eine besondere Verantwortung. Und ich finde es katastrophal, dass wir einen Freiheitskongress machen und das Thema Verantwortungsethik an dem Punkt widersprüchlicher nicht sein kann. Zynisch wird am gleichen Tag im Bundesrat dieser Asylrechtseinschränkung zugestimmt. Ich bin vor mehr als 20 Jahren, hatte ich noch Kontakt mit den Jugendsozialisten, bin vor 30 Jahren da ausgetreten, weil ich diese Sauerei schon damals nicht mitmachen wollte, weil der Artikel 16 Grundgesetz Grundlage der Bundesrepublik Deutschland ist, aufgrund der Verfolgung der Menschen. Und deswegen finde ich das einfach ein mieses Spiel, so diesen miesen Kompromiss hier zu vertreten. Ich kann dazu nicht stehen und man muss auch ganz klar sehen, es steht in der Genferflüchtlingskonvention im Grundgesetz, dass das Asylrecht individuell ist. Und das gilt natürlich sogar für die USA. Dann müsst ihr ja auch für die USA beschließen, dass das ein sicherer Rechtsstaat ist. Aber weshalb sitzt Snowden in den USA? Weil er politisch verfolgt wird. Also es gibt keine sicheren Staaten. Und das habt ihr gerade beschlossen. Und wollt ihr auch noch Kontingente machen? Auch deine zwei Minuten wären vorbei. Das bedeutet für mich, dass viele Menschen gar keine Chancen mehr haben, hierher zu kommen. Vielen Dank, Clemens. Dann ist jetzt Renate mit der letzten Kontrarede bereit. Also in dem Antrag steht vieles Richtige. Ich will auch sagen, dass ich richtig finde, wenn in Ziffer 18 steht, Schritt einer perfiden Strategie. Weil es tatsächlich eine Strategie bezeichnet, die vorne an die CDU, CSU ja angefangen hat, auf der einen Seite was einschränken, auf der damit Leute einfangen, vielleicht auch Wähler stimmen. Die sind am Ende aber doch zur AfD gegangen. Also ich sage mal, es hat sich gar nicht gelohnt für die. Es wäre viel richtiger, offen und ehrlich zu reden, warum Flüchtlinge kommen und warum wir eine Schutzaufgabe haben. Und ich habe ja deshalb vorhin auch gesagt, ich stehe dazu und dafür müssen wir auch kämpfen. 500.000 Leute mehr sollen in die Europäische Union kommen. Und ich sage noch mal klar, ich möchte, dass wir das Kontingent von 5000 Roma jährlich aus den Westbalkanländern hier aufschreiben. Warum rede ich über Kontingent? Das hat ja gerade einer kritisiert. Ich sage es mal klar, weil das Leute sind, die kriegen, selbst bei den linkesten Verwaltungsrichtern in der zweiten, dritten Instanz, keine Anerkennung als Asylbewerber. Also es ist jetzt nicht nur das Amt, das da Fehler macht, sondern es scheint auch nicht unter den Asylbegriff zu fassen zu sein. Deshalb haben wir ja auch immer gesagt, es muss auch humanitäre Flüchtlingsstatus geben. Deshalb stehe ich zu dieser Kontingentfrage. Was mich aber bei diesem Antrag stört, und deshalb bin ich die Kontra-Rede eigentlich nur für diesen Satz, der bei Ziffer 51 anfängt, ich finde, dass wir eine Geschlossenheit brauchen und dass wir auch wissen müssen, Leute, jetzt hört mal auf. Ich glaube, man sollte auch mal Luft holen und sich überlegen, mit wem man gemeinsam politisch agiert. Und wenn ich aus dem chinesischen Buch zitieren würde, die Kunst des Krieges, würde ich euch sagen, der Feind steht draußen. Und der Feind ist an der Stelle Und das, ihr Lieben, heißt, CDU, CSU und die SPD haben diesen Vorschlag gemacht, Klammer auf, wo war Thorsten Albig und hat seine Stimme erhoben am Anfang, am Anfang zu spät erhoben, also nachher kann ich auch meine Stimme erheben, es kommt aber darauf an, sie vorher zu erheben und standzuhalten. Ich bitte euch, uns die Möglichkeit zu geben, in Zukunft, in Zukunft auch mit dem Land Baden-Württemberg und mit Winfried Kretschmann und mit vielen anderen gemeinsam nach vorne zu gehen. Dieser Antrag hat von vorne bis hinten richtige Dinge. Wir würden gemeinsam ein starkes Signal setzen können, wenn wir den einen Satz der rückwärtigen Kritik streichen würden. Es ist wie zu Hause in einer Familie. Wenn du in der Familie, ja, letzter Satz, wenn du in der Familienkonferenz Frieden nach vorne schaffen willst, da musst du nicht jeden Abend beim Abendbrot auf die Butter schmieren, dass er letztes Jahr einen Fehler gemacht hat. Lasst uns diesen Satz streichen, dann kommen wir gemeinsam nach vorne. Vielen Dank auch dir. Nach diesen Redebeiträgen kommen wir nun zum Verfahren. Ja, es liegen ja Änderungsanträge vor. Der Änderungsantragsschluss ist ja bereits gewesen. Und ich würde jetzt bitten, die Antragskommission uns vorzutragen, ob es Änderungsanträge gibt, welche Änderungsanträge es gibt und wie dazu verfahren werden soll. Andreas. Also, wir haben drei Änderungsanträge vorliegen. Zwei davon sind vom Landesverband der Grünen Jugend Berlin und einer ist eingebracht von Heiko Thomas aus dem KV Pankow und diese drei werden wir hier abstimmen müssen. Ihr habt diese Änderungsanträge, glaube ich, auf diesen zusätzlichen Zetteln bekommen und soweit ich das jetzt sehe, nein, habt ihr noch nicht. Das ist sehr ungünstig. Wenn keine Anträge verteilt sind, können wir darüber auch nicht abstimmen. Ich kann euch jetzt schon verraten, auch wenn ihr die Anträge noch nicht habt, dass zwei dieser Anträge den gleichen Sachverhalt beinhalten, nämlich die Zeile 51. Diese Anträge müssen wir zunächst gegeneinander abstimmen, um dann abzustimmen, welcher dieser beiden Anträge in den Antrag gegebenenfalls eingeändert wird. Ich erzähle es euch nur jetzt schon mal, damit ihr wisst, warum wir gleich gegebenenfalls ein etwas komplizierteres Verfahren haben. Dann werden wir einen weiteren Antrag haben, der dann extra noch mal die Zeile 54 bis 56 betrifft. Ich würde darum bitten, dass mir signalisiert wird, sobald die Anträge vorliegen und diese auch vielleicht kurz gelesen werden konnten. Das würde ich jetzt uns vielleicht mal kurze Zeit geben von zwei bis drei Minuten. Ja, stimmt. Ja, hier kommt gerade der berechtigte Einwand, und da es sich bei dem einen Antrag um einen Streichungsantrag handelt, dass dieser der weitgehende Antrag ist für Zeile 51 und damit zunächst behandelt wird und dann, falls dieser Antrag erfolgreich ist, ist der andere Antrag nämlich automatisch erledigt, weil es diese Zeile dann nicht mehr gibt. Dann ist damit auch der weitere Antrag erledigt, wird dieser Antrag nicht positiv beschieden, wird dann eben entsprechend der Antrag der Grünen Jugend behandelt und entsprechend abgestimmt. Entschuldigung, da eine Verwirrung hervorgerufen zu haben. Ja, es sind zwei Blätter mit drei Anträgen. Das ist sehr, sehr ungünstig. Also, ich würde jetzt einfach so verfahren, dass ich diese Anträge erst einmal vorlese, ja? Und dazu benötigen wir Ruhe im Raum. Okay, ich lese jetzt als Ersten den Änderungsantrag 1 der Grünen Jugend für die Zeile 51 vor. Dieser sagt, ersetze die Zeile 51. Daher sind viele Menschen innerhalb und außerhalb unserer Partei irritiert und enttäuscht von der Entscheidung des einzigen grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann im Bundesrat. Dieser Satz soll ersetzt werden durch, daher zeigt sich der Landesverband Berlin von Bündnis 90 die Grünen irritiert und enttäuscht von der Entscheidung des einzigen grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann im Bundesrat. Ja, die Wertung können wir gleich vornehmen, das können wir dann besprechen, aber jetzt stelle ich erst einmal vor, was hier überhaupt zur Abstimmung steht, ja? Matthias? Die Begründung soll mündlich erfolgen. Der zweite Änderungsantrag hier zu der gleichen Zeile ist dann der Streichungsantrag der Zeile 51. Das wäre der Antrag, den wir als erstes befassen. Dieser Antrag hat zum Inhalt die Zeile 51, die ich eben vorgelesen habe, ich lese sie gerne noch mal vor. Daher sind viele Menschen innerhalb und außerhalb unserer Partei irritiert und enttäuscht von der Entscheidung des einzigen grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann im Bundesrat. Dieser Satz soll gestrichen werden. Das ist ein Antrag von Heiko Thomas. Auch dieser soll mündlich begründet werden. Dann haben wir einen weiteren Antrag von der Grünen Jugend, der sich auf die Zeile 54 bis 56 bezieht und diese ersetzen soll. Diese Zeile heißt bislang, wir fordern alle unsere Mandats und VerantwortungsträgerInnen im Bund und Ländern auf, sich entschlossen gegen solche Verschärfungen zu stellen und den Druck auf Schwarz-Rot in diesem Sinne zu erhöhen. Dieser Satz soll ersetzt werden durch, wir erwarten von allen grünen Mandats und VerantwortungsträgerInnen in Bund und Ländern, dass sie sich entschlossen gegen jede Verschärfung das Asylrecht stellen. Ist das soweit verstanden, was wir jetzt hier als Anträge zur Abstimmung liegen haben? Ich sehe Zustimmung im Plenum. Dann würde ich vorschlagen, dass wir kurz über das Verfahren abstimmen, wie ich es eben erläutert habe, dass wir also zunächst den weitgehendsten Streichungsantrag bescheiden und dann, falls dann noch Bestand, der andere Antrag der grünen Jugend und dann unabhängig davon den weiteren Antrag der grünen Jugend, das sind die einzigen vorliegenden Änderungsanträge und danach kommen wir dann zur Gesamtabstimmung. Wer möchte dem Verfahren seine Zustimmung geben? Dem bitte ich um das Kartenzeichen. Das sieht sehr gut aus. Wer ist dagegen, das Verfahren so durchzuführen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das sehe ich auch nicht. Damit ist das Verfahren so beschlossen und ich bitte Heiko Thomas, den Antrag zu begründen in zwei Minuten. Ja, vielen Dank. Ich möchte an Schanan anknüpfen. und möchte eigentlich so ab und ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch wichtig bei dem Zusammenhang deutlich machen, was meine Haltung ist. Meine Haltung ist, dass ich den Kompromiss in sich richtig finde. Die Grundentscheidung, die damit allerdings einhergegangen ist, für falsch finde. Ich glaube tatsächlich, dass wir 93 recht hatten und dabei bleibe ich und das stimmt und das wird auch aus meiner Sicht alle Zeit stimmen. Warum ich aber diesen Antrag gestellt habe, ist etwas, was ich vorhin in meiner Rede gesagt habe, wovon ich zutiefst überzeugt bin, dass Monika und alle anderen mit ihrer Haltung das gemacht haben, was grüne Politik ausmacht. Und ich möchte nur eins und ehrlich gesagt, ich hätte gerne in Ruhe noch Zeit gehabt, wir haben es nicht mehr hinbekommen, Jan und ich, wir haben im Vorfeld nochmal drüber geredet, eine Formulierung zu finden, an der Stelle, die das deutlich macht, zu sagen, natürlich ist es logisch, weil wer will das bestreiten? Das ist unserer Partei, genug Menschen und auch zum Teil mich. Ich war auch wütend, ich war auch enttäuscht von dieser Entscheidung. Das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist eins. Wenn es so steht, kann man das so verstehen, als würden wir Kretschmann seine Grundhaltung infrage stellen. Seine Grundhaltung. Und da sage ich, und ich kenne Kretschmann ein bisschen, es gibt andere, die ihn noch besser kennen, aber ich habe ihn in vielen Runden so kennengelernt, dass ich ihm das nicht infrage stellen will. Aus meiner Sicht hat Kretschmann versucht, innerhalb dessen, was für ihn machbar war, etwas rauszuholen. Wir könnten am Ende feststellen und sagen, das war falsch. Darüber entscheidet die BDK aus meiner Sicht. Was ich aber nicht möchte, ist ihm infrage zu stellen, dass er das sehr wohl aus einer grünen Grundhaltung heraus gemacht hat. Und darum geht es mir. Du zum Schluss. Vielen Dank. Gibt es eine Gegenrede zu diesem Antrag? Seidullah, du hältst die Gegenrede. Auch du hast zwei Minuten. Ja, lieber Freundinnen und Freunde, niemand von uns, auch von den Antragstellerinnen, stellt halt auch die Grundhaltung von Kretschmann in Frage. Was wir ganz, ganz klar stellen wollen, ist, dass wir natürlich als Grüne auch Selbstkritik üben dürfen und sollten. Ich war bis zum 6. August, bitte, es war bis zum 6. August halt in Erbil, die Hauptstadtregion, sozusagen Hauptstadt der kurdischen Region im Nordirak und zwar halt auch 30 Kilometer entfernt hat von der von der ISIS-Front. Ja, dort in einer Kirche, in einer einzigen Kirche waren unter anderem 3.000 Menschen untergebracht. Da sind halt irgendwie Hunderttausende von Menschen, die auch geflüchtet sind. Und ich glaube, lieber Renate, wir werden mit diesen 500.000 Plätzen oder Flüchtlingen oder Kontingent oder wie wir auch immer das nennen, nicht auskommen. Wenn wir diese Konflikte, die halt auf der Erde jetzt auch gerade entfacht sind, auch wirklich nicht bekämpfen können. Und damit ist es halt keine Lösung. Und ich glaube, uns steht auch sehr gut zu Gesicht, wenn wir sagen, das hat auch Franziska gesagt, zur Olympiateile sozusagen des Leitantrags, dass wir klar Position beziehen. Und eine klare Position beziehen heißt halt für mich auch wirklich Selbstkritik zu üben und sagen, das, was irgendwie nach innen falsch ist, müssen wir auch nach außen nicht irgendwie verteidigen. Wir wollen kein Kretschmann oder Lagerbäschchen halt betreiben. Das wollen wir definitiv nicht. Nein. Aber wir müssen auch klar Position beziehen und sagen, auch wir machen Fehler. Auch wenn ein Ministerpräsident irgendwas halt Fehler gemacht hat, dann ist es auch als Fehler zu bezeichnen. Ja, danke. Vielen Dank. Ich würde dich gleich bitten, oben zu bleiben, weil ich vermute, ein knappes Ergebnis. Heiko, würdest du auch bitte nach oben kommen, wenn wir zur Abstimmung über den Änderungsantrag... Ihr vertraut uns alle, ja? Finde ich gut. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag, den Streichungsantrag der Zeil 51, der soeben eingebracht wurde. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? Den bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist gegen diesen Änderungsantrag? Wer enthält sich? Das sind einige wenige, zwei genau genommen. Es ist eine Mehrheit, wurde hier einstimmig beschlossen im Präsidium für diesen Antrag. Damit erledigt sich dann auch der Antrag der grünen Jugend, der erste Änderungsantrag und wir kommen zum zweiten Änderungsantrag der grünen Jugend. Wer möchte diesen vorstellen? Christoph stellt ihn vor. Auch du hast zwei Minuten. Ja, liebe Menschen, ich glaube im Sinne, dass wir das jetzt nicht weiter eskalieren lassen, erspare ich mir jetzt mal einen Kommentar zu dem Antrag jetzt gerade. Es geht hier um fordern an dieser Stelle eine Änderung des Sätze. und zwar einerseits wollen wir das Wort wir fordern, unsere Mandat und VerantwortungsträgerInnen durch wir erwarten ersetzen und wir wollen klar machen, dass sie sich entschlossen gegen jede Verschärfung des Asylrechts stellen. Das erwarten wir aufgrund einer grünen Grundhaltung. Eine Grundhaltung, die wir auch im letzten Jahr in der Resolution hier in Berlin verabschiedet haben. eine Grundhaltung, die sich hinter die Refugees stellt, die klar kämpft und Kante zeigt auch gegen andere Parteien wie Rot-Schwarz-Rot im Bund und im Land Rot-Schwarz und wir müssen an dieser Stelle nicht weiter auf der einen Seite immer Resolutionen verabschieden und uns dahin stellen als die Partei, die auf der Seite der Geflüchteten steht und auf der anderen Seite Verschärfung des Asylrechts, des Menschenrechts auf Asyl mittragen. Das ist nicht vereinbar mit unseren Grundwerten. Und deswegen möchten wir auch diesen Halbsatz streichen und den Druck auf Schwarz-Rot in diesem Sinne erhöhen. Es geht hier nicht um Druck erhöhen, es geht hier nicht um irgendwelche Parteispielchen, es geht darum, dass wir Menschenrechte verteidigen und die sind nicht verhandelbar und da geht es deswegen nicht um Druck, es geht um Menschenrechte. Und deswegen bitte ich euch, diesem Änderungsantrag zuzustimmen und zumindest diesen Antrag noch zu einem stärkeren Zeichen für die Menschenrechte und für die Flüchtlinge zu stellen, als er bislang ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Christoph. Dann Bettina hält die Gegenrede. Auch du hast zwei Minuten dafür. Danke. Danke vor allem, dass ich hier nochmal kurz reden darf. Ich halte das politisch nicht für klug, zu sagen, wenn man für Menschenrechte ist, dann geht es nicht um Druck, denn wenn man Menschenrechte durchsetzen will, muss man Druck aufbauen. Mehr will ich nicht gegen diesen Antrag sagen. Ich möchte die Zeit ehrlich gesagt nützen, weil ich sagen möchte, hier ist gerade was passiert, was nicht gut ist. Ich möchte das nicht stehen lassen hier am Ende dieses Parteitags. Es ist das Asylrecht und die Flüchtlinge, die Geflüchteten, darüber haben wir alle schon gesprochen, sind und alle gemeinsam ein Anliegen. Durch die Stimmung, die gerade eben aufgekommen ist, durch die letzten Beiträge, ist es konterkariert worden. Ich möchte meine Redezeit gerne noch nützen. Ich finde den jetzt vorliegenden Antrag erst recht mit dem gestrichenen Satz völlig in Ordnung. Ich finde, er ist ein gutes Signal. Ich möchte auch gerne, dass wir das gemeinsam senden und ich möchte nicht, dass den Antragstellern unterstellt wird, sie hätten den ganzen Text nur geschrieben, nicht weil es ihnen um die kommenden Entscheidungen im Bundesrat geht, sondern nur weil es ihnen um das Kretschmann-Bashing ginge. Das ist nicht richtig, ich möchte das so nicht stehen lassen. Vielen Dank, Bettina. Dann kommen wir auch hier in die Abstimmung zu diesem Änderungsantrag. Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? Den bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist gegen diesen Änderungsantrag? Wer enthält sich? Dann ist bei doch einigen Enthaltungen, einigen Gegenstimmen dieser Antrag angenommen worden. So, dann kommen wir jetzt zur Schlussabstimmung zu diesem Antrag und haben es dann auch gleich geschafft. Wer möchte den so geänderten Antrag D02 seine Zustimmung geben? den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Wer ist gegen diesen Antrag? Sind das noch hochgestreckte Arme oder sind die schon? Nein, das sind zwei Stimmen. Sind es Gegenstimmen? Vier. Vier Gegenstimmen. Wer enthält sich bei diesem Antrag? Das sind einige. Damit ist dieser Antrag mit großer Mehrheit angenommen. Damit hätten wir auch diesen Tagesordnungspunkt erledigt. Kämen zum Top Sonstiges. Gibt es da Redebedarf zum Top Sonstiges? Den sehe ich nicht. Dann möchte ich mich ganz herzlich im Namen des gesamten Präsidiums für die disziplinierte Sitzung bedanken, auch wenn es am Ende jetzt vielleicht noch mal kurz aufregender wurde. Aber bitte bleibt noch kurz sitzen, weil unsere Landesvorsitzenden möchten sich noch von euch verabschieden. Wir übergeben euch das Wort. Und bleibt vielleicht wirklich noch kurz sitzen. So lang haben wir jetzt hier schon gesessen, da tun die fünf Minuten nicht auch noch mehr wie Also aufregend, lieber Henning, es ist immer bei uns. Ich glaube, das war eine abwechslungsreiche, eine lebendige, eine kontroverse LDK mit einigen knappen Entscheidungen. Dafür möchten wir euch danken als Delegierte. Aber wir haben auch eine ganze Reihe von Menschen, denen wir danken wollen. Als allererstes vielen Dank. Dieses großartige Präsidium hat uns gut durch einen nicht immer ganz einfachen Parteitag gebracht. Good Job. Super. Ich möchte als nächstes unserem Team hier danken, die bis zuletzt gut durchgehalten haben. Das ist alles zuallererst mal das Team der Landesgeschäftsstelle, der Antragskommission, der Beschlusskommission, dem Protokoll, der Webredaktion und dem Streaming-Team und ich danke auch den Eigentümer dieses Ortes und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns hier beherbergt haben und ich danke euch, dass ihr ausgehalten habt. Kommt gut nach Hause. Und Irma hat den richtigen Hinweis, die Stimmblöcke kann man wieder abgeben, die sind nämlich relativ frisch da vorne hier bei dem Tisch einfach hinlegen, weil die kann man nämlich nochmal benutzen. Guten Heimweg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020